So, hallo liebe Live-Zuschauer hier auf Twitch. Hi Abraxe! Und hallo liebe Zuschauer, die das auf YouTube sehen, nachträglich. Ich habe mir gedacht, wir spielen heute ein bisschen Valheim. Zur Erklärung, damit ihr einordnen könnt, was ihr gleich seht. Ich habe in meinem Urlaub einen Valheim-Server angefangen und habe mit zwei Freunden gemeinsam so ein bisschen zu spielen angefangen. Und habe ganz viel gebaut und gebastelt und rumgecraftet. Und für alle, die Valheim kennen, euch würde es was sagen. Wir stehen jetzt gerade am Anfang des Eisenzeitalters im Grunde. Und heute will ich euch im Stream einfach mal ein bisschen unseren Spielfortschritt zeigen. Ich mache so eine kleine Tour durch unsere Basis und unsere Außenposten. Und dann möchte ich ein bisschen Eisenerz von einem Außenlager in unser Eisenverarbeitungslager transportieren. Je nachdem, und das ist ja auch so ein bisschen das Coole von Valheim oder an Valheim, je nachdem, wie der Wind steht und je nachdem, wie viel Glück oder Pech wir haben, wird das entweder eine super easy Fahrt und fertig und wir können Eisen verarbeiten oder es wird ein richtiges Abenteuer. Aber das macht ja Valheim irgendwie auch gerade so cool. Ist aber halt auch unberechenbar. Schauen wir mal. Und wenn wir dann noch Zeit haben, möchte ich vielleicht noch auf einen neuen Kontinent, wo nämlich der nächste Boss auf uns wartet. Das wissen wir schon. Und möchte mir dort in der Nähe des neuen Bosses ein Plätzchen suchen, an dem man vielleicht einen kleinen Außenposten erstellen kann. Mal gucken. Naja, jetzt starten wir mal. Sagt mir Bescheid, wie die Spiellautstärke ist. Es ist ein bisschen leise, oder? Sagt mir, ob es passt oder nicht, wenn wir dann im Spiel sind. Es ist auch ein sehr leises, gemütliches, atmosphärisches Spiel, Valheim. Es hat eine schöne Atmosphäre. Über den Grafiks, die lässt sich streiten. Ich finde ihn sehr schön. Aber es ist halt schon mit viel Nostalgie verbunden. Es sieht halt aus wie ein frühes Playstation 2 Spiel oder so. Nur halt mit modernen Effekten drauf irgendwie. Und das ist eine sehr schöne Kombination, finde ich. Aber gut. Ich mag diese Low-Poly-Ästhetik irgendwie. Nicht Low-Poly, stimmt nicht. Diese niedrige Textur-Ästhetik. Finde ich einfach echt schön. Das gefällt mir. Okay, jetzt passt auf. Ich zeige euch mal ein bisschen, was hier so los ist auf unserem Server. Hier war der Startpunkt. Hey, Abraxe, danke schön fürs Abonnieren. Vielen Dank, freut mich sehr. Da fallen die Abo-Sternchen ins Glas. Yay, danke schön. Hier war der Spawn-Punkt. Und nicht weit vom Stop-Born-Punkt haben wir hier unsere erste Hütte errichtet. Und aus der Hütte ist nach und nach ein ziemlich großes Langhaus geworden. Ich kletter mal kurz auf den Turm, den ich da vor kurzem erst errichtet habe. Dann zeige ich euch das mal so ein bisschen von oben. Falls ihr Valheim nicht kennt, es ist wirklich so cool, weil man kann im Valheim nicht wie in Minecraft beispielsweise einfach beliebig bauen, wie man will. Und man hat am Anfang halt ein Dreckhaus und dann macht man ein Steinhaus draus. Aber eigentlich ist alles egal. Sondern man hat wirklich quasi eine Stress-Simulation. Wie nennt man denn das? Die Physik der einzelnen Teile wird simuliert. Und die Belastung der einzelnen Teile, je größer man baut und je höher man baut, desto schwerer wird diese Belastung. Und man muss wirklich, äh, also die Stützbalken sind nicht nur zur Dekoration quasi. Und man muss wirklich teilweise ein bisschen planen und stützen, damit man bauen kann. So, hier ist unser Langhaus, das ich gebaut habe, über ein Wochenende hinweg. Ziemlich früh im Spiel. Da hatten, da waren wir glaube ich gerade so im Kupferzeitalter angekommen. Ja, müssen wir, sonst hätte ich keine, keine, kein Hartholz. Aber ja, genau. Und das war ursprünglich alles Wald hier. Ja, also das war schon so eine kleine Lichtung. Aber wir haben den Wald schon sehr stark zurückgedrängt. Äh, ich habe so ein größeres Gebiet mit Palisadenzaun eingegrenzt. Hier ist unser Feld. Da habe ich ein bisschen was angepflanzt. Die gut gesicherte Schweinefarm. Weil diese blöden Zwerge die ganze Zeit meine Schweine attackiert haben. Jetzt habe ich die dreifach eingezäunt. Das hat geholfen. Und dahinter geht es nochmal ein bisschen weiter geländemäßig. Aber nicht viel. Und ich habe ein paar kleine Gebäude. Ich weiß nicht, ob man von hier eins sieht. Man findet ja ab und zu so Ruinen. Und die Ruinen, die ruinierten Gebäude hier in diesem Gebiet habe ich renoviert. Nur so zum Spaß. Damit es hübsch aussieht. So, dann schauen wir uns mal unser Langhaus von innen an. Das Witzige ist, ich wollte auf dem Server schon ganz am Anfang ein viel kleineres Langhaus bauen. Aber habe irgendwie quasi die Biegung verkehrt gemacht. Ich habe die quasi nicht, also diese halbkreisförmige Biegung, die so ein Langhaus typischerweise hat, so wie hier, habe ich eben nicht vorne am langen Ende gemacht, sondern an der Seite am breiten Ende. Jetzt sah das eher aus wie so ein kleiner Militärbunker oder sowas. War halt dann unser Breithaus. War auch nicht schlecht. Aber ja. Ich habe es dann ein bisschen gepatcht. Oh, wartet mal. Mir fällt ganz kurz was ein. Ähm. Ich muss mich schnell auslocken. Ich habe nämlich geschrieben, dass ich zwar mit den anderen beiden nicht reden kann, aber ich wollte eigentlich den Alt-Server aufmachen, damit die anderen wenigstens, ähm, einsteigen können, wenn sie wollen. Auch wenn ich halt nicht kommunizieren kann. Deswegen starte ich kurz nochmal Alt-Server. Ja, ich habe halt einfach so lange jetzt Urlaub gemacht, Abraxe. Da laufen die Abos schon mal ab. Hat das irgendeinen Nachteil für dich? Nein. Nein, aber hier, mir wird eh angezeigt, hat 18 Monate lang wiederholt abonniert. Also, das, das, ähm, ähm, Twitch vergisst nicht dein, dein langjähriges, über, über einjähriges, zumindest eineinhalbjähriges Abonnement ist nicht vergessen. Vielen Dank. Ach so, genau. Wartet mal. Nein. So, das ist mein Langhaus von vorne. Nachdem irgendwann mal ein Troll gekommen ist und hier eine ordentliche Ecke aus dem Haus gehauen hat mit seiner Keule, habe ich angefangen, hier so ein paar, wie nennt man denn die, Palisaden-Dingis zu bauen. Haben die einen Namen im Spiel? Ich weiß gar nicht. Sharp Stakes. Genau. Spitze Stöcke habe ich halt gemacht. Ne, für dich hat es keinen Nachteil, dann ist gut. So, hier, treten Sie ein, kommen Sie näher. Hier haben wir den Kochbereich, äh, mit, äh, einer, äh, Feuerstelle zum Fleisch, äh, überm Feuer rösten, räuchern, kochen und einem Kupferkochtopf. Was, glaube ich, eine ziemlich schlechte Idee ist, ne? Kupfer ist, glaube ich, in Wirklichkeit echt ungesund, um das als Kochtopf zu benutzen. Da löst sich doch, bei Kupfer ist das doch so, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da lösen sich irgendwie wirklich irgendwelche Teile aus dem Kupfer und dann vergiftet man sich und kriegt grüne Haare. Das ist gar, das ist kein Scherz. Ich glaube wirklich, da lagert sich sogar irgendwas dann in den, in den, in den Fingernägeln oder Haaren ab und, ähm, das heißt, man wird nicht nur krank, man sieht auch noch irgendwie lustig aus. Aber ich meine, eigentlich, es sind ja, also, die grünen Haare, ich glaube, das ist das geringere Übel. Das kann ja sogar cool aussehen, wer weiß. So, hier haben wir unser Schlafzimmer. Schön dekoriert, damit wir einen hohen Komfortwert haben, weil Komfort ist wichtig in dem Spiel. Weil je komfortabler unsere Wikinger schlafen oder chillen können, desto länger hält der Rested-Bonus und der beschleunigt unsere Regeneration, wenn wir dann auf Abenteuer gehen. Deswegen sind die ziemlich wichtig. So, neben dem Kochplatz haben wir unsere kleine Werkstatt. Überall sind die Fackeln ausgegangen. Ah, die sind aber auch nervig. Ständig muss man Harz dran schmieren, sonst brennt die nicht mehr. Genau, mit unserer normalen Werkbank und unserem Schmiedetisch hier und ganz viel. Das finde ich wirklich, äh, wirklich, Valheim hat so viel clevere Game-Design-Ideen. Das Spiel ist ja so ein bisschen Minecraft plus Zelda Breath of the Wild plus Dark Souls und alles in einen Topf geworfen und gut durchgerührt. Ähm, Esrock, danke schön fürs Follow. Und das Jahr ist voll. Zwölf Monate. Ja, genau. Coolio, vielen, vielen Dank dafür. Super nett von dir. Ähm, genau. Das bedient sich eben wirklich vieler cleverer Spielelemente aus verschiedenen Spielen, die man schon kennt, aber fügt auch wirklich einige clevere Ideen hinzu. Und was ich vor allem eben zum Beispiel super schön finde, ist die Werkbank-Upgrades. Und dass man nicht nur einfach irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, eben wie in anderen Spielen halt einfach eine Taste klickt und dann steht da, ui, Werkbank Level 2 passt. Dann macht's bling und die Werkbank ist hochgelevelt und fertig. Sondern dass man hier quasi Komplementärteile, die zur Werkbank passen, wirklich in den Raum stellt. Und dadurch wird dann die Werkbank in der Nähe im Level erhöht. Weil dadurch, ähm, wird die Werkstatt gleichzeitig dekoriert. Und man sieht quasi wirklich diese Entwicklung. Am Anfang steht da irgendwie nur so eine nackte Werkbank rum. Und dann hat man eben diese Lederer-Station und Holzfällerteile und auch hier den Eimer und das da, was auch immer das ist. Ein Amboss und so weiter, ne. Ich finde, das ist einfach so eine schöne Idee. Ich finde das total toll. Das gefällt mir gut. Genau, da oben haben wir noch ein zweites Zimmer. Das ist noch ein bisschen minimalistisch. Und ein Kamin. Ja, der funktioniert sogar. Die Rauchphysik in dem Spiel finde ich faszinierend. Im Haupthaus kann ich aktuell leider noch kein Kamin bauen, weil ich bin hier wirklich auf maximales Stresslevel. Das Dach ist so kurz davor einzubrechen. Wenn ich irgendwas draufbaue, stürzt alles ein. Ich musste hier sogar, wie ihr seht, ein paar Balken an die Decke kleben. Hier musste ich auch komische Konstrukte teilweise machen, damit das überhaupt hält. Weil es ist wirklich quasi knallrot, wenn ich den Stressometer aktiviere. Wenn ich die Belastung der Balken mir anschauen kann. Aber wenn wir mal die eisenverstärkten Streben haben, werde ich das ein bisschen stabiler nochmal aufbauen. Und dann kommt da oben nochmal ein schöner Kamin hin, damit der Rauch abzieht. Ich glaube, das sieht dann auch cool aus. Hier im Schlafzimmer habe ich zumindest einen kleinen Kamin gemacht, damit der Rauch da abziehen kann. Denn sonst ersticken wir im Schlaf immer. Und das ist auch unangenehm einfach. Deswegen war der Kamin eine gute Idee. Vor allem im oberen Stockwerk war die Rauchentwicklung nicht schön. Na schön, da haben wir unseren Schmiedebereich mit unseren Kohleöfen und unseren Schmiedeöfen. Das ist auch sowas Schönes in dem Spiel. Ah, Valheim hat so clevere Ideen. Dass man die Rohstoffe nicht nur in Kisten lagern kann. Wenn man will, kann man das machen. Ist okay. Sondern, dass man eben auch Haufen machen kann. Item-Haufen. Und die reißt man dann ab und kriegt die 50 Stück, die ich jetzt gerade platziert habe. Das ist so gut. Das finde ich so schön. Und hier gegenüber von unserer Festtafel habe ich eben auch unser Holz- und Steinlager. Das war schon voller. Da habe ich ganz schön was rausgeholt. Aber das finde ich so ein schönes Detail. Einfach clever. Ah, ja, ja. Äh, Unterkrähe, glaube ich, oder? Cool, dass du mit dabei wirst. Freut mich. Gibt es da nicht eine Vault, die ständig und immer häufiger Defekte hat? Um die Bewohner auf Stressbelastung zu testen. Ach so, in Fallout meinst du? Ja, das kommt mir bekannt vor. Aber ich könnte es dir jetzt auch nicht mehr sicher sagen. Das ist vielleicht eine von den Vaults, die nur irgendwo erwähnt werden. Ich muss mein eigenes Vault, alle Vault-Video mal wieder angucken. Aber das kommt mir sehr bekannt vor. So eine Vault, die in unregelmäßigen Abständen immer wieder kleine Defekte hat. Einfach nur, um zu ärgern. Nichts Lebenbedrohliches. Nur so Kleinigkeiten. Ich glaube schon, dass es sowas gab. Genau, das ist eben unser Lagerbereich. Und hier hinten ist noch relativ leer. Aber hier kommen die ganzen Teleporter hin. Und hier haben wir auch schon einige Teleporter aufgestellt. Zum Beispiel zum Spawnpunkt. In die Berge. Aber da trauen wir uns aktuell noch nicht hin. Zum Händler. Und zu unserem Strandhaus. Das ist unser erster richtiger Außenposten im Grunde. Da gehe ich jetzt mal hin. So. Unser Strandhaus ist ein ziemlich cooler, strategischer Punkt eigentlich zum Ressourcen sammeln. Wir haben den quasi direkt am... Ja, so in einem Blackwood gebaut. Hey, wo kommst du denn her? Geh bitte. So, wir haben den direkt hier am Black Forest gebaut. Und zwar direkt am Strand, an der Küste. Damit wir auch hier von unserem Hafen auf mit unserem Boot auf Expedition gehen können. Und gleich da drüben ist so ein kleiner Bereich Plains. Wo man so ein paar Gegner spawnen kann. Gerade für die Moskitopfeile super. Und links und rechts haben wir außerdem noch ganz viel Sumpf. Wo wir Zutaten für die guten Lebensmittel kriegen. Apropos gute Lebensmittel. Mampf, Mampf, Mampf. Genau, das ist so ein bisschen der Außenposten. Und hier haben wir auch unsere Eisenschmiede eingerichtet. Das ist nämlich auch, finde ich, ein cleveres Game Design. Denn man kann Teleporter bauen, wie ihr schon gesehen habt. Man kann überall, wo man schon war, im Grunde hin und her reisen. Das ist alles kein Problem. Aber Erze und Metallbarren kann man nicht teleportieren. Fertige Ausrüstung aus dem Material, komischerweise schon. Ich weiß nicht, logisch ist das nicht. Aber auf jeden Fall haben wir hier jetzt quasi Eisenverarbeitung in unserem Strandhaus. Und nicht in unserer Hauptbasis. Denn unsere Hauptbasis ist hier oben. Quatsch, hier oben. Wir sind dann einen ziemlich weiten Weg auf der Suche nach einem Sumpf gesegelt. Und haben uns hier niedergelassen, weil wir da sehr viel Sumpf an den Küsten gesehen haben. Links und rechts. Leider hat sich herausgestellt, das sind lauter winzige Sümpfe. Aber zum Glück war gleich hier unten ein ziemlich großes Sumpfgebiet. Da konnten wir viel Eisen aus den Krypten holen. Und hier quasi in unser Haupthaus bringen. Und hier haben wir jetzt einen kleinen Außenposten errichtet. Neben dem guten großen Sumpf. Und jetzt ist meine Aufgabe für heute, das will ich heute auf jeden Fall im Stream jetzt machen, dass wir von unserem Außenposten hier das ganze Eisenerz mit dem Schiff quasi hier hoch schaffen. Zu unserem Strandhaus Außenposten, wo wir das Eisen dann weiter verarbeiten können. Weil, lasst mich mal kurz überlegen. Wir haben das Eisen hier nämlich fair geteilt. Damit jeder den gleichen Anteil kriegt. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel jeder gekriegt hat. Wartet mal schnell. Ich muss schnell schauen. Wie viel ein Schwert und ein Schild kosten. Zehn. Wahrscheinlich zwanzig, ne? Oh, dreißig sogar. Ah ja. Dann hat jeder, glaube ich, vier und dreißig gehabt. Genau. Sechs sind quasi noch übrig. Die gehören noch einem Spieler, der seitdem nicht mehr online war. Und ich werde jetzt nochmal über dreißig holen. Das heißt nochmal zehn für jeden. Dann schauen wir mal, dass ich mir vielleicht noch Upgrades mache. Oder vielleicht auch ein neues Rüstungsteil oder so. Mal gucken. Jetzt räume ich mal kurz das Zeug in die Kiste. Ich glaube, wir legen uns mal kurz hin. Gute Nacht. Hallo Retro Games, wie geht's? Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du gekommen bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Gehen wir mal zurück in unser Haupthaus. Und dort. Von dort aus teleportieren wir uns jetzt in unseren Außenposten. Ich muss kurz überlegen, ob ich irgendwas brauche. Aber eigentlich nicht. Ich packe mir die Taschen voller Eisen. Und dann geht die große Reise los. Okay. Wenn wir Rückenwind haben und eine ruhige Fahrt haben. Ruhiges Meer haben. Keine Monster. Dann sind wir nullkommanix in unserem sicheren Hafen. Wenn wir Pech haben, dann... Fucking Apokalypse. Aber so ist es halt. So, hier habe ich ein kleines Ruderboot. Nicht unser großes Hauptboot. Das große Boot will ich alleine nicht benutzen. Sonst passiert noch was und es geht kaputt. Und dann sind die anderen sauer auf mich. Das will ich nicht riskieren. Oh, das Boot ist aber ziemlich kaputt. So, besser. Das steht hier schon eine ganze Weile. Das hat wohl der ein oder andere Sturm schon ans Ufer geschwemmt. So, hier ist unser kleiner Außenposten. Ich packe mal... Oh ja, genau. Wartet mal. Da muss ich, glaube ich, mehrmals gehen. Das ist ziemlich schwer, das Zeug. Na, komm. Ja. Zum Glück hat das Boot einen kleinen Lagerraum. Immerhin. Den stopfen wir jetzt mal voll. Hi, Oroko. So. Ja, das Zinn brauchen wir eh nicht unbedingt. Ich nehme jetzt noch... Ja, die drei können hier bleiben. Die braucht kein Mensch. Na schön. Kupfer brauche ich eigentlich fast nur noch aus dekorativen Gründen. Ansonsten ist das Kupferzeitalter für uns erstmal vorbei. Okay. Ich habe irgendwas vergessen. Ich glaube, ich wollte eine Harpune mitnehmen. Vorsichtshalber. Aber passt schon. Ah, Hilfe. Ich wollte das Boot nur ein bisschen vom Ufer wegschubsen. Nicht drunter durchschwimmen. So, das sieht schon besser aus. Na, dann schauen wir mal. Wir haben aktuell Wind. Aber keinen netten Wind. Nee, ganz und gar nicht. Naja, egal. Schauen wir mal. Äh. Äh. Donk. Ist schon gut. Ist nur ein Kratzer. Na gut, dann müssen wir wohl mit Impulsantrieb reisen erstmal. Hey, man hat nie. Ohne Witz, oder? Das Spiel weiß, wo ich hin will. Und hat immer möglichst ungünstigen Wind. Ich möchte jetzt nicht zu weit auf den Ozean raussegeln. Weil wir nicht wissen, was uns da erwartet. Unter Umständen nichts Schönes. Aber ich möchte auch nicht zu nah am Sumpf vorbeifahren. Weil die Blutegel können durchaus problematisch auch fürs kleine Boot hier werden. Äh. Aber wenn man, wenn man keinen Rückenwind hat. Jetzt versuche ich so ein bisschen irgendwo zwischen Sumpfufer und hin und her zu segeln. Naja. Da waren nämlich Fische. Das wahrscheinlich auf jeden Fall. Und zwar unter Umständen, wenn wir Pech haben, sehr große böse Fische. Oder Reptilien oder so. Alles. Und hallo, Grummel-Chenip übrigens. Oder, oder. Ich sage einfach Grummel. Was ist ein Grummel? Ach, Grummelchen. Let's Play. Jetzt verstehe ich es. Ich glaube, dass die, die Eingebung hatte ich schon mal. Ne? Dass ich deinen Namen verstanden habe. Ich habe es nur wieder vergessen. Grummelchen. LP. Was Grummel-Chan? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich bleibe bei Grummel. So, super. Es ist super stürmisch. Wir haben Gegenwind. Jetzt fehlen nur noch ein paar Monster. Ein paar sieben Monster. Dann wird die Reise perfekt. Hallo, Löffelkreis. Ungefähr 100 Mal hatte ich das schon. Ja, ich glaube. Sorry. Ich habe es nicht so mit Namen. Aber das Wortbild, ne? Das ist echt immer lustig. Am Wortbild erkenne ich die Leute wieder. Aber ich lese die Namen quasi nicht bewusst. Ich erkenne die sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Ich erkenne das Wort wieder vom Aussehen her. Ohne es bewusst zu lesen. Oh, wir kriegen, wir kriegen ein bisschen Seitenwind immerhin. Jawohl. Dann gehen wir mal auf Warp 3. Mehr Warp hat das Schiff nicht. Aber ich meine immerhin. Nee, warte mal. Wenn das Impulsantrieb ist, dann ist das Warp 2. Dann haben wir nur Warp 2. Ich habe gelogen. Wie schnell ist ein Warp 2? Kann man Warp in Lichtgeschwindigkeit umrechnen? Ich habe sogar mal die Frage wirklich mir schon mal gestellt und in einem Star Trek Wiki nachgelesen. Und das große Problem, das sich durch die Reihe zieht... Ah, der Sturm hört auch auf. Guckt euch das an. Es ist ja wunderbar hier. Das große Problem ist, dass niemand weiß, wie schnell Warp wirklich ist. Weil durch die Serie hindurch und gerade durch die verschiedenen Serien hindurch verändert sich Warp-Geschwindigkeit teilweise ganz schön krass. Und deswegen ist das schwierig. Abraxe, dankeschön für die 200 Bits. Das Glas wird aufgefüllt. Dankeschön. Freut mich. Wann kommt der Cookie-Klicker-Stream? Ich spiele tatsächlich... Es gibt einige... Also jetzt nicht Cookie-Klicker, aber es gibt einige so Autoclicker-Spiele. Oder wie nennt man denn die? So Klicker-Spiele. Ja, so Cookie-Klicker-Klone, die ich ziemlich cool finde sogar. Die ich tatsächlich gerne spiele. Es gibt ein so geniales Spiel. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Aber wenn ihr da noch googelt, findet ihr es bestimmt. In dem stellt man Büroklammern her. Der Sinn des Spiels ist, man ist quasi eine KI, die Büroklammern herstellt. Und man kann da dann verschiedenen Parametern drehen. Und wie das halt in solchen Spielen so ist. Am Anfang klickt man ganz oft. Und für jeden Klick kriegt man eine Büroklammer. Und dann kann man immer effizienter werden und effizienter werden. Dankeschön, Bad Wolf für die Bits. Genau. Und letztendlich wird man dann immer effektiver. Macht immer mehr Büroklammern. Kann durch Büroklammern neue Bonis freischalten. Und irgendwann kommt dann die Menschheit und sagt so, hey, du machst viel zu viel Büroklammern und verschwendest unsere Ressourcen. Aber wir sind eine KI, die drauf programmiert ist, Büroklammern zu machen. Also muss die Menschheit als Hindernis für unsere Büroklammerproduktion ausgeschaltet werden. Das machen wir am Anfang mit Gedankenkontrolldrohnen, die wir dann aus unseren Büroklammern herstellen. Und es eskaliert immer mehr und mehr. Und am Schluss baut man quasi Space-Drohnen, die das ganze Universum abernten, um Büroklammern herzustellen. Und man kämpft dann gegen irgendwelche außerirdischen Streitmächten. Aber es geht nie darum, dass die wirklich gefährlich für einen werden könnten. Sondern es geht immer nur so um Optimierung. Wie viele Büroklammern steckt man in die Kampfdrohnenproduktion, damit die Aliens nicht nervig werden und man optimal viel Büroklammern aus dem Planeten erbeuten kann. Und das ist ein super witziges Spiel. Also sowohl die Prämisse finde ich einfach so witzig und so clever, dass wir einfach eine KI sind, die das ganze Universum möglichst effektiv in Büroklammern umwandelt. Weil darauf sind wir programmiert. Und auch das Spiel an sich ist ganz nett. Und das ist im Grunde so ein Cookie-Clicker-Klon. Insofern mag ich so Spiele teilweise echt ganz gerne. Aber ich habe nicht vor, die zu streamen. Weil die halt auch im Hintergrund laufen. Das sind halt so Spiele, die lässt man teilweise auch einfach mal ein paar Tage im Hintergrund weitergrinden für einen. Mensch, jetzt wüsste ich echt gerne, wie das heißt. Das ist ein tolles Spiel. Oh, der Wind dreht sich. Hör auf, dich zu drehen, Wind. Hör auf. Ja, 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 das ist noch okay. Braver Wind. Das heißt Universal Paperclips. Ah, super, dankeschön. Das ist von HeavyPel. Das wusste ich gar nicht. Ah, ja, super, danke für die Info. Das freut mich, dass ich das nennen konnte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach so absurd und so bizarr ist und witzig. Aber eben auch so ein realistisches Szenario im Grunde. Eigentlich kann ja durchaus mal passieren, dass so eine sehr effektive KI einfach mal in seiner Produktions, in seinem Produktionswahn, in seiner Effektivität halt die Menschheit auslöschen muss, weil die steht halt im Weg, damit sie super effektiv sein kann. Wenn man nicht aufpasst, wenn man die blöd programmiert oder zu gut, ist das gar nicht so unrealistisch. Und im Endeffekt geht es ja genau darum, nee, nee, das ist jetzt ein Spoiler. Das sage ich lieber, ich rede lieber nicht mehr weiter. Aber so ähnliche Settings gibt es ja öfter im Grunde, ne? Nur ist es hier eben durch die Büroklammern besonders absurd oder witzig halt. Aber der Gedanke ist ja überhaupt nicht abwegig. Von denen gibt es auch eins, das Anti-Meta-Dimensions heißt. Okay, cool, gut zu wissen. Das schaue ich mir nachher echt mal an. So, ja, die Reise war ziemlich ereignislos und chillig, würde ich sagen. Das ist ziemlich gut gelaufen. Zwerg, bitte geh weg. Mach nicht mein Boot kaputt. Kann das eigentlich sein, dass Zinn schwerer ist als Eisenerz? Und wenn ja, ist das in Wirklichkeit auch so? Würde mich gerade interessieren. Wartet mal kurz. Ich will das mal kurz vergleichen. Ich habe nämlich das Gefühl, nein, Eisen ist sogar schwerer. Oh, das habe ich ganz falsch eingeschätzt. Ich dachte nämlich wirklich, irgendwie Zinn ist schwerer. Cool, yo. Das freut mich jetzt, dass wir das Eisen hier so problemlos hergebracht haben. Ich hätte es jetzt für den Stream, damit Spannung aufkommt, auch cool gefunden, wenn wir auf dem Weg tolle Abenteuer erlebt hätten. Aber ehrlich gesagt bin ich ein bisschen erleichtert, dass wir eben keine Abenteuer erlebt haben. Packen wir schnell das Black Metal weg. Drüben von der Steppe kommen nämlich ab und zu so kleine Goblins hierher. Und die sind echt harte Gegner, aber das kriegen wir schon ab und zu hin, die zu besiegen. Und die droppen eben Black Metal. Und das ist irgendein super hochleveliges Metall, das wir noch gar nicht verarbeiten können. Aber wenn es mal soweit ist, wir die Technologie haben, das zu verarbeiten, dann geht es aber los hier. Ah! Nein, lass los. Mein Gott, was ist denn da so schwer? Ach so, ich habe so viel Eisen dabei. Das ist so schwer. Ich hätte so gerne, aber ich meine, das Spiel ist ja noch in der Beta, ne? Ich hätte so gerne eine Taste, auf die ich drücke, die mir einfach das Inventar voll macht. Einfach nur mein Trage-Limit auffüllt und den Rest drin lässt. Das wäre echt super. Wir müssen jetzt dann Holz hacken. Holz hacken ist in dem Spiel meine mit Abstand absolute Lieblingsbeschäftigung. Das ist so schön. Die haben so eine schöne Physik für das Holzfällen. Finde ich total... Ist wirklich total schön gemacht. So, holen wir noch schnell die restlichen Erze in unsere Basis. Und dann, glaube ich, gehen wir ins Bett, oder? Autsch, Autsch. Ich habe mich gerade meinem eigenen Spitzenstock gestochen. Aber die Spitzenstöcke hier haben uns schon so manches Mal das Leben gerettet. Mittlerweile haben wir schon unsere ersten Eisenwaffen und so. Aber am Anfang, als wir hier mit unseren Kupferknüppeln waren, und da kamen die ersten Goblins von da drüben und die ersten Ertrunkenen, also Draugr von da, da war es nicht mehr lustig, teilweise. Und da waren die Spitzenstöcke um unsere Basis herum schon echt... Echte Lebensretter. So, das Spiel hat vor kurzem jemand ver... 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 verwendet. An welchem Punkt unsere aktuellen KI... wir... ach so. Ja, ich habe gerade deinen Text gelesen, Abraxe, und habe mir gedacht, ich verstehe nicht, was er sagen will. Und dann, genau, schreibst du, warum kann man die Texte nicht bearbeiten. So geht es mir auch immer bei WhatsApp oder so Messengern. Das nervt mich so, dass ich da mein Geschriebenes nicht bearbeiten kann. Ich schreibe das immer so mit einem halben Auge auf dem Display zusammen und drücke auf senden, und dann lese ich es irgendwie nochmal und denke mir, um Gottes Willen, was habe ich da wieder fabriziert? Das kenne ich. Oh, wartet mal kurz. Es hat geklopft. Ich habe vielleicht den Schlüssel stecken lassen, und die Merlin kommt gerade heim. So, da bin ich wieder. Das Spiel hat vor kurzem jemanden als Beispiel verwendet, um den aktuellen Stand unserer KI zu beschreiben. Das kann sich gewaltig in die Richtung entwickeln, aber sie ist nicht in der Lage, über Konsequenzen nachzudenken und darauf zu reagieren. Ja, ja, genau. Eben, das ist ja gerade das. Aber das ist ja auch schon in der Popkultur, in der Science Fiction, ein absolut totgekautes Thema. Von Asimov bis, ja, bis moderne, aktuelle Videospiele und Filme ist ja das Prinzip einer eskalierenden KI, die im Grunde nicht böse ist. Also so wird es ja manchmal auch dargestellt in so Hollywood-Streifen. Aber eine KI, die eben nicht böse ist und einfach nur effizient ist und das macht, worauf sie programmiert ist und dadurch halt eben die Welt vernichtet und die Menschheit vernichtet, ist ja eben ein sehr naheliegendes und plausibles Thema, das auch eine echte realistische Gefahr ist und werden könnte. Ist eben noch nicht unbedingt, aber werden könnte auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt machen? Lesen, reden, spielen, Tür aufmachen, 100 Sachen. Bäume fällen, jawoll, geben wir Bäume fällen. Damit wir Kohle für unsere Eisenverarbeitung kriegen. Bäume fällen, ist toll. Oh, Disteln, die pflücke ich mal. Die braucht man zum Kochen. Man kann nämlich, das ist so ziemlich, das ist eines der widerlichsten Videospiel-Mahlzeiten überhaupt, gibt es in dem Spiel. Man kann nämlich Wildschweinfleisch gemeinsam mit Disteln in den Darm von Draugr stopfen, um Wurst rauszumachen. Und Draugr sind in dem Spiel im Grunde so ertrunkene Monster-Zombies, so Wasserleichen-Zombies. Und dass man die Innereien dieser Wasserleichen für seine Wurst benutzt, ist schon, es ist halt echtes Wikinger-Essen, ne? Die kennen da nix. Wird schon wieder hier mit Steinen beworfen. Da will man einmal Bäume umhauen. Aber die droppen immerhin auch Holz. Lohnt sich jetzt nicht wirklich, die zu jagen, wenn man Holz grinden will, aber passt schon. Schade, dass man Hartholz, wir finden halt hier, weil wir hier im Schwarzwald sind, super viel Hartholz. Schade, dass man Hartholz nicht in den Ofen schmeißen kann. Aber macht ja nix. Und mit den Augen der Zwerge, die wir hier gerade töten, kann man tolle Tränke brauen. Aber das passt zum Tränkebrauen, finde ich, ne? So alte, magische Zaubertränke kommen immer irgendwelche weirden, ekligen Sachen rein, wenn man Hollywood glauben darf. Und insofern ist das total plausibel, dass man Zwergenaugen für irgendeinen Zaubertrank benutzt. Aber Wasserleichengedärme für Wurst ist schon... Das hat... Aha, naja. Sage ich mal. Geht's mal da nach oben und fällt die Bäume, die da ganz hoch sind, weil dann rollen die vielleicht runter und reißen beim Rollen noch andere Bäume mit. Das ist erstens effektiv und zweitens schön anzusehen. Was ist denn mit dir? Geh doch einfach weg. Ja, Kettenreaktion. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass einem die Bäume nicht erschlagen. Ich hätte ein bisschen minderwertigeres Essen mitnehmen sollen. Ich glaube, ich hole mir nachher noch mal ein bisschen Holzfälleressen oder ich esse einfach Blaubeeren. Wobei die halt eine gute Kochzutat wären. Ich glaube, ich gehe nachher wirklich zu Hause und hole mir so ein bisschen mittelmäßiges Essen, damit ich Ausdauer fürs Holzfäller habe, aber trotzdem nicht gleich hier die Supernahrung verbrauche. Als ob echte bayerische Weißwurst besser wäre. Also, ich meine, ich finde ehrlich gesagt auch schon ziemlich widerlich. Das stimmt schon, wenn man ganz normale Wurst mit Tierdarm macht und so weiter. Wenn man Tierfleisch in Tierdärme stopft. Wie pervers ist das eigentlich? Aber zumindest ist es keine vergammelte Wasserleichen. Also, ich meine, es ist halt auch ein bisschen gesundheitsgefährdend, wenn man Wasserleichen-Därme nutzt für seine Wurst, denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich schmeckt es auch nicht ganz so lecker. Gut gereift, ja, vielleicht. Ich meine, wir sind ja hier in Valheim, wo nur die mächtigsten Krieger hinkommen, um sich zu beweisen oder sowas in der Art. Vielleicht gibt es ja einfach keine Bakterien, die irgendwie Wasserleichen zersetzen und gesundheitsschädlich sind. Und deswegen ist das kein Problem. Das könnte sein. Außer, es kommen halt wahrscheinlich nur die mächtigsten Bakterienkrieger nach Valheim. Schätze ich mal. So funktioniert das wahrscheinlich, oder? Und davon gibt es halt nicht so viele. Deswegen ist das nicht so problematisch. Na ja, bringen wir mal das Holz heim. Das Hartholz, wie gesagt, können wir zwar jetzt gerade gar nicht brauchen für unseren Ofen, aber später für die Palisaden, die Spitzenstöcke, wenn wir die wieder upgraden müssen. Die gehen recht schnell kaputt. Die werden quasi nachts ununterbrochen von Zwergen angelaufen. Und wenn was Stärkeres kommt, bohren die sich schon mal ganz schön durch die Reihen hier durch. Also die Gegner durch die Spitzenstöcke, nicht andersrum. Also beides so ein bisschen. Aber da geht eben ziemlich viel kaputt. Da muss man immer wieder ziemlich viel neu aufbauen. Und ja, außerdem machen die hier dauernd unsere Werkbänke kaputt. Was super nervig ist. Ach. Aber dann kann ich die immer nicht mehr so günstig platzieren, wie die vorher standen. Ah, ja. Oh, oh. Oh, oh. Ah, Mist. Nein, Doppeltroll-Attacke. Oh, Gott. Ich habe mir schon gedacht, irgendwie bebt die Erde. Oh, gut, dass ich noch mein gutes Essen habe. Aber ich hätte es auch essen sollen. Ich habe überhaupt keine Ausdauer mehr. Oh, Gott. Und vor allem keine Lebensenergie, meine ich. Ich habe auch keine Heiltränke eingepackt. Das ist ungünstig. Lauf. Ach, du Scheiße. Warum bist du so schnell? Geh doch weg jetzt. Ich glaube, der Fallschaden war fast schlimmer als der Schlag, den ich abbekommen hätte. Okay. Ich muss mich... Ich habe keine Lebensenergie. Ich muss mich zurückziehen. Ich hoffe, dass die Fallen ein bisschen helfen. Und dann werde ich von unserem Zaun aus auf die schießen. Für was haben wir ihn denn? Ja! Haha! Oh, der macht mein Boot kaputt. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Aber nett ist es nicht. Yes! So, Troll Nummer 3 kriegen wir auch noch. Ah! Boot versunken. Versenkt. Marschtroll. Die guten Peile verbrauche ich gerade für die. Die guten Peile. Die habe ich mir eigentlich für andere Sachen aufgehoben. Da-da-la. Ach ja. So ist das manchmal hier in Valheim, ne? Gibt es in Valheim einen Singleplayer-Modus? Ja, klar. Das Spiel ist grundsätzlich Singleplayer. Ähm. Also ja. Grundsätzlich ist jede Welt eine Singleplayer-Welt. Man kann die aber auch Altserver aufmachen für andere. Ich spiele eigentlich hauptsächlich im Singleplayer. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass auch zwei Freunde von mir immer wieder mit dabei sind. Wir machen an den Wochenenden dann öfter so kleine Sessions. Aber ich habe im Grunde schon die meiste Zeit alleine gespielt und alles alleine aufgebaut. Und ähm. Also ich, ich. Mir hat, mir macht es sau viel Spaß. Mich hat das echt motiviert. Ich kann das nicht bestätigen, dass das jetzt im Singleplayer keinen Spaß machen würde. Ganz im Gegenteil. Aber das muss halt jeder selber wissen. Ich bin halt auch eigentlich nicht so der Multiplayer-Typ. Ich mag das eh nicht so. Ich spiele eh lieber für mich alleine. Und dann. Ja, genau. Kann man das sehr gut alleine spielen. Auf jeden Fall. Also es ist jetzt auf jeden Fall kein Multiplayer-Spiel oder sowas. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt. Man spielt das Spiel grundsätzlich erstmal im Singleplayer. Man kann aber bei jeder Welt ein Häkchen machen. Und dann ist es für den Multiplayer offen. Im Grunde genau wie bei Minecraft. Wenn man so will. Also früher zumindest. Bei der Java-Version. Nee, warte mal. Früher musste man wirklich einen Minecraft-Server machen, oder? Ach, was weiß ich. Vergesse den Minecraft-Vergleich. Aber ja. Der Schwierigkeitsgrad ist allein halt ordentlich. Aber man kann auch, glaube ich, den Schwierigkeitsgrad der Welt einstellen. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich finde es auf normal alleine schon schwierig. Da nimmt der Multiplayer natürlich den Schwierigkeitsgrad ganz schön raus. Aber ich mag das auch sehr gerne. Es ist halt schon so, dass man alleine neue Gebiete sehr vorsichtig nur erforschen sollte. Und wirklich gut aufpassen muss. Und jeder Gegner ist echt hart. Naja gut, die jetzt nicht mehr. Ich finde das so lustig. Habt ihr das gerade gesehen? Wenn man im richtigen Moment blockt, macht man so einen Konter. Und dann ist der Gegner benommen. Und das Witzige ist, das funktioniert auch bei Fernkämpfern. Wenn die Steine auf mich werfen und ich block die Steine im richtigen Moment, dann sind die Zwerge so von meinen awesome Blockkünsten überwältigt, dass sie für kurze Zeit so einfach fast ohnmächtig werden vor Ehrfurcht oder so. Oder wie man sich das auch immer erklären will. Auf jeden Fall funktioniert kritisches Blocken quasi auch gegen Fernangriffe. Was ich sehr schön finde. So, ich gehe jetzt mal kurz in unser Hauptlager. Und hole da erstens mal Nahrungsmittel zweiter Klasse. Und zweitens Kohle. Da haben wir nämlich sehr viel Kohle vorproduziert. Da nehme ich mal 100 mit oder so. Weil ein so ein Kohleofen produziert eben leider immer gerade nicht genug. Hä, was habe ich denn dabei? Oh, Eisenbahnen. Äh, produziert gerade nicht genug. Ach ja. Kohle, damit man eine Schmiede betreiben kann. Fast, aber eben nicht ganz. Man kann theoretisch mit bis zu 10 Personen auf einem Server spielen, wenn man will. So, lass mich kurz mein Zeug hier einsortieren. Abraxe, danke schön. Nein, meine Monster-Loot-Kisten sind absolut voll. Ich kriege, hey, ich muss ein paar Zwergenaugen. Ich schmeiße schnell ein paar Zwergenaugen in die Grube. Wir haben so viel, ich habe so viel Zwergenaugen. Und selbst wenn man da Kälteresistenz-Tränke machen kann, die man braucht für die Berge, brauche ich garantiert keine 8 Milliarden Zwergenaugen. Müllgrube, für was haben wir sie denn? Ernt mal schnell ein bisschen Honig. Den nehme ich, glaube ich, auch mit. Honig ist nämlich ein ziemlich gutes, unverarbeitetes Lebensmittel für Ausdauer. Wenn wir wirklich... Wobei, ich glaube, ich gehe gar nicht mehr mehr Bäume fällen, wenn ich jetzt hier Kohle hole. Na, aber vielleicht. Aber eigentlich, ich weiß auch nicht. Mal schauen. Ich nehme mal die Stöcke hier mit. Die kommen noch in den Ofen. Kann ich das alles mitnehmen? Wow, cool. Dann nehmen wir gleich über 150 Kohle mit. Ja, ha. Sehr schön. Ich muss trotzdem noch schnell aufräumen. Stein hier rein. Holz. Ich nehme ein bisschen Holz noch mit. Na, so viel nicht. Harz stecke ich gleich in eine von den Fackeln hier. Die Beeren. Die esse ich. So mache ich das. Die Disteln. Die kommen noch in die Gemüsekisten. Oh, die Gemüsekisten gehen auch über, ey. Ich bräuchte noch irgendein schlechtes Nahrungsmittel oder schlechter Karottensuppe. Aber da haben wir nicht mehr viel. Aber die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ah, da haben wir doch noch. Ja, nehme ich noch. Nee, ich nehme... Nee, nee. Wartet mal. Ich habe es mir anders überlegt. Ich... nehme noch Karotten mit. Aber nicht so viele. Und noch ein bisschen weniger. Na, komm schon. Nein! Wegen einem Kilo. Eine Karotte weniger. Nein! Noch eine Karotte weniger. So, da, da. Perfekt. Auf geht's. Ja. Ach so, warte mal. Die blöden Troll-Trophäen. Ich weiß nicht, warum die Gegner so viel Trophäen droppen. Was soll ich denn mit den ganzen Trophäen machen? Wo soll ich die denn überall hinhängen, bitte? Es gibt ein paar Gegenstände, die man mit Artefakten craften kann. Aber gut. Habe ich mich schon bei Abraxa bedankt für die Bits nochmal. Falls nicht, nochmal danke. Auf jeden Fall. Für das Auffüllen des Bitglases. Äh, nee, Quatsch. Strandhaus. Hi, das ist Railgun. Wie geht's? Wie geht's? So, da, da. Dann lasst uns jetzt einfach mal ein bisschen das Eisenerz verarbeiten. Dann können wir uns noch ein kleines Upgrade verpassen. Und dann treten wir vielleicht die große Reise an, dass wir von hier hier runterfahren. Ich weiß überhaupt nicht, was hier für eine Landmasse ist. Ist das irgendwo am Strand oder mitten auf einem Kontinent? Finden wir auf dem Kontinent irgendwo eine Meadow oder ein Black Forest für eine Basis? Alles Fragen, die ich nicht beantworten kann. Aber wir werden es rausfinden. Den Boss möchte ich jetzt im Stream alleine nicht bekämpfen. Weil so große Abenteuer, so große Kämpfe machen wir quasi immer gemeinsam. Also mit meinen beiden Freunden, mit denen ich auf dem Server jetzt immer gespielt habe. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Solange die nicht dabei sind. Aber so die in Außenposten errichten, das Gebiet erkunden. Mehr Eisen sammeln. Das auf jeden Fall. So, das dauert jetzt ein bisschen. Wenn wir Glück haben, können wir uns jetzt ein bisschen hinlegen. Da wird die Zeit beschleunigt. Ja, ja, gute Nacht. Das ist übrigens innerhalb der ersten 48 Stunden, äh Quatsch 24 Stunden, das zweiterfolgreichste aller Urlaubsvertretungsvideos geworden. Das ist doch auch cool. Warum habe ich hier Steine? Da bringen wir die Barren rein. So, ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt, aber es sind auf jeden Fall über, über 30 Eisen gewesen, die wir hatten. Oder waren es sogar über 60? Ich glaube schon, oder? Na, ja, aber sowas von. Ich habe jetzt sogar noch viele. Achso, Zinn habe ich jetzt versehentlich auch gemacht. Naja, warum nicht? Zinn ist doof. Niemand braucht Zinn. Ich finde die Animation, wenn wir überladen, ist so schön. Der sieht im Grunde ein bisschen traurig aus, unsere, unsere Wikingerin hier, oder? Eher so niedergeschlagen, so, na, überhaupt kein Bock. Schön ist es, wenn man im Multiplayer spielt und alle irgendwie überladen, gerade durchs Lager laufen beim Inventarmanagement. Und alle sind so, äh, das mag ich immer. So, was machen wir denn jetzt, während das hier brät, beckt, graftet? Wir könnten noch ein paar Bäume fällen und gucken, ob wir beim Baum fällen zufällig Abenteuer erleben. Ich meine, warum nicht? Ah, wartet mal. Ich packe das in die andere Kiste. Bäume fällen ist immer gut. Naja, aber eigentlich macht Baum fällen keinen Sinn. Wisst ihr was? Wir gehen in den Sumpf. Weil Blutegelblut kann man sehr gut für Suppe brauchen. Das ist auch, das Spiel ist widerlich. Aber das Blut von Blutegeln brauchen wir für eine Suppe, die ein sehr gutes Nahrungsmittel ist. Und die Därme von den Trauger können wir eben sehr gut für Wurst gebrauchen. Deswegen verkeh ich jetzt kurz ein bisschen farmen. Oh, vielleicht finden wir sogar eine Abomination. Oh, das wär cool. Einer von meinen Mitspielern, der jetzt eben leider nicht online ist, will sich ja aus dem Abomination-Wurzeln eine Rüstung bauen. Und die hab ich für ihn ein bisschen gegrindet seit dem letzten Mal. Schauen wir mal. Warum liegt eigentlich so viel Holz? Was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Ich nehm das mal mit. Das ist schon irgendwie auch cool. Die Skelette waren mal echt ernstzunehmende Gegner. Und die Trauger waren noch bis vor kurzem richtig, richtig gefährlich. Aber jetzt, wenn man sich ein bisschen gut anstellt und die gut kontert, das war kein Konter. Dann sind die auch kein Problem mehr. Ein paar Igel. Na komm. Igel. Bleib doch hier. Wo will er denn hin? Oh, die haben mich aber gut vergiftet. Das war grad gar nicht so ungefährlich. Da hab ich nicht so gut drauf geachtet grad. Dankeschön. Die Trophäen werfe ich raus. Braucht kein Mensch. Nehmen wir lieber noch ein bisschen Blob mit. Hier das U's, das die Schleims fallen lassen. Rotten. Na super. Das ist nämlich auch eine gute Kochzutat. Natürlich. Verrottete Schleimbatzen. Blut aus einem Blutegel und die Därme eines Trauger. Damit kochen echte Wikinger Dedikatessen. So ist das. Wir sind schon mächtig. Also das ist echt krass. Ihr wisst das ja nicht, wie es vorher war. Aber als ich hier noch mit Kupferschild und Kupferschwert unterwegs war und meiner Stufe 3 Kupferrüstung war das hier ein unglaublich tödliches Gebiet. Und jeder Trauger war alleine schon echt gefährlich. Und jetzt mit der Stufe 4 Kupferrüstung, die ich nochmal abgegradet hab, und dem Eisenschwert und dem Eisenschwert und dem Eisenschild auf der ersten Stufe kann ich halt hier durchmähen wie Nachbars Lumpi. Das ist schon sehr cool. Hey, the Cluedo plus 5. Hallo, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Raiden. Cluedo and the Five. Könnte eine coole Band sein. Na gut, gehen wir mal zurück zur Schmiede. Wahrscheinlich hatte ich schon wieder eine Runde Kohle verbrannt. Und ein bisschen... Ja, ein bisschen wenig Därme. Aber sonst haben wir ein bisschen nützliche Sachen gefunden. Und uns die Zeit ein bisschen vertrieben. Und unseren Schwertkampf-Skill hochgelevelt. Wo sind wir da jetzt eigentlich? Ich hab nämlich anfangs ganz lang mit Axt gekämpft. Ah ja, hab ich schon bei weitem überholt mittlerweile. 35, cool, cool. In dem Spiel, das ist so ein bisschen wie in den Elder Scrolls-Spielen, wird man dem besser, was man benutzt. Aber so richtige Perks gibt's im Grunde nicht. Das ist nur so ein prozentualer Bonus. Ja, war cool. Ich hab wirklich die ersten zwei bis drei Wochen im Urlaub war ich echt noch gestresst im Grunde. Zum einen wegen den Urlaubsvertretungsvideos und zum anderen auch so ein bisschen privat. Aber vor allem hab ich auch einfach wirklich diesen Arbeits... Weiß ich nicht. Diesen Workflow, dieses Gefühl von, ich müsste was machen, einfach nicht aus dem Kopf gekriegt. Aber zumindest die letzten Wochen konnte ich dann nochmal wirklich richtig entspannen. entspannen. Oder die letzte Woche zumindest. Zum Glück. Aber ja. Und vor allem viele neue, coole Ideen, die ich jetzt halt auch nur umsetzen muss. Das ist immer das Problem. Wie geht's eigentlich dem Schiff? Weil das steht hier schon ewig im Hafen unbenutzt. Ah, das ist noch ziemlich gut. Und immer wenn so ein Sturm ist, wird das immer hier links und rechts gegen die Hafenwände gehauen. Aber das hält das aus anscheinend. So, ich muss mal kurz das Inventar ein bisschen ausräumen. Hier, das sind einfach so unsortierte Zwischenlagerkisten. Da kommt im Grunde einfach alles rein, was wir gerade aktuell nicht brauchen. Und irgendwann wird das dann mal ins Hauptquartier einsortiert. So, da la. Und das mache ich übrigens wirklich. Das ist kein Irgendwann im Sinne von Ja, ja, Irgendwann. Sondern ich mache das echt regelmäßig. In Ordnung muss sein. Zumindest in meinen Crafting-Aufbau-Videospielen. Okay. Wir haben noch über 30 Eisen. Okay, gut. Ich bin ein kleines bisschen überladen. Wenn ich vielleicht noch ein bisschen erzlos werde und Kohle, vielleicht könnte ich alles im Inventar... Ja, cool. Müssen wir nichts am Boden werfen. Ich mag das immer nicht, wenn das wertvolle Zeug am Boden rumliegt. Ich habe immer Angst, dass es despawnt. Was nie passiert oder so in dem Spiel eigentlich. Aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher. Deswegen ist es mir immer lieber, wenn ich es wirklich im Inventar habe. So, es ist eh schon so spät eigentlich. Vielleicht können wir uns sogar schon hinlegen. Ich stopfe noch mal den Ofen voller Kohle. Und dann kann die Nacht wieder durchschmelzen, während wir im Bett liegen. Nein, es ist leider noch nicht spät genug. Es sieht schon so nach Abendrot aus, ne? Sonnenuntergang. Ich kann das immer ganz schwer einschätzen, weil ich habe das Gefühl, 90% des Tages sind entweder Morgenrot oder Abendrot. Und deswegen ist es immer echt schwer, festzustellen, wie spät es ist. Deswegen trage ich jetzt einfach jeden Kohleklumpen einzeln in die Schmiede, wenn es sein muss. Legen wir noch ein bisschen Holz nach. So. Okay. Ah, ich hätte noch Gold. Das kann noch weg. Oh, Abraxe. Danke fürs Gruppen-Abo verschenken. Yay. Dankeschön. Das ist super nett von dir. Da explodiert das Spendenglas. Immer und immer wieder. Cool. Dankeschön. Super nett von dir. Freut mich echt sehr. So. Was machen wir denn hier? Nix. Gut. Wie viel waren das jetzt? Fünf. Fünf Stufe 1 Abos. Insgesamt 30 verschenkte Abos. Super cool. Super nice. Dankeschön. So. Können wir uns jetzt schon hinlegen? Es ist jetzt schon spät genug. Spät genug. Ach, so ist das im Alter, ne? Als Kind will man immer nicht ins Bett gehen. Und wenn man da mal über 30 ist, dann kann man es immer gar nicht erwarten, bis endlich Bettzeit ist. Nein. So schlimm ist es noch nicht. Nur an manchen Tagen. Es ist schon gesellschaftlich akzeptiert, dass ich mich hinlege. Ich habe das gerade gesehen, der Wellengang, wenn der zu stark wird, dann überschwemmt hier immer das ganze Gebiet. Und nur so kurz, nur so ein bisschen, aber dann geht immer das Feuer da hinten aus und so Sachen. Tja, tja. So ist das halt, wenn man am Strand lebt. Das ist der Preis, den man dafür zahlen muss. Okay. Oh, okay. Ich habe noch 16 Eisenerz im Gepäck. Ziehen sind noch im Schmelzer. Zwei liegen noch am Boden. Blablabla. Also wir haben noch... Ein Tag Schmelzen haben wir noch vor uns. Dann können wir neue Rüstung craften. Und dann geht das Abenteuer weiter. Oh, mein Essensbonus hört gleich auf. Ich esse mal noch ein bisschen Honig und eine Karotte. Habe ich zufällig ein bisschen Harz in den Kisten? Ich könnte mal die Fackeln wieder anzünden, wenn wir schon nichts zu tun haben hier. Währenddessen. Hier, ich habe es schon geahnt, ne? Ich habe gerade noch gesagt, dass der Wellengang so hoch wird, so stark wird. Und zack, haben wir ein Gewitter. Ja, das war es schon mit Harz, aber gut. Ich lege mal auch hier ein bisschen Holz nach. Wenn es regnet, brennt es eh nicht, aber... Für die Zukunft. Die gehen zum Glück von alleine wieder an. Die muss man nicht extra neu entzünden. Ach ja, warte mal. Ich habe es ganz vergessen. Die Uga haben ja unser Boot kaputt gehauen, ne? Ich hoffe, das Wasser war seich genug, dass ich wenigstens die Kupfernägel wieder aus dem Wasser fischen kann. Weil die sind wertvoll. Alles andere ist nicht so schlimm. Ah, ich glaube, ich sehe sie. Ah ja, cool. Ich bin rangekommen. Alles cool. Dann können wir das Boot nämlich ziemlich einfach wieder aufbauen. Die Nägel sind da wirklich das Wichtigste, das Wertvollste. Ups, ein bisschen an Land gefallen. Kann ja mal passieren. Okay, Boot ist wieder fit. Blöde Trolle. Gut, dass ich da dran gedacht habe. Das wäre sonst doof gewesen. Wie ist das eigentlich? Ob nun Bits, Abos oder Spenden, greift Twitch immer seinen Anteil ab. Also bei den direkten Spenden, die gehen direkt über mein PayPal-Konto. Da greift sich Twitch nix ab. Bei Abos und Bits schon. Aber bei den Spenden, die kriege ich wirklich fast zu 100%. Ich glaube, ein ganz kleiner Teil, oder? Glaube ich. Oder? Nee, nee, nee. Die kriege ich zu 100-100%. Doch, doch. 100-100. 1000%. Das wäre noch besser. Das wäre voll gut, oder? Wenn ich einfach so das Zehnfache kriegen würde. Von dem, was ihr mir über PayPal schickt. Einfach so. Als PayPal-Bonus. Das wäre ein Verkaufsargument. Dann würde ich nur noch PayPal nutzen. Okay. Noch zehn. Zehn Eisenbahnenerze. Dann sind wir durch. Also eine direkte PayPal-Spende ist von allem das Beste. PayPal ist da auch... PayPal greift sich nicht viel ab. Aber halt auch ein bisschen was. Und bei den YouTube-Abos ist es genau das Gleiche. Also egal, ob über Twitch, YouTube oder Patreon. Habe ich vorher PayPal gesagt? Ich meine, Patreon greift sich natürlich immer der Betreiber einen Teil ab. Aber die PayPal-Spenden, die sind quasi... Also da kommt das meiste bei mir an. Bits bekommt der Streamer alles, nur dass der Bitspender auf 1,25 Euro Aufschlag zahlt. Abos 50-50. Okay. Aber ich meine... Ja, ich meine rechnerisch ist... Aber rechnerisch ist es ja im Grunde egal. Der... Der Bitkäufer zahlt halt quasi mehr, als bei mir ankommt. So gesehen. Ne? Aber ja. Ist es schon wieder Nacht? Ich glaube eher nicht, dass es schon wieder Nacht ist. Aber ich versuch's mal. Im Gewitter... Aber wir waren gerade erst im Bett. Lächerlich. Ne. Aber wenn es so Gewitter ist, dann ist es immer echt schwer einzuschätzen. Eine Uhr wäre gut in dem Spiel. Naja, ist ja alles noch eine frühe Beta-Phase. Wer weiß, was da noch kommt, ne? Die machen das aber richtig bei Valheim. Die machen das richtig, wie man das bei so Early-Access-Spielen heutzutage macht. Weil die quasi die Spielprogression der Reihe nach einführen. Also du kannst quasi jetzt das Early-Game bis zum Mid-Game ungefähr von den Technologiestufen und von den Gegnern und von den Bossen her schon voll spielen. Da wird bestimmt noch viel getweakt und Kleinigkeiten verändern sich. Aber im Großen und Ganzen ist das Spiel, was das angeht, quasi fertig. Aber dann geht's halt von der Progression her nicht mehr weiter. Und dann musst du halt einen Monat warten oder auch mal länger, bis quasi das nächste Gebiet mit den nächsten Gegnern und den nächsten Technologiestufen wirklich voll eingeführt wird. Aber das macht, finde ich, voll Sinn. Weil da geht einem von der Spielerfahrung wenigstens nichts verloren. Man muss halt vielleicht einfach ein bisschen warten. Aber es ist nicht so, dass man sich quasi dann den Spaß fürs fertige Spiel schon im Vorfeld kaputt macht, weil man schon so viel Early-Access gespielt hat, weil man halt quasi einfach immer weiter spielen kann. Und zur Not kann man eine neue Welt anfangen, wenn wirklich Sachen nicht generiert werden sollten, was ja immer passieren kann. Und seinen Wikinger und seine Ressourcen und alles, was man will, aus der alten Welt mitnehmen. Man muss halt seine Gebäude neu aufbauen. Aber die Progression darfst du dir trotzdem in eine neue Welt übertragen ohne Probleme. Du musst dir halt einfach nur das Inventar von deinem Wikinger vollstopfen, in die neue Welt gehen, da alles ablegen, äh, legen, dann wieder in die alte Welt gehen. Und so kannst du nach und nach quasi auch umziehen, wenn es wirklich mal sein muss. Das finde ich schon gut gelöst. Solange immer alle Welten mit meinen alten Wikingern kompatibel bleiben, geht da quasi nie Progression verloren, obwohl das Spiel noch in so einer frühen Phase ist. Das ist schon gut. Ich glaube, ich schmeiße nochmal den Holzstapel hier in den Ofen. Nee, Valheim hat wirklich ein paar sehr, sehr, sehr clevere Ideen, die es auch wirklich von anderen so Crafting-Survival-Spielen sehr stark abhebt. Auch wenn es auf den ersten Blick alles gleich aussieht. Ich habe auch Valheim deswegen erst zu spät angefangen. Das ist ja quasi schon vor fast einem Jahr rausgekommen. Weil ich mir dachte, nee, nee, nee. Ich habe zu viele Survival-Crafting-Spiele gespielt. Von Minecraft in der frühesten Alpha-Phase an über Ark und wie sie alle heißen. Mir fallen gerade natürlich keine anderen Namen ein, wie das halt so ist bei mir. Aber ich habe sie alle gespielt. Und ich habe satt, wirklich. Ich habe mich satt gespielt an so Survival-Crafting-Spielen. Ich mochte die eine Zeit lang, jahrelang, wirklich sehr, sehr gerne. Aber mittlerweile habe ich auch das Gefühl, ich habe alles gesehen und alles erlebt und alles gemacht. Aber dann kommt eben hier Valheim und nimmt sich so ein bisschen Breath of the Wild, World-Building, Map-Design, Gameplay-Elemente auch. So ein Hauch Dark Souls und verbindet das alles mit diesem typischen Crafting-Gameplay-Loop. Aber auch eben mit vielen cleveren Ideen, eigenen Ideen auch. Und vermischt es alles zu einem wirklich ziemlich eigenartigen, wollte ich schon fast sagen, eigenständigen und neuen Erlebnis. Das hat mich schon gewundert. Ja, ich dachte am Anfang eben auch, dass es wieder so 0815, wie man es schon kennt. Aber ist es eben wirklich nicht. Ich habe mich auch echt erstaunt, dass ich das so gerne doch noch spiele. Dass mich das dann doch so abgeholt hat. Finde ich cool. Ich dachte, das Genre ist für mich quasi auserzählt. Aber nö. Du kannst nicht sleep at this time. Ich will aber. Ich bin schon so müde. Es ist doch bestimmt eh schon ein super später Abend, oder? Kann mir doch keiner erzählen. Ist echt schade. Hätten wir uns jetzt hinlegen können, wäre das Eisen fertig. So wie es jetzt aussieht mit den letzten sieben Barren da drin, wird es wahrscheinlich gerade so fertig, dass wir die Nacht nicht mehr zum Vorspulen nutzen können. Aber gut. Irgendwann fahren wir mit dem Boot ans Ende der Welt. Aber jetzt noch nicht. Jetzt fahre ich erstmal mit dem kleinen Boot. Da habe ich weniger zu verlieren, wenn das kaputt geht. In dem großen Boot steckt nämlich ein Haufen Eisen. Das darf nicht kaputt gehen. Deswegen wird es nie benutzt. Ah, ich bin nass. Gut, dann bleiben wir kurz neben dem Feuer hier stehen. Zum Trocknen. Und dann können wir uns wahrscheinlich hinlegen. Sehr schön. Hurra! Ich muss sagen, The Forest habe ich nie gespielt. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht vergleichen. Das war mir... Das hat mir immer zu gruselig ausgesehen. Äh, warum gehst du aus Feuer? Bleib an. Okay. Räumen wir noch schnell das restliche Zeugs weg. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Ich nehme jetzt einfach mal 30 Eisen. Unverschämterweise. Haha. Ist zwar nicht so fair geteilt den anderen beiden, die hier mit mir öfter spielen gegenüber. Aber ich habe das ganze Eisen auch alleine gefarmt. Hahaha. Was brauche ich denn? Oha. Ein Rüstungsstück könnten wir uns damit machen. Einen Eisenhelm. Eisenhosen. Oder ein Eisen... Ähm, Pullover. Ich glaube, so einen mache ich mir. Ich muss jetzt wirklich mal schnell gucken. Hier sind auch noch sechs übrig. Die anderen gehören nicht mir. Conan habe ich auch gespielt, ja. Aber nicht sehr lange, muss ich sagen. Da war ich eben schon so ein bisschen raus aus dem ganzen Genre, als ich angefangen habe, das zu spielen. Ah ja, das passt schon. Ich baue ja immerhin eine neue Basis in den Zümpfen. Da können wir dann noch viel mehr Eisen rausholen. Dann kann ich jetzt ruhig ein bisschen Eisen investieren. Aber haben wir hier zufällig Rehleder? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Doch, ja. Ja, zwar nur zwei, aber immerhin. Bin dabei. Schnell, bevor die Ausdauer ausgeht, zurück an den Tisch. Dann machen wir uns jetzt, würde ich sagen, eine Körperrüstung. Amor 14. Wie viel hat denn jetzt meine jetzige? Auch 14. Okay, die höchste Bronze-Stufe ist quasi genauso gut wie die schlechteste Eisen-Stufe. Dann ist die Frage, ob sich das jetzt überhaupt lohnt. Weil wenn ich die nicht upgrade, ist die gar nicht wirklich besser. Nee, ist sogar so ziemlich fast gleich. Hält sogar ein bisschen weniger aus. Und wiegt auch noch mehr. Ah. Ah, weiß ich nicht. Wenn ich mein Eisenschwert verbessere, dann würde ich noch mehr Schaden raushauen. Das wäre natürlich schon auch gut. Schild verbessern brauche ich nicht. Oder, natürlich, ich könnte mir auch einen Eisenpuluber machen. Und den dann auch gleich verbessern. Dann hätte ich eine bisschen bessere Rüstung. Aber für ein bisschen besser, so viel Eisen ausgeben. Ah, das ist eine schwere Entscheidung. Ich schätze mal, bei den Helmen ist wahrscheinlich bei allem gleich, oder? Genau, überall 14. 14 Armor. Hey, ich glaube, dann machen wir... ...besser ich erst mal mein Schwert auf. Weil das hat jetzt gerade, glaube ich, auf die Schnelle den meisten Impact. Dafür brauchen wir was, glaube ich? Normales Holz und... ...Wildschweinleder, ne? Genau. Obwohl ich schnell aus der Hauptwelt haben wir mehr als genug. Es gibt wirklich dadurch, weil ich spiele ja wirklich, weil du gerade schreibst, man muss nicht alles spielen. Aber ich habe immer das Gefühl, ich spiele wirklich alles. Es gibt kaum Spiele, die ich nicht spiele. Aber dadurch, dass ich so viele Spiele spiele, auch immer parallel, gibt es kaum noch Spiele, die ich wirklich lang spiele oder beende. Da muss mich ein Spiel schon wirklich fesseln. Damit ich wirklich mich lang mit einem Spiel beschäftige. Valheim ist jetzt eines, das mich sehr lange beschäftigt hat. Und ein Spiel, mit dem ich jetzt auch sehr viel Spaß hatte, das ich wahrscheinlich auch noch durchspielen werde, ist Nobody Saves the World. Da werde ich auch mal ein kleines Video dazu machen, wo ich das vorstelle, weil das hat mir echt gut gefallen. Ein cooler Indie-Geheimtipp. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Das ist clever und macht ziemlich viel Spaß. Nobody Saves the World. Das ist cool. Hat mir gefallen. Und was ich jetzt auch vor kurzem gespielt habe, ist Gears 5. Ich habe nämlich die Gears of War Trilogie, die Originale, echt gerne gemocht. Das waren einfach super Deckungsshooter. Die haben das im Grunde auch damals ziemlich revolutioniert, der erste Teil. Und, ähm, hat einfach mir echt Spaß gemacht. Das Universum over the top bescheuert. Lustig, ich habe es geliebt. Äh, total cool. Hat mir wirklich gut gefallen. Kann ich überhaupt nichts Negatives drüber sagen. Und dann kam der vierte Teil. Und der vierte Teil war echt irgendwie blöd. Der hat mir leider gar nicht gefallen. Den fand ich einfach schlechter. Irgendwie. Ähm, da hat irgendwie gar nichts mehr gestimmt. Das Feeling von der Welt war nicht mehr da. Das Gameplay war okay, aber hat mich auch nicht abgeholt. Das ganze Spiel war monoton. Kaum Abwechslung. Hat mir nicht gefallen. Und deswegen, weil mir der vierte Teil so wenig gefallen hat. Und der ja von einem anderen Entwickler gemacht wurde, als die ersten drei. Habe ich den fünften erst gar nicht mehr gespielt. Weil ich mir dachte, der ist bestimmt genauso blöd. Und jetzt habe ich den in meinem Urlaub doch mal angespielt. Und ich muss sagen, verdammt, der fünfte ist gar nicht schlecht. Gears 5 kann man wieder echt gut spielen. Das ist, äh, das ist cool. So. Dann hebe ich jetzt das restliche Eisen für die anderen auf. Dann ist es auch fair. Fair geteilt. Und ich habe ein mächtigeres Schwert. Na gut, dann machen wir das jetzt. Das große Abenteuer. Jetzt geht's los. Jetzt segeln wir mit unserem Segelbötchen von hier oben. Ich weiß gar nicht, ob ich hier an der Küste... Ich glaube, ich segel mal an der Küste von unserem jetzigen Kontinent entlang. Bis es nicht mehr geht. Dann schauen wir, dass wir hier hinkommen. Oder soll ich darüber segeln und von hier? Bin ich mir nicht sicher. Schauen wir mal. Aber wir müssen uns kurz ein bisschen vorbereiten. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die ich mitnehmen muss. Was ich auf jeden Fall unbedingt brauche, sind Zutaten für ein Portal. Damit wir uns da jederzeit wieder hinteleportieren können. Und zwei Eisen. Genau, weil ich will unbedingt ein Schloss bauen. Ich habe vor, das nächste Konstrukt, äh, unseren nächsten Außengebietbasis aus Stein zu bauen. Und will eine Burg bauen im Grunde. Kein Schloss, sondern so eine Wikinger Burg. Und dafür brauchen wir einen Eisen... Ne, quatsch, einen Steinmetztisch. Und der erfordert... Zwei Eisen, vier Steine, zehn Holz. Gut, Steine und Holz könnte man sich vor Ort beschaffen, aber warum nicht gleich einpacken? Nehmen wir mal einen ordentlichen Batzen Holz mit. Das kann nie schaden. Naja, nicht ganz so viele Steine. Die sind schwer. Und für das Portal... ...brauchen wir... Ah, Hilfe! Das Portal... Wo ist es denn? Feinwood! 20 Feinwood, zehn Zwergenaugen. 20 Feinwood... Zack! Zehn Zwergenaugen. Da habe ich vorher schon welche in die Müllgrube geworfen. Da haben wir definitiv genug. Zwergenauszug. Und... Zwei... Von diesen hier. Gut, das ist das Wichtigste. Zwei Eisen darf ich nicht vergessen. Muss ich noch einpacken. Dann können wir los. Ich habe hier schon ein Portal vorbereitet mit dem Namen... Bone Mass, muss ich mir merken. Sonst wäre es ärgerlich. Auf zum Strandhaus. Hast du dich mal an Vampire Survivors versucht? Habe mich sechs Tage sehr gut unterhalten. Für, ich glaube, drei Euro. Ne, das sagt mir gar nichts, Vampire Survivors. Okay, zwei Eisen muss ich noch abzwacken hier. Gut, dann kann ich ein Portal bauen und Eisen, weil ich das nicht... Genau, weil ich das nicht teleportieren kann für die Steine... Für den Steinmetz-Table. Und mehr brauche ich nicht, glaube ich. Gut. Dann hauen wir ab mit unserem kleinen Bötchen. Reparieren wir unser Boot vielleicht noch ein letztes Mal? Ne, ist gar nicht notwendig. Ah! Okay, dann schauen wir mal. Ähm... Dann segel ich jetzt wirklich mal... Ja, segeln wir mal hier an der Küste unseres Kontinents so ein bisschen entlang. Schon alleine, um den mal ein bisschen zu kartografieren. Das schadet dir auch nicht. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Böder Baumstamm, mach mir nicht mein Boot kaputt. Ne, ist schon alles noch gut. So, wir haben zum Glück ganz gut Rückenwind, weil bei der Insel da vorne, das ist so ein winziger, so eine winzige Sumpfinsel in der Nähe von unserer Basis und da spawnen aus irgendeinem Grund immer 5 Milliarden Blutegel, die uns jetzt alle gleich hinterher schwimmen werden. Da ist glaube ich schon einer, oder es ist ein Fisch, da bin ich mir nicht sicher. Da sind sie, seht ihr sie? Millionen, naja es sind 5 oder so. Aber mit Rückenwind, oh wir haben keinen Rückenwind mehr, wir haben schrägen Seitenwind, na schauen wir mal. Wir kommen den schon davon, glaube ich. Nur auf Impulsantrieb ist es echt gefährlich, weil dann sind die schneller als das Bötchen und dann nagen sie einem das Boot kaputt. Oh, ich sollte mal was essen, falls irgendwas Gefährliches passiert. Oh, warum habe ich eigentlich eine Zwergentrophäe in meinem Inventar? Weg damit. Ich hätte Heiltränke, hätte ich einpacken können noch, ne? Naja, wird schon gut gehen. Ach komm, ganz, ganz leichten Seitenwind haben wir noch. Ich glaube, es ist noch schneller als Impulspuddle. An der Küste kann eigentlich nicht viel passieren. Sag ich jetzt. Und dann kommen aus der Plane wieder irgendwelche Death Kitos und töten mich. mit einem Stich. Na gut. Macht's euch gemütlich. Das wird eine lange Reise, wenn der Wind so bleibt. Ich bin echt froh, dass ich dieses Nobody Saves the World angefangen habe. Das ist aktuell im Games Pass, sonst hätte ich das überhaupt nicht angefangen, wahrscheinlich überhaupt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und ich habe das wirklich nur mal so als Langeweile installiert. Nein, ich habe das sogar erst mal gar nicht installiert, sondern ich habe mal dieses Cloud Gaming ausprobiert. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Muss ich schon sagen. Noch ein paar Jahre und noch ein bisschen mehr Internetausbau hier in Deutschland, hoffentlich. Und dann, ähm, glaube ich, kann das ganz gut funktionieren. Cloud Gaming. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das doch schon so einigermaßen gut funktioniert. Ich hatte kaum irgendwelche Probleme eigentlich, muss ich sagen. Ziemlich cool. Na ja, genau. Und dann habe ich das halt mal angetestet, weil unter dem Konzept konnte ich mir am Anfang nichts vorstellen. Zumindest nichts, was Spaß macht. Und dann hat es mich aber sehr gefesselt. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass es ein bisschen zu lang ist, ehrlich gesagt, leider. Die Spielidee ist cool. Das Gameplay macht Spaß. Das ist alles sehr clever und sehr gut. Aber das ist so ein Spiel, das sollte halt irgendwie in zehn Stunden maximal vorbei sein, finde ich. Und braucht halt aber in Wirklichkeit eher so 20, 30 Stunden, wenn man es ein bisschen ausführlich, also wenn man die Nebenquests mitnehmen will. Und wenn man auch so ein bisschen grinden will, weil es wird dann auch relativ schwer hinten raus, dann spielt man schon eine Zeit dran. Und das ist leider ein bisschen zu lang. Da trägt das Spielprinzip oder die Abwechslung nicht so lange das Ganze, finde ich. Und der Soundtrack. Sehr, ist ein bisschen monoton und nicht sehr gut. Aber abgesehen davon ist es ein super tolles Spiel. Ja, okay. Ich glaube, unser Kontinent hört hier auf. Dann werden wir jetzt einfach mal schnurstracks Richtung Bone Mass über den Ozean segeln, auch wenn wir da genau gegen den Wind segeln. Come on. Ja, versuchen wir es einfach mal. Wenn irgendwie Monster auftauchen, Seeschlangen oder so, dann muss ich einfach turbomäßig dahin segeln, wo mich der Wind hintreibt. Ganz egal, wo wir dann landen. Aber ich traue mich jetzt mal hier über den Ozean zu schippern. Mit echt super, super langsamer Geschwindigkeit. Ah! Das ist keine Seeschlange. Das ist eine Riesenschildkröte. Eine lebende Insel. Da könnten wir an Land gehen und ein paar seltene Ressourcen bergen. Aber aktuell kann man aus denen noch gar nicht so wirklich viel Sinnvolles craften. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Weil die gehen dann auch unterm Abgraben irgendwann unter. Und dann ist man ohne Ausdauer irgendwo auf hoher See weit weg von seinem Boot. Und dann kann man schon mal schnell ertrinken. Das ist nicht ungefährlich. Aber ich glaube, ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, wenn hier eine Riesenschildkröte ist, gibt es hier keine Seeschlangen. Wer weiß. Das ist gerade so ein kleiner Indie-Titel. Ein Roguelike, bei dem du halt gegen Massen von Gegnern von Gegnern spielst mit jedem Level bis zu sechs Angriff-Fähigkeiten und sechs Passiv-Fähigkeiten. Dazu acht Charaktere mit jeweils ihren persönlichen Vorteilen. Ah ja, ich verstehe. Von Castlevania inspiriert. Okay. Das klingt ja grundsätzlich vielleicht ganz cool. Mit wie in Rum bekommst du Geld, für das Geld bekommst du Skills. Ah ja, genau. Ich verstehe schon. Oh, oh, Planes. Nee, da wollen wir nicht an Land gehen. Aber ist hier tatsächlich schon der nächste Kontinent? Okay. Um die Planes machen wir einen möglichst großen Bogen, wenn möglich. Ich habe jetzt so in den Chat geguckt. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Okay, dann ist entweder müssen wir mal schauen. Dann müssen wir jetzt den neuen Kontinent hier einmal umsegeln, befürchte ich. Dass ich fast Vollgas in die Planes gekracht wäre. Das hätte ungesund enden können. Für 2,39 machst du da nichts falsch. Ja, gut. Das klingt cool. Oh ja, genau. Weil du es gerade sagst. Irgendwas. Was waren das? Zwei Sachen waren jetzt bei Steam im Angebot, wo ich mir dachte, oh, das ist cool. Die kaufe ich mir vielleicht. Die waren nämlich auch unter 5 Euro. Sachen, wo ich schon länger darauf warte, dass die günstiger werden. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Muss ich. Aber gut, dass du es sagst. Da schaue ich nachher nochmal nach. Nicht, dass ich das Angebot verpasse. Wo ist denn mein, mein Handy ist auch nicht da. Na dann. Ist egal. Ist nicht so wichtig. Aber eins muss ich echt sagen. Ich meine, aktuell ist ja der Game Pass sowieso ein absolut verrücktes Angebot. Ich muss das immer wieder sagen. Es ist einfach irre. Für 12 Euro im Monat die unglaubliche Fülle an Spiele der Game Pass ist einfach crazy. Und es ist absolut klar, absolut logisch, dass der in naher Zukunft, in absehbarer Zukunft deutlich teurer werden wird. Die sind halt gerade dabei, Kunden zu generieren, wie man das halt so macht. Deswegen ist das Angebot der Hammer. Die Preise super günstig. Die machen wahrscheinlich Verluste ohne Ende damit. Und langfristig wird es wahrscheinlich so laufen, dass entweder das Angebot abnimmt oder die Preise höher werden oder ein bisschen von beidem. Das ist, das muss so sein. Also das ist ganz klar. Die geben jetzt nicht gerade irgendwie hunderte Milliarden, na bald sind es hundert Milliarden Dollar aus für Studios, die die einkaufen, damit die dann im Game Pass Verluste machen und die Spiele von denen da irgendwie versauern lassen. Also das ist schon, das ist klar. Aber aktuell ist es einfach ein irrsinniges Angebot. Und das Coole ist halt auch, dass ich merke, ich glaube ich segle da durch. Ich glaube ich versuche da zwischen Sumpf und Plains durchzusegeln. könnte eine Abkürzung sein. Das Coole ist daran auch, dass ich merke, dass ich tatsächlich weniger Geld ausgebe, weil so oft kaufe ich mir auf Twitch oder, auf Twitch sag ich schon, auf Steam oder so irgendwelche kleinen Spielchen oder auch größere Spiele, nur weil mir gerade ein bisschen langweilig ist und ich gerade nicht weiß, was ich spielen soll. Und dann gebe ich wieder irgendwie viel zu viel Geld für irgendwelche Spiele aus, die ich dann im Endeffekt vielleicht gar nicht spiele. Und jetzt habe ich halt den Game Pass und da sind halt, weiß ich nicht, hunderte Spiele drin, die ich noch nicht kenne oder zumindest Dutzende, die ich noch nicht gespielt habe. Und wenn mir langweilig ist, schaue ich halt nach, was im Game Pass ist. Es kommen eben jeden dritten, vierten Tag irgendwie neue Spiele rein und dann installiere ich halt da irgendwas und spiele lieber das, bevor ich mir wieder irgendeinem Frustkauf gönne, über den ich mich dann ärgere. Und da merke ich wirklich, dass ich sehr viel weniger Geld in Software stecke dadurch. Zum Nachteil von Steam, Sony und Nintendo auf jeden Fall. Aber, ja, genau. Ich meine, nachdem Microsoft Activision gekauft hat, wird der Game Pass immer gewaltiger. Ja, das ist absolut verrückt, wenn da nächstes Jahr der Deal auch noch über die Bühne ist mit Activision, dann ist alles im Game Pass. Ich meine, Activision Blizzard hat jetzt nicht unbedingt die Spiele, die mich interessieren. Aber schon allein, wenn man sich vorstellt, dass World of Warcraft ein Game Pass Spiel wird. Und wer weiß, wie das da integriert wird. Ob das vielleicht sogar in den monatlichen Kosten einbegriffen sein könnte, würde ich jetzt eher nicht sagen, weil Fallout First von Fallout 76 gibt es auch immer noch zusätzlich zum Game Pass. Aber trotzdem, da ist schon spannend. Und vor allem, was jetzt Microsoft mit den ganzen vielen Marken von Activision Blizzard machen wird. weil Activision hat ja, wie man weiß, drauf gesetzt, dass die halt jedes Jahr ihr Call of Duty raushauen und alles andere war denen relativ egal. Aber in so einem Game Pass-Abo-Modell, der funktioniert halt ganz anders. Da brauchst du nicht immer regelmäßig deine Blockbuster, die neue Einnahmen generieren. Sondern da ist es teilweise gut, das sieht man auch bei Netflix und so weiter, dass du einfach ein breit aufgestelltes Format hast. Also so viele unterschiedliche Sachen wie möglich, dass für jeden die richtigen Sachen dabei sind. Da willst du nicht immer unbedingt die großen Cash-Cows. Du willst einfach so viele Leute wie möglich in dein Abo-Modell holen. Und das machst du nicht unbedingt, indem du immer wieder das Gleiche machst, sondern indem du eine Vielfalt hast. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass die da mit den Marken wie Crash Bandicoot und Tony Hawk so nostalgische Sachen auch wieder neue, coole Sachen machen, damit die eben genau diese Zielgruppe dann auch in den Game Pass holen, die jetzt vielleicht noch nicht drin sind. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich meine, diese Massenkäufe, diese Monopolbildung kann man natürlich sehr, sehr kritisch sehen. Das ist absolut klar. Aber im Fall Bethesda habe ich mir schon gedacht, so okay, vielleicht ganz gut, dass Microsoft die gekauft hat. Wer weiß, in welche Richtung die alleine eingeschlagen wären. Das fand ich gefährlich, die Entwicklung, die Bethesda gerade gemacht hat. Und bei Activision Blizzard war es ein Riesenglücksfall. War es ein Riesenglücksfall, dass die jetzt von Microsoft da so super günstig abgestaubt wurden, weil da ein Skandal den nächsten gejagt hat und die Firma war einfach super im Arsch und so missgemanagt von diesem Codec. Und das ist einfach so gut, auch für die Angestellten, dass der jetzt ab nächstes Jahr weg vom Fenster ist. Also in den beiden Fällen, denke ich mir, ist es wahrscheinlich eher positiv, für mich persönlich zumindest, als negativ zu bewerten, diese Käufe. Und heute hat ja Sony Bungie gekauft. Und zwar, was ich total irre finde, für über drei Milliarden. Und das ist für Bungie verdammt viel Geld. Das ist jetzt ein Studio, das schon einen gewissen Ruf hat und die haben ja auch mit Destiny eine Reihe, die ganz gut läuft, aber nie im Leben sind die fast vier Milliarden wert. Da hat Sony aber ordentlich hingeblättert. Und ich habe mitbekommen, dass scheinbar zwischen Bungie und Microsoft auch schon Gespräche stattgefunden haben. und tatsächlich wollte Bungie von Microsoft, was man so hört, zwei Milliarden. Und Microsoft, Microsoft, die Geld quasi pupsen bei jedem Schritt, hat gesagt, nee, zwei Milliarden ist uns zu teuer für euch. Die geben wir nicht aus. Und dann kommt Sony und gibt denen fast das Doppelte. Das ist schon irre. Da frage ich mich echt, was da genau passiert ist und wie das zustande gekommen ist. War Sony jetzt vielleicht einfach in Zugzwang wegen Microsoft? Microsoftsgroße Einkäufe und haben die gesagt, ja komm, raus jetzt mit dem Geld. Wir müssen irgendwas machen. Die kaufen uns die ganze Industrie weg. Aber Sony will sich wahrscheinlich eher nicht auf dem Wettkaufen mit Microsoft einlassen, weil da sehen die kein Land. Also ich bin wirklich super gespannt, super gespannt, wie sich das alles noch entwickelt. Und jetzt ist es zwar gerade mitten in der Nacht, aber ich glaube, wir haben hier einen dünnen Streifen Meadow. und ganz viel Black Forest und daneben ist Sumpf. Und Bone Mass ist irgendwo hier. Das heißt, wenn wir hier unser Außenlager errichten, ist es vielleicht, ne, was, Bone Mass ist wahrscheinlich in einem Sumpf, also es könnte schon sein, dass das so ein größeres Sumpfgebiet ist. Da könnten wir hier in dem kleinen Black Forest unser Außenlager aufschlagen. Nachts ist es so stressig, aber mittlerweile bin ich glaube ich stark genug. Aber ich will jetzt echt nicht, oh Gott, hier sterben wäre jetzt ganz schlecht. Ähm, hier sterben wäre jetzt ganz schlecht. Weil dann parkt hier mein Schiff und mein Loot liegt hier und ich wache wieder in der Steinzeit im Strandhaus auf. Also ohne meine Ausrüstung. Man müsste mit einem neuen Schiff erst wieder hierher segeln. Aber ich würde halt gerne ein bisschen bessere Stelle suchen für unser Lager und nicht hier am Strand bauen. Aber im Black Forest wird mich schon nix umbringen, oder? Ich glaube die Zeiten sind vorbei. Ich darf nur nicht zu nahe in irgendwelche Plains kommen. Aber wenn ich hier eine Burg bauen will, dann ist die am Strand vielleicht eher doof. Ja, ich finde das alles super spannend. Und das Witzige ist, dass Nintendo daneben steht, die Hände in die Hosentaschen steckt und ein Open World Kirby Spiel rausbringt, in dem er angeln kann. Das ist deren Antwort auf dieses Eingekaufe von Studios. Finde ich gut. Das ist halt Nintendo. Oh, da sind Mountains. Da wollen wir auch nicht hin. In die Berge wollen wir auch nicht. Oh, da ist ein Troll. Nee. Der hat zum Glück keinen Knüppel. Okay, aber trotzdem. Soll ich im Nahkampf gegen den kämpfen? Nee, das wäre jetzt dumm. Wenn ich jetzt sterbe, das wäre dumm. Ich bin eventuell stark genug, aber ich traue mich nicht. Nee, komm. Ah, blöde Situation. Jetzt kommen aber noch die ganzen Great Dwarfs. Geh weg, Hirsch. Mein Gott, der arbeitet, der steckt mit denen unter einer Decke. Wollt mir reingrätschen. Ich komme den Berg nicht mehr hoch, weil ich keine Ausdauer habe. Das ist so ungünstig gerade. Kann jetzt bitte die Sonne aufgehen? Das wäre gut. Das würde ein bisschen helfen. Ich muss kurz ein bisschen durch den Wald joggen und die hinter mir herziehen, damit ich einfach ein bisschen Ausdauer regeneriere. Die Great Wurfs können wir mit meiner Rüstung eh gar nichts mehr, aber der Troll halt. Zodala und jetzt seid ihr dran. Keine Ausdauer mehr, aber die kriege ich auch noch klein. Na dann, das war eine Party hier. Okay, was machen wir jetzt? Es ist auch super Wetter, um sich eine Position für eine Burg auszusuchen, oder? Nachts im Nebel durch den Wald tasten, im Grunde. Ich sehe die Hand vor Augen nicht mehr. Und hier soll ich jetzt sagen, ja, das ist eine gute Position für eine Burg. Und dann geht die Sonne auf und ich stehe irgendwie halb im Sumpfgebiet und halb auf einer Klippe oder so. Ach. Na dann wird's halt eine Strandburg. Was ist denn das da? Ist das am Horizont ein riesiger Berg? oder? Ja, ich glaube, das ist Horizont oder ist sogar nur Wolke. Ah, die Sonne geht auf. Immerhin. Immerhin. Die Sonne geht auf. Das hilft jetzt nicht gegen den Nebel, aber der Schwarzwald, der Black Forest, wird sehr viel gemütlicher ohne ohne Nacht. Sehr viel weniger Great Wolves unterwegs. Ich weiß nicht, ob Tag auch eine Auswirkung auf Trolle hat, aber Trolle ohne riesen Great Wolves Armeen sind auch schon mal sehr viel besser. Wie wär's denn mit hier an der Klippe? Hier an der Klippe bauen wir, glaube ich, unsere Burg. Das ist, glaube ich, gut. Ich glaube, ich errichte jetzt als erste Amtshandlung mal ein Portal. Ach so, genau. Brauchen wir erst mal eine Werkbank hier. Das Portal kann ich danach noch problemlos verschieben. Nur mal, damit jetzt erst mal nichts Schlimmes mehr schief gehen kann. Wie hab ich's genannt? Bone Mass einfach nur, oder? Unconnected. Ja, Gott sei Dank. Puh, ich dachte schon, hat nur ein bisschen gedauert. Okay, super. Haben wir das. Nintendo genießt den Nostalgie-Faktor. Ja, ich verstehe das nicht. Also, ich verstehe, warum Nintendo so einen Nostalgie-Faktor genießt. genießt. Ich bin ja auch Nintendo-Fan erster Stunde. Nicht ganz erster, aber, ja, aber ich verstehe nicht, warum da die anderen nicht versuchen mitzuziehen. Nintendo hat einfach nur mit ordentlicher Markenpflege, ja, über Jahrzehnte hinweg, aber trotzdem. Mit Markenpflege allein haben die im Grunde ihre ganze Firma aufgebaut. Es sind eigentlich nur ihre Marken, auf die die halt wirklich achten, dass die irgendwie nicht zu oft irgendwelche Gurken fabrizieren, damit der Ruf immer gut bleibt und damit man sagen kann, okay, da steht Mario drauf, die Chancen sind gut, dass es gut ist. Man weiß, auf was man sich einlässt und die haben halt so viele beliebte Marken, die halt immer wieder im Spektrum okay bis sehr, sehr gut abliefern können. Und ich verstehe nicht, warum Sony und Microsoft da, das haben die so viele Jahre richtig, richtig, richtig verpennt. Sony hat das im Grunde jetzt erst mit God of War and The Last of Us und Horizon Zero Dawn so ein bisschen aufgebaut, aber auch da muss ich erst beweisen, ob das die, die Jahrzehnte überdauert. Aber so diese richtig starken Marken haben die irgendwie verpennt. Gut, Microsoft hatte dann Halo, ja, aber auch da bei Halo gab es ja zwischendrin einige Spiele, die, die habe ich nicht gespielt, ich kann es nicht beurteilen, aber die zumindest für die Fans immer und immer wieder sehr, sehr enttäuschend waren, keine Ahnung. Aber genau, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, die haben das nie so richtig gut hingekriegt, die starken Marken aufrecht zu erhalten und zu fördern. Zwei Worte Street Fighter. Ja, Street Fighter ist auch so eine uralte Supermarke, das stimmt. Capcom, Capcom macht das auch nicht schlecht, das stimmt, wenn ich so drüber nachdenke. Capcom hat auch ein paar sehr starke und permanent auch gute Traditionsmarken, das muss man schon auch sagen. Die haben das auch gut hingekriegt, auch nicht immer bei allem, aber doch, doch. Ich weiß gar nicht genau. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, wartet mal. Wir fangen damit an, dass wir hier mal ein bisschen Boden ebnen. Ich hau mal den Baum hier nochmal weg. Und dann mache ich mal einen Grundriss mit Holzböden. Jetzt reicht ja, am Anfang bauen wir jetzt einfach mal ein kleines Bürklein. Kann man ja dann immer noch erweitern. Achso, Inventar schon wieder voll. Dann baue ich vielleicht erst mal ein kleines Kistlein. Kleines Kistlein. Ist das bei Möbel? Tatsächlich. Dann räumen wir mal ein bisschen Grusche rein. Tada! Ja, ja. Naja, genau. Und Microsoft kauft sich halt die Marken jetzt. Ich glaube wirklich, mit Crash Bandicoot und auch Tony Hawk, darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, ist sehr viel Nostalgie verbunden. Ich glaube, allein aus den beiden Activision Marken könnten die ganz schön was rauszapfen an nostalgischem Wert, wenn sie wollen und wenn sie es richtig anstellen. Microsoft ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass die die beste Studiopflege betreiben. Also ich denke da immer wieder an Rare. Die sind halt ein Extrembeispiel, aber die sind halt von damals zu ihrer Zeit damals noch bei Nintendo einem der besten und einflussreichsten und einfach crazy guten Entwicklungsstudios seiner Zeit zu irgend so was Mittelmäßigen abgerutscht, sobald die von Microsoft aufgekauft wurden. Und während es halt bei Nintendo schon so ist, kann man beobachten, dass Studios, die ansonsten ganz nette Spiele abliefern, wenn die dann mit Nintendo zusammenarbeiten, plötzlich echte Meisterwerke raushauen, wie bei Eternal Darkness damals zum Beispiel oder so, ist es halt bei Microsoft eher selten, dass die Qualität von Studios steigt, nachdem die übernommen wurden. Wenn es gut läuft, bleibt sie gleich. Also die sind anscheinend nicht so, oder bis jetzt waren sie zumindest nicht so fit, was Studiopflege betrifft. Naja, muss man auch mal schauen, wie sich das alles entwickelt, ob die das Geld jetzt nur in den Einkauf stecken oder ob die auch Langzeitpläne haben und wirklich auch sowas wie Qualitätssicherung machen und auch wirklich aktiv helfen, den Studios quasi ihre Projekte zu verwirklichen. Und ob die auch die Synergien ihrer verschiedenen Studios, die sie sich jetzt zusammen kaufen, nutzen können und und und. Das sind alles Fragen, die sich jetzt erst zeigen werden. Aber ich finde super spannend, was da alles gerade passiert. Wirklich, ich bin super gespannt, bis sich der Videospielmarkt die nächsten Jahrzehnte so entwickelt. Und ich bin da auch gar nicht so pessimistisch wie der ein oder andere. Ich denke, der Videospielmarkt ist divers genug, dass sich da immer auch Nischen für alles und für jeden bilden werden. Sobald der AAA-Bereich sich auf irgendwas einschießt, wie so Service-Multiplayer-Spiele, kommen sofort mittelgroße und kleine Studios, die dieses Vakuum füllen und dadurch dann eben auch wieder ganz neuen Erfolg kriegen. So wie CD Projekt Red damals, die quasi mit der Witcher-Reihe im Grunde eher so ein bisschen düstere, dreckige, hardcore-ige Rollenspiele gemacht haben, wovon der Mainstream, die großen Studios irgendwie die Finger gelassen haben, weil das war zu edgy und ne. Und dann kamen die plötzlich, haben die Nische gefüllt und bam, Mega-Erfolg. Und sowas wird es immer geben. Immer wenn die Großen ihre Finger von irgendwas lassen, weil sie es nicht mehr lukrativ finden oder was weiß ich, aus welchen Gründen die das dann ablegen, wird die Nische sofort gefüllt. Äh, da ist eben der Videospielmarkt trotz aller Käufe immer noch sehr, sehr weit von irgendeiner Monopolisierung entfernt, Moppelpopolisierung entfernt und, ähm, der Videospielbereich hat ja auch einen ganz eigenen und intensiven Bezug zu Indie, zur Indie-Szene. Das kann man ja auch nicht mit dem Filmsektor vergleichen. Insofern sehe ich da keine große Gefahr, aktuell zumindest, dass sich da Monopole negativ auswirken könnten. Im Gegenteil, ich glaube, dass das auf jeden Fall spannend wird. Es gibt aktuell sehr viele verschiedene Konzepte und ich bin gespannt, ob die koexistieren können oder ob sich da irgendwas ganz klar durchsetzen wird und wie sich das alles entwickelt. Das wird schon, das wird spannend. Weil während jetzt eben Microsoft auf Hochtouren an Netflix für Videospiele arbeitet, scheint Sony so ein bisschen den traditionellen Kaufspielweg zu gehen und Nintendo ist halt Nintendo und, äh, dann gibt es natürlich auch noch den PC-Markt und Steam, die ja auch jetzt mit Epic Store und auch von Microsoft ordentlich Konkurrenz kriegen. Da wird wahrscheinlich auch noch mal sehr viel in Bewegung kommen und vor allem wollen immer mehr große Studios oder große Firmen, die bis jetzt teilweise noch belächelt werden, so wie Amazon oder Netflix, in den Videospielmarkt und, äh, wie gesagt, auch wenn die jetzt aktuell teilweise noch so ein bisschen belächelt werden und so ihre ein, zwei kleinen Spielchen haben oder Netflix mit diesen komischen Mobile-Spielchen da irgendwie nicht ernst genommen wird, können die, wenn die wollen, sehr schnell, sehr massiv in den Markt, glaube ich, auch, wenn die mal ernst machen, da einsteigen, wenn die denken, das lohnt sich und für ganz neue Dynamiken und Konkurrenzverhältnisse sorgen, das ist gerade, da ist gerade sehr viel im Wandel und im Umbruch. Das wird echt noch spannend die nächsten Jahre, finde ich irgendwie total cool. So viel Dynamik war irgendwie schon lange nicht mehr in der Videospielwelt. Man hatte halt jetzt jahrzehntelang irgendwie so Microsoft und Sony im Konsolenkrieg und Nintendo, die da so ein bisschen außenstehend von den zwei ihr Ding macht und dann war natürlich schon auch eine Mobile, so wir, sage ich jetzt mal verallgemeinert, wir Core-Gamer vergessen das oft, aber auch der Mobile-Markt war ja schon lange auch eine riesige Plattform, aber halt komplett getrennt im Grunde lange Zeit zumindest von diesen großen Videospielen, aber mittlerweile ist das auch nicht mehr so. Mittlerweile gibt es eben auch schon auf dem Mobile-Markt sehr ernstzunehmende einfach Videospiele, die tatsächlich auch mit so großen RPGs mithalten können und nicht nur Shadow, Raid, Legends oder wie sie alle heißen. Ja, ja, da passiert viel. Ist das groß genug? Nie im Leben, aber vielleicht mache ich die Burg jetzt so ein bisschen versetzt. Machen wir hier so ein Fundament und dann gehen hier so Treppen hoch und da kommt dann der nächste Bereich oder so. Da oben beginnt dann glaube ich schon Berg. Sehr viel höher dürfen wir nicht von der Klippe fallen. Sehr viel höher dürfen wir dann eh nicht bauen. Was ist denn das für ein Zwerg? Warum hat denn der so rote Augen? Ist das ein... Der hat komische Augen. Es gibt nämlich so Brutes. Ach, wahrscheinlich ist das einfach nur ein Zwei-Sterne-Zwerg oder so. Naja, egal. Okay. Ich baue hier mal ein Fundament aus Schweinskopf-Sülze. Ja, okay. Hier ist es am niedrigsten. Ich baue mal hier... Was war denn das gerade? Das hat sich angehört, als wäre was, das ich gebaut habe, kaputt gegangen. Mein Boot vielleicht oder so. Wer weiß. Ich baue mal hier einen Stempen und fange hier mal an. Na, der Boden will gerade nicht auf den Stempen einrasten. Sollte er eigentlich? Ich weiß nicht, was er hat. Ah ja, jetzt wäre er eingerastet, aber in die falsche Richtung. Ja, aber nehmen wir. So. Genau, so wollte ich es eigentlich. Das ist wahrscheinlich schon zu lang. Ja, okay. Machen wir kurz einen Stützbalken rein. Ja, machen wir hier mal die Kante. Okay, das ist stabil soweit, ne? Sehr gut. Eventuell hat der Bodenkontakt? Nee, hat er nicht. So. Okay, gut. Dann ist das hier schon mal einigermaßen stabil. Dann erweitern wir mal in die Richtung. Ich habe gerade voll die Let's Build Wipes von damals, ne? Damals war es halt noch Fallout. Hey, warte mal. Gibt es eigentlich auch Steinboden? Ja, es gibt auch Steinboden. Na, wenn schon, müssen wir hier fast Steinboden bauen, oder? Ja, okay. Überredet. Machen wir Steinboden. Ich mache nur trotzdem ein Gerüst aus Holz erst mal. Zur Vermessung. Aber dann müssen wir jetzt nämlich die Steinmetzwerkbank bauen. Die baue ich jetzt erst mal irgendwo hier so. Weiß ich gar nicht. Hier so rein. Irgendwo. Oder darauf. Ist mir egal. Irgendwo. Lass dich platzieren. Die muss nur in der Nähe von unserer Baustelle sein. Na, da haben wir es. Wunderbar. Steinplatten. Steinplatten. Ich habe noch nie mit Steinplatten gebaut. Ich habe keine Ahnung. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie stabil die sind, wie stur die sind, wie schwer die auch quasi vom Spiel berechnet werden, wie viel strukturelle Integrität die haben. Oder wie man das nennen würde. Aber die sind so dick, dass die jetzt Bodenkontakt haben. Das ist ziemlich cool, weil dadurch Oh. Oh. Die brauchen Bodenkontakt. Die lassen sich nicht einfach so an... Oh. Okay. Die brauchen wirklich Bodenkontakt. Die lassen sich nicht einfach so an irgendwelche Balken hängen. Die müssen wirklich auf dem Boden stehen. Sonst gehen die gar nicht. Macht Sinn. Macht Sinn. Aber da muss ich jetzt umdenken. Und ich brauche viel mehr Steine, aber die kann ich holen. Na komm her, Great Wolf. So. Ich habe in meiner Hauptbasis quasi von Anfang an des Spiels Steine gesammelt. Ich habe die nie weggeworfen und habe die nie liegen lassen. Ich habe die alle angehäuft, weil ich mir dachte, irgendwann brauche ich die. Und ich dachte, ich habe genug Steine für immer. Ich hatte tausende, also wirklich tausende von Steinen. Und dann habe ich in meiner Hauptbasis ein kleines Türmchen gebaut. Wirklich nichts aufwendiges. Und habe jetzt nicht übermäßig, aber schon einen erstaunlich großen Batzen von Steinen für das kleine Türmchen verbraucht. Und da habe ich gelernt, holy moly, so eine Steinstruktur braucht verdammt viel Steine. Und deswegen glaube ich, dass wir unser unseren Steinvorrat schneller leer kriegen, als mir lieb ist. Aber jetzt müssen wir den ersten mal nach und nach herholen. Jetzt reiße ich mal. Es wird eh gerade dunkel. Gehen wir mal zurück in unsere Heimatwelt. und dann werde ich mal mein Inventar ein bisschen aufräumen und Steine holen. Ganz viele Steine. Feine Steine. So. Oh, ich habe nur noch vier Moskito-Pfeile. Habe ich nicht irgendwie... Haben wir noch irgendwo niedrig leveligere Pfeile? Nee. Ich befürchte, ich mache mir jetzt einfach mal ein paar Flint-Pfeile. Damit ich die letzten wertvollen Moskito-Pfeile nicht für irgendwelche Trolle verschieße. Wobei, bei den vier wäre es jetzt auch schon wurscht. Aber, naja. Was brauche ich denn für Flint-Pfeile? Ich glaube, Federn brauche ich da noch, oder? Warum hat denn die Musik gerade aufgehört? Jetzt läuft sie wieder. Na, weiß ich nicht. Habe ich mir vielleicht noch eingebildet. Bei Nintendo frage ich mich ja gerade echt, wie die bei Mario Kart und Smash Bros. weitermachen wollen. Also, bei Mario Kart mache ich mir keine großen Sorgen. Mario Kart 8 verkauft sich halt immer noch wie geschnitten Brot. Wenn nicht gerade irgendein neuer Release ist, sind die immer wieder in den Top-Charts mit dabei. Also, wirklich auf Platz 1 teilweise. Also, das verkauft sich sehr gut. Deswegen werden die wahrscheinlich jetzt nicht super schnell unbedingt einen Nachfolger machen. Aber, ja, bei Mario Kart, das kann man immer noch mal toppen oder neue Ideen einfließen lassen. Aber Smash Bros. würde ich ehrlich gesagt auch sagen, können die, die können, die können keinen Smash Bros. mehr machen. Oder? Ich glaube, das geht nicht mehr. Ein Nachfolger wird enttäuschen. Also, können die machen, was die wollen. Entweder schaffen dies, dass die alle Lizenzen, die sie jetzt hatten, alle Figuren wieder zusammenkriegen und, ähm, dann noch mal mehr. Und das ist wahrscheinlich nicht realistisch. Also, wenn die jetzt nicht die, eben, es ist erstens eine Lizenzgeschichte, kriegen die die Rechte für die ganzen Figuren noch mal? Und zweitens ist es eine Frage, können die die Engine wieder verwerten, können die die Charaktere wieder nutzen, so wie sie sie schon gebaut haben? Dann, ja, vielleicht. Aber wenn die noch mal jetzt dann auf einer Nachfolgerkonsole beispielsweise mit einer neuen Engine das Spiel neu machen müssen, das, das geht nicht mehr. Das ist, das kann nur enttäuschen. Und dann würde ich auch sagen, dann macht's lieber nicht, weil alle werden's hassen. Das wird nix mehr. Die haben mit Ultimate vielleicht tatsächlich so ein ultimatives Spiel gemacht, dass ich nicht mehr weiß, ob die das ernsthaft noch verbessern können. Also, das halte ich wirklich für schwierig. Bin ich auch, bin ich auch gespannt, was da, ob, ob und wenn, was da noch kommt. Aber wenn, dann ist es eh in ferner Zukunft irgendwann mal. Wahrscheinlich eher. Mario Kart ist doch immer das Gleiche. Also, das schreibt aber nur jemand, der nie Mario Kart gespielt hat, oder? Gib's zu. Weil sonst kann das gar nicht sein. Nee, es ist schon wirklich so. Ich hab jedes Mario Kart sehr lang gespielt und erstens fühlt sich jedes Mario Kart sehr unterschiedlich an, von der Fahrphysik her und sowas. Und es gibt halt wirklich immer sehr viele neue Ideen, sehr viele Einfälle, die da wirklich einen Unterschied teilweise machen und auch einfach sehr viele Gimmicks, die jetzt vielleicht nicht die große Spielrevolution sind, aber jedes Mario Kart kommt schon mit neuen Ideen daher und fühlt sich auch wirklich sehr anders an dadurch. Das prominenteste Beispiel ist zum Beispiel Double Dash, das quasi das erste und auch einzige Mal zwei Fahrer pro Kart hatte. Im Multiplayer hat man dann auch wirklich quasi durchwechseln können, wer fährt und wer die Items benutzt, wer quasi die Defensive und die Offensive macht und wer der Fahrer ist und da hatte dann auch jeder Charakter seine Spezialmoves und so weiter und dann gibt es halt andere Mario Karts, die sowas wie Flugpassagen und Unterwasser Passagen und sowas eingeführt haben und das entwickelt sich schon immer weiter und versucht schon immer wieder neue Ideen. Also das sieht immer wieder gleich aus und das soll es glaube ich auch so wiedererkennungsmäßig, aber das ist schon so, dass die immer wieder mit neuen Ideen daherkommen. Erwischt, habe ich mir gedacht und ehrlich gesagt, ich brauche das gar nicht, ich denke mir das immer wieder, die bringen da alle 100 Jahre mal ihr Mario Kart und das ist dann auch cool und die haben dann wirklich coole neue Ideen und passt schon, aber ich denke mir oft, ach kommt, gib mir einfach more of the same, ich brauche nicht immer die große neue Innovation hier, die neuen Gimmicks, gib mir einfach das gleiche nochmal, es passt schon, es ist jetzt lang genug her, dass ich Mario Kart 8 gespielt habe, gib mir einfach Mario Kart 9 mit neuen Strecken, neuen Fahrern und der Rest kann recycelt werden, das ist mir egal, aber naja, das ist halt der Nintendo Weg, this is the way, wenn man so einen Nachfolger macht, dann immer mit kleinen Innovationen und Veränderungen, das muss ich übrigens mal nebenbei, bei dem Thema immer, immer wichtig zu sagen, die Pokémon Company ist nicht Nintendo, die gehören zwar zusammen, aber die Pokémon Company macht sehr autark seine eigenen Spiele, oh, guckt euch das an, ich baue hier fünf so Bodenklötzchen und schon sind alle Steine, die ich gerade geholt habe, weg, verdammt nochmal, ich weiß nicht, ob wir genug Steine für so eine Burg kriegen, was wollte ich sagen, ich habe vergessen, worüber ich gerade reden wollte, naja, auf jeden Fall können die von mir einfach mal Mario Kart 8 2.0 machen, ich brauche gar nicht unbedingt wieder super Innovationen, aber so ist das eben, Double Dash ist auch das Mario Kart, das extrem polarisiert, ja, das weicht wahrscheinlich auch am meisten von der Standardformel ab, aber ich mochte Double Dash echt gerne, ich fand das eigentlich ganz clever, Ich habe da, meine Güte, so viele Steine und die sind in Nullkommanix verbaut, okay, keine Ahnung, das mit dem Schloss ist krass, puh, das ist krass, wird erstmal eine kleine Burg, ein kleines Burglein, würde ich sagen, ich habe mir ja schon gedacht, nachdem der Turm schon so viel gefressen hat, an Steinen, dass wir für die, für das, für die Burg hier sehr, sehr viel Steine brauchen, aber so viel hätte ich auch nicht gedacht, ja genau, das stimmt, aber deswegen sage ich das immer, dass die Pokémon Company wirklich ein eigenes Ding ist, wenn Nintendo die Pokémon Spiele machen würde, wäre das, wird das wahrscheinlich anders aussehen, aber die Pokémon Company haut die halt wirklich raus, wirklich, der Vergleich, mir fällt auch immer ein, dass das das Call of Duty ist, dass Nintendo Call of Duty ist Pokémon. Jedes Jahr mit so kleinen Veränderungen, dass es nicht auffällt, dass es eigentlich schon wieder das gleiche Spiel ist, wobei jetzt das Neue, da haben sie sich jetzt mal an der Open World dran gewagt und Pokémon, die wirklich in der Welt rumlaufen und neue Mechaniken und so, sah in den Trailern und im Vorfeld für mich persönlich immer echt furchtbar aus, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das sah nicht nur jetzt optisch, das auch, aber auch von den Mechaniken her für mich total unattraktiv aus, soll aber ganz nett sein. Gut, keine Ahnung, aber die Pokémon Spiele haben eh stark nachgelassen, da weiß ich nicht, ob das Beste seit Langem mir als Qualitätsmerkmal noch reicht, muss ich zugeben. Äh, naja, weil das Beste seit Langem heißt bei Pokémon nicht mehr so viel. Also, ich will jetzt hier gar nicht großartig Pokémon Spiele haten, weil ich habe viele gespielt und ich hatte immer wieder Spaß, aber, na, es hat sich halt wirklich seit Rot-Blau kaum was verändert und wenn, dann für mich persönlich nicht zum Positiven. Naja. Ich stelle mir gerade Pokémon mit AKs vor. Da gibt es einen Mod, nee, nicht mal einen Mod, das ist ein Fanprojekt. Das wurde, glaube ich, natürlich mittlerweile von Nintendo schon wieder eingestampft, aber da hat jemand genau das gebaut, ein Pokémon First-Person Shooter. Aber wie gesagt, ich glaube, den hat Nintendo schon kassiert. Die verstehen da keinen Spaß bei sowas. Die sind da hart drauf. Es gibt so Bögen und ich finde diese Bögen eigentlich cool, aber wie soll man die denn einsetzen, wenn es keine passenden Türen gibt? Warum sollten die solche coolen Bögen einführen und dann keine geschwungenen Türen? Das ist doch grausam. Ich kann die höchstens innen, in den Innenräumen benutzen, aber das wird jetzt so, wie es gerade aussieht, eher wirklich ein sehr kleines Bürklein. Naja. Aber ich mache jetzt hier mal dicht. Es ist jetzt egal. Wir müssen jetzt hier mal ein Dach über den Kopf kriegen. Das ist jetzt die Hauptsache. Oh mein Gott, fressen die Steine. Das ist doch nicht mehr möglich. Heiliges Blechle. Ja, ich hole wir haben noch ein paar Steine zu Hause, die hole ich. Dann kommt ein Strohdach drauf und dann wird es erstmal ein kleiner Stein unterschlupf. Das mit dem Burg Ausbau ist ein Mammut Projekt. Ein Mörder Mammut Projekt. Das dauert ein bisschen länger, aber jetzt verbaue ich mal die Steine, die ich hier seit Anbeginn des Spiels über 100 Stunden hinweg hier angesammelt habe. Ja, die werden jetzt hier mal verbaut noch. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich habe einen Plan. Kann ich überladen durch den Teleporter gehen? Ich habe es noch nie getestet. Ich denke schon, oder? Warum soll es nicht funktionieren? Ich gehe einfach mal mit einer Extraportion Steine, die ich eigentlich gar nicht tragen könnte, durch zum Testen. Dann schauen wir mal. Ich habe mich auch an Pokémon damals sehr satt gespielt, weil ich mein Rot-Blau habe mich damals total umgehauen. Meine Güte, war das geil. Und die Nachfolger fand ich schon nicht mehr so gut, weil halt das Prinzip einfach wieder das gleiche war. Das habe ich dann noch zwei, drei Editionen mitgemacht und dann war ich im Grunde bei Pokémon auch so ziemlich raus und habe dann eine lange Pause gemacht und habe dann mit den Ich weiß gar nicht wie es heißt dass das die Alua Formen oder Alula Formen oder so ähnlich eingeführt hat das zum ersten Mal so ein bisschen von den klassischen Trainer Kolosseums Arenen weggegangen ist sondern stattdessen so eine neue Insel Tropen Story eingeführt hat Das habe ich dann mal wieder gespielt und das hat mir auch einigermaßen Spaß gemacht aber die Faszination ist natürlich futsch die große Pokémon Faszination war dann natürlich weg und ich glaube die kommt auch nicht wieder insofern Hey Hans danke fürs Followen Hi Pokémon Go habe ich dann auch noch mal ziemlich lang gespielt jetzt wo ich drüber nachdenke das stimmt aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen dass mich ein Pokémon Spiel noch mal so begeistert wie damals Rot-Blau aber das war natürlich auch damals der absolute der absolute Irrsinn wie wie crazy cool und innovativ und auch eben was anderes das Spiel damals war dabei war ich nämlich im Vorfeld ich war ja da schon ein bisschen älter ich war ja nicht ganz so im richtigen Pokémon Alter ich war im Vorfeld total Anti ich war ja eigentlich schon viel zu cool für Pokémon meine kleine Schwester hat sich das dann geholt und ich war so Pokémon und dann hab ich's gespielt und dann hab ich's ihr nicht mehr zurückgegeben und dann mussten wir ein zweites kaufen weil wir dauernd gestritten haben und ja so war das Nein warum kann ich ah come on Spiel jetzt darf ich die nicht mal aber hm das ist jetzt komisch oh Pokémon Pokémon Pinball von dem alten Gameboy ja das war das war cool das hab ich auch gespielt es gab auch so ein Pokémon Puzzle Leak ach das geht den hässlichen Block kann ich hier rein quetschen weiß nicht ob ich das mag weiß nicht ob mir das gefällt Pokémon Puzzle League war im Grunde einfach so ein Match Vorspiel heute ist wahrscheinlich der bekannteste Vertreter Candy Crush Saga oder sowas aber das war cool das war gut ach ich hab schon wieder fast alle Steine aufgebraucht ich hab keinen Bock mehr jetzt kommt ein Dach drauf und dann ist das erstmal fertig ich meine Burg und was für eine Burg muss ich noch ein bisschen Holz holen Holz können wir uns hier vor Ort auch easy beschaffen das ist kein Problem wir brauchen nur ein Dach überm Kopf oh man oh man oh man ja ja so ist das ja da war ich halt noch sehr jung mit diesem Pokémon dass ich da so Anti war mittlerweile bin ich mittlerweile bin ich nicht mehr Anti und hab schon gleich gar keine Vorurteile gegen irgendwelche Spiele schon gleich gar nicht wenn ich sie nicht gespielt hab es gibt so Sachen wie weiß ich nicht For Honor oder Overwatch oder so mit denen kann ich persönlich gar nichts anfangen aber ich würde mir auch keine Bewertung von den Spielen erlauben eben gerade weil das nicht mein Genre ist und ich mir nichts erlauben kann äh ich mir ich mit denen nichts anfangen kann kann ich die auch gar nicht wirklich neutral bewerten und das finde ich dann Quatsch dass man sagt die Spiele sind schlecht weil offensichtlich machen sie sehr vielen Leuten Spaß und das ist die Hauptsache und es muss nicht immer alles für mich sein Deathbird Dankeschön fürs Abonnieren freut mich Hurra ja Urlaub war ganz cool war ganz cool hat mir viel gebracht auch wirklich wieder Kräfte und neue Ideen für den Kanal zu sammeln das ist ziemlich cool ich habe jetzt ein paar coole Formate im Kopf und ein paar Video Ideen auch für Fallout Law und Resident Evil Law Legend Lawcore Legend vor allem so ein paar Ideen aber auch zu anderen Spielen ich werde auch mindestens ein Video zu Valheim machen da ist mir während des Spielens nämlich was aufgefallen wo ich mir dachte ha verrückt witzig das ist es wert da mal ein Video dazu zu machen ach das sieht von außen total bescheuert aus irgendwie harmonieren die Steinteile nicht sehr gut mit den Holzteilen aber so richtig ein Steindach gibt es nicht aber im Endeffekt sollte ich halt auch eher so ein Burgfried oder sowas bauen aber wo zur Hölle soll man so viel Steine herkriegen also ich meine ich weiß schon indem man ungefähr 100 Jahre lang grindet aber verdammt nochmal verdammt nochmal das sind viele Steine aber ich glaube ich mache das Dach zumindest hier hinten damit es von außen besser aussieht von innen sieht man die Kante von den Steinen wahrscheinlich dann gar nicht das ist ein bisschen doof das ist auch ein bisschen komisch aber man kann nur innerhalb von der Werkbanklinie craften und ich kann zwar jetzt hier ein Dach hinstellen aber nur wenn sich meine Figur noch innen befindet da muss man ein bisschen aufpassen ja im Endeffekt ist es auch wirklich klar also was bezogen auf das was er Praxe geschrieben hat dass Indie-Spiele vor allem auch deswegen eben die Innovationsträger sind weil halt da das finanzielle Risiko nicht so groß ist und die großen Publisher die schauen dann halt was gut funktioniert und sagen ach guck mal hier mit dem Konzept hat Indie-Studio XY so und so viel Erfolg gehabt das kopieren wir aber dass die halt gleich ein paar Millionen oder vielleicht sogar mehr in die Hand nehmen um selber innovative Sachen zu bauen ist denen halt viel zu riskant die schauen sich halt eher um was gerade so an Innovationen gut läuft und dann kopieren die ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz ich verstehe das Prinzip nicht ganz weil ja okay wenn so ein großes Studio gleich mit seinem riesen Hollywood-Budget rangeht dann ist da natürlich viel mehr Verlust drin aber das muss doch eigentlich gar nicht so sein wer sagt denn dass man halt immer gleich in jedes Spielkonzept irgendwie seine Millionen reinpumpen muss kann man nicht einfach kleine Projekte als großes Studio fördern kann man nicht kleine Teams fördern und kleine Ideen fördern weil wenn die floppen naja dann floppen sie halt die paar hunderttausend die da irgendwie in den Wind gesetzt in den Sand gesetzt werden wen interessiert's aber dafür hast du halt die Chance dass du dann als großes Studio den nächsten großen Indie-Hit produziert hast das nächste Minecraft und deswegen verstehe ich nicht dass da nicht so ein bisschen mehr Risikofreudigkeit da ist weil halt das Verlustpotenzial jetzt so ein EA oder so ein Microsoft eben auch was interessiert die denn ob jetzt irgendwelche Entwickler irgendwelchen kleinen Studios die die vielleicht haben oder unterstützen oder finanzieren dass die mal ein paar hunderttausend halt dann verbrennen whatever aber naja entweder sehe ich das nicht marktwirtschaftlich genug und das rechnet sich einfach nicht von der Wahrscheinlichkeit her dass es ein Indie-Hit wird für so ein großes Studio oder es ist halt einfach keine Notwendigkeit und eben keine Risikobereitschaft da weil die mit ihren jährlichen ups jetzt muss ich gucken wie ich hier die Dächer baue weil die mit ihren jährlichen Releases von den großen Marken gut um die Runden kommen und dann kann man eh von den erfolgreichen Indies klauen und muss ich die nicht selber irgendwie fabrizieren vielleicht ist das einfach die effektivere Taktik schade finde ich's dass da nicht mehr Mut zur Innovation ist aber gut okay perfekt jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen aber da nehme ich jetzt Holz genau da machen wir jetzt eine Holzwand sieht vielleicht sogar komplementär zum Stein gut aus ich bin in Wirklichkeit einfach nur zu faul dass ich jetzt hier noch ah nein wir müssen hier noch ein bisschen mehr Dach ranklatschen dass ich hier jetzt noch großartig mehr Steine hole das mache ich schon irgendwann mal in Ruhe ne ich mag so Grindspieler ich kann das total gut gerade so am Wochenende setze ich mich dann chillig ein paar Stunden hin mache mir irgendeinen Podcast oder eine Netflix Serie an nebenbei und klopfe stundenlang Steine das ist für mich das hat was meditatives das ist total cool das macht mir Spaß aber vielleicht nicht jetzt im Stream ich glaube das ist nicht super interessant wenn ich jetzt einfach durch die Welt laufe und jeden Stein den ich finde aufhebe und alles kaputt klopfe wer weiß aber ja ne will ich jetzt auch gar nicht da brauche auch ich eben wirklich eine Ablenkung während ich diese monotonen Arbeiten mache dann mache ich das eben gerne so Grinding in jeder Form aber nicht nur und nicht so hauptsächlich da muss ich mich selber ablenken aber dann gerne dann ist das so ein bisschen Fingerbeschäftigung Hirnlose während ich irgendwas anderes mache oder höre oder schaue das finde ich cool so da la fast fertig ich glaube im Grunde ist wahrscheinlich zumindest das Dach schon genug abdecken dass wir schlafen können nein ah ja weil wir Feuer brauchen uh kann ich Feuer auf Steinböden stellen weil auf Holzboden kann man keine oh was ist denn das hier das ist neu das habe ich noch gar nicht gesehen das ist ja cool uh das kenne ich noch gar nicht das gefällt mir gut ne neue Feuerstelle aus Stein für innen richtig cool genau Hörbücher das ist auch ne gute Idee ja da das ist sowieso das finde ich auch Abraxe bei wenn es um so Triple A Spiele geht sind irgendwie die Entwicklungsstudios eben auch aufgrund der Erwartungen der Konsumenten die die aber ja auch geschürt haben und immer noch schüren in so einer in so einer Teufelsspirale gefangen die müssen immer mehr ans Limit gehen immer on the edge entwickeln immer quasi technisch auf Höchststand sein weil sonst das ganze Marketing in sich zusammenbricht wenn die nicht irgendwie sagen können hier guck mal unsere super geile Grafik an und so und das führt dazu dass die sich halt überhaupt keine Innovation mehr trauen dürfen weil die Spiele eben so fucking teuer werden das ist halt ja genau das ist halt eben einfach ne blöde Spirale in die die Videospielbranche da sich selber rein navigiert hat das ist ja im Grunde die Narrative der der großen Publisher selbst die die sich da eingebrockt haben das sind auch so bizarre Maßstäbe die die da PR-technisch etabliert haben weil in Wirklichkeit und das weiß wahrscheinlich jeder wenn man drüber nachdenkt hat die Größe einer Spielwelt nun wirklich kein Einfluss drauf ob ein Spiel gut ist oder nicht die Größe der Spielwelt muss erstmal zum Spielprinzip passen und dann muss sie natürlich auch mit wertigem Content gefüllt werden und so weiter also da gibt es Millionen von Faktoren aber über die wird halt natürlich nicht geredet sondern die Spielwelt ist jetzt fünfmal so groß wie Moskau und 13 mal so groß wie unsere letzte Spielwelt und man braucht von einem Ende zum anderen 800 Monate und das sind so die PR-Schlagwörter die aber eigentlich überhaupt keinen Sinn machen ich hier komm gib mir gib mir Dingsy Blender und ich mach dir in 10 Minuten eine Map die 100 mal so groß ist wie alle Fallout-Maps kombiniert die ist halt dann eine leere große Fläche ich kann gerne auch mit so einem Brush ein paar Bäume hinpflanzen toll aber was was hat das für eine Aussagekraft überhaupt keine aber gut warum bin ich eigentlich jetzt hier heimgegangen ich weiß gar nicht mehr ich glaube ich brauche mehr Holz aber die kann ich ja vor Ort fällen ich finde das ein bisschen interessant ich bin da gespannt vielleicht ist der zeitliche Abstand einfach groß genug aber Microsoft dadurch dass die jetzt Obsidian und Bethesda haben macht sich jetzt dann bald im Grunde Selbstkonkurrenz weil ja Obsidian gerade an einem Open World First Person Shooter mittelalterliches Magie Zauber Schwertkampf Rollenspiel arbeitet genauso wie Bethesda die an dem neuen Elder Scrolls arbeiten und dieses Avowed ich glaube so heißt Avowed oder so ähnlich von Obsidian sieht schon sehr wie Elder Scroll aus die machen da gerade parallel das gleiche Spiel so ein bisschen die machen sich die sind jetzt hier in der bizarren Situation dass die selber ein Konkurrenzprodukt für ihr eigenes Produkt machen bei Microsoft aber wer weiß vielleicht unterscheiden sich die Spiele ja doch ganz stark oder die Zeit zwischen den Spielen ist noch riesig weil bis das neue Elder Scroll kommt wer weiß das kann ja noch das kann ja noch viele Jahre dauern und auch von Avowed keine Ahnung wie weit die Entwicklung da ist da habe ich schon lange nichts mehr gehört aber da kann viel Zeit dazwischen liegen aber ja fand ich fand ich lustig dass die da jetzt zwei so ähnliche Eisen im Feuer haben ich muss mehr Treppen bauen innen ah ich sterbe gerade an Rauchvergiftung aber einen echten Handwerker macht das nix Rauchvergiftung esse ich zum Frühstück na komm platzier das Ding halt noch das letzte Ding hier ah ja weißt du ich will nicht zu gemeint zum Fallout 4 Editor sein als großes AAA Spiel war Fallout da tatsächlich früh dran mit so einem Editor System so einem Bausystem aber mittlerweile funktionieren so Bausysteme schon sehr viel besser und das von Valheim ist eigentlich sehr gut das ist immer noch nicht perfekt aber perfekt ist immer auch eine subjektive Sache mein Gott aber das haut schon sehr gut hin ich hoffe sehr dass ich also auf was ich voll Bock hätte beim neuen Elder Scrolls wäre eine mittelalterliche Siedlung bauen ich fand ja die postapokalyptischen Siedlungsbau in Fallout 4 total gut das hat mir total gut gefallen und wenn die das noch ein bisschen ausbauen und da neue Features hin machen und von mir aus auch gerne so ein bisschen Siedlungsmanagement mit reinbringen da hätte ich super tierisch Bock drauf so eine mittelalterliche Fantasy Stadt zu bauen und zu managen da wäre ich aber sowas von dabei da sehe ich mich schon dass ich meine gesamte Spielzeit im Basenbau verbringe und im Grunde nur in die Welt rausgehe wenn ich gerade wieder Ressourcen brauche für meine Basis so ein bisschen war auch mein erster Fallout 4 playthrough in wie heißt wie heißt die erste Stadt in die man kommt also nicht die erste erste sondern die erste große also indem man dann sein erstes Haus kriegt und so mir fällt gerade der Name nicht ein aber da habe ich ja auch ein über über viele viele Stunden hinweg ein Leben als Schmied geführt und habe da einfach nur geschmiedet und bin dann wirklich nur auf Abenteuer gegangen wenn ich neue Rohstoffe für ist da gerade eine Möwe durch mein Haus geflogen wenn ich neue Rohstoffe für meine Schmiedekünste brauchte und habe mich dann halt wirklich sehr früh im Spiel bis zur höchsten Holz äh Holz sage ich weil ich gerade Holz brauche bis zur höchsten Metallverarbeitungsstufe hochgelevelt und bin dann schon in irgendwelche Zwergenmien gelaufen um da das Zwergenmetall rauszuholen und so weiter Weißlauf genau danke und hatte dann halt irgendwie die beste Ausrüstung im Spiel so ziemlich die man schmieden kann und dann war alles ziemlich belanglos und leicht ich habe mir das Spiel dann auch ein bisschen kaputt gemacht durch meine Schmiedekünste aber ich habe halt wirklich rollenspiel mäßig mein Großteil meines ersten Playthroughs als Schmied in Weißlauf verbracht und das war ziemlich cool eine schöne Erinnerung das war halt mein Haupt Skyrim Durchlauf am Schluss dann natürlich auf Drachenjagd damit mal das war's genau Drachenknochen sind glaube ich die höchste Technologiestufe ich glaube deswegen bin ich dann ganz lang noch auf Drachenjagd gegangen überall und dann war ich quasi super krass ach ja schön das waren noch Zeiten die Erde biebt irgendwie so blöd ist hier irgendwo ein Troll der mein Haus haut Troll das gefällt mir nicht oh warte mal nein haut bitte nicht das Portal kaputt lass uns das komm gehen wir nach draußen regeln wir das im Wald wollen wir noch schnell was essen Great Dwarf geht's weg hahaha gekontert yeah und Puff hat's gemacht wäre ein Fallout New Vegas 2 realistisch also aktuell ist es definitiv realistischer als ja im Grunde seit Fallout New Vegas erschienen ist jetzt ist es wieder realistisch das heißt leider nicht dass es kommen wird oder muss oder man kann sich nicht drauf verlassen aber realistisch ist es jetzt aktuell da sich jetzt alle Marken und alle Entwickler die dafür notwendig sind bei Microsoft befinden total das ist auch eine große Hoffnung von mir dass wir vielleicht jetzt dank Microsoft im Grunde von Fallout New Vegas 2 kriegen und und wenn es irgendwie zum Beispiel jetzt Bethesda nicht komplett auf stur schaltet und sagt nein auf keinen Fall sonst streiken wir dann wird es das geben glaube ich wenn vielleicht auch erst in 100.000 Jahren irgendwann mal aber ich halte es für sehr möglich und das aller geilste wäre für mich zumindest weil Obsidian wollte ja ursprünglich mit ihrem Fallout New Vegas also als die in Fallout machen sollten für Bethesda wollten die ja zurück an die Westküste die wollten die Geschichte von Fallout 1 und 2 weiter tragen im Grunde weiter erzählen aber Bethesda hat gesagt nee nee das dürfte nicht mach was Neues keinen interessieren die alten beiden Fallout Spiele also so ungefähr war der Dialog wahrscheinlich und das fand ich super schade weil Obsidian ich hätte geht und jetzt bei Microsoft wenn Microsoft die Hosen anhat und nicht mehr Bethesda ist halt theoretisch alles drin das muss nichts heißen aber theoretisch ist alles möglich und ja genau da wäre auf jeden Fall Potenzial da wie schon oder wie noch nie eigentlich für ein richtig cooles Fallout New Vegas 2 also wenn ich sage Fallout New Vegas 2 aber das wird den meisten klar sein meine ich nicht wirklich ein direkter Fallout New Vegas Nachfolger sondern eben ein Fallout Spin-Off wenn man so will von Obsidian von den Original Fallout Machern eben das heißt nicht dass das jetzt unbedingt in New Vegas spielen muss für mich also eben wie gesagt mir wäre sogar lieber wenn es das nicht tut ja 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 das wäre das wäre der Hammer stellt euch vor stellt euch vor bei der nächsten E3 ob es E3 noch lange gibt weiß man nicht aber trotzdem stellt euch vor bei der nächsten großen Videospiel Messe oder so kommt Microsoft ins Eck und sagt ach übrigens Fallout New Vegas 2 hier Obsidian macht ein neues Fallout und weil wir gerade dabei sind macht in Exile Fallout Tactics 2 dann bin ich aber so aus dem Häuschen meine Güte dann ist der Hype aber groß das wäre das wäre der absolute Hammer ich glaube keine Ankündigung glaube ich könnte mich mehr umhauen als das das ich hau den Stein hier nur weg, weil der so blöd vor unserer Haustür steht. Also ich hab die Haustür blöd platziert. Aber trotzdem. Der Stein muss weg. Ich will keinen blöden hässlichen Stein vor meiner schönen Haustür. Die kommen gleich in eine extra Steinkiste, die ich dann benutze, um irgendwann mal das Haus auszubauen. Aber wie gesagt, jetzt nicht mehr im Stream. Ja so, warte mal. Oh, Stein. Der Berg ist ziemlich steil. Ich versuche hier gerade einen Weg zu machen, den man auch einfach hochlaufen könnte, ohne zu sprinten und zu springen. Aber jetzt kommen wir schon in die Mountains und ich hab Angst. Ich geh lieber wieder zurück. Ich geh lieber noch mal ein bisschen Steine klopfen. Bis ein Fallout New Vegas 2 angekündigt wird. Aber das ist doch gut, oder? Das mach ich jetzt. Ganz prominent als Protestaktion. Bis Fallout New Vegas 2 angekündigt wird. Werde ich jeden Tag in Valheim einen Stein klopfen. Jetzt wo ich's laut ausspreche, klingt's nicht mehr so gut. Aber vielleicht nen... Okay. Wenn ich... Wenn mir mein Leben komplett wurscht wär und ich es einfach wegschmeißen wollen würde, dann würde ich das jetzt so machen, dass ich bis Fallout New Vegas 2 angekündigt wird, ununterbrochen, also abgesehen von Schlafen vielleicht, weil sonst sterbe ich wahrscheinlich, Essen und Schlafen und Klo gehen, nur noch Steine in Valheim klopfe und so ne komplette Valheim-Map im Grunde zu so kleinen Steinhäufchen sortiere. Alles weggrabe, was es gibt. Über Jahre hinweg. Immer. Sonst nix mehr. Das wär gut, oder? Keine Ahnung. Warum Treppen? Manchmal normalerweise glitschen oder lassen sich die Treppen sehr schön in den Boden verschieben, aber die jetzt gerade irgendwie leider nicht, was ich ziemlich schade finde, weil das wär ziemlich gut, wenn die kooperativ wären. Sind die aber gerade nicht, aber vielleicht kann ich aushelfen. So, schauen wir mal, ob das schon reicht. Na, guck. Na, guck. Funktioniert die? Ja, die funktioniert, die Treppe. Na dann, lassen wir's so. Vielleicht hau ich hier noch eben kurz ein bisschen Erde weg. Ah, das war zu viel, oder? Nein, es passt. Okay, cool. Zufrieden bin ich. Zufrieden bin ich, geht zur Ruhe. Aber vielleicht, weiß ich nicht genau, ich müsste mir mal, man könnte hier, ah ja, warum nicht? Das ist vielleicht sogar ganz hübsch, wenn man hier so ein paar Steinsäulen noch hinmacht. Ja, sieht besser aus als vorher, oder? Das ist doch schön. Ach, man könnte mit Stein, glaube ich, gute, schöne Konstrukte hier in dem Spiel machen. Ich würde gern irgendwas mit diesen Bögen hier machen, aber ich weiß auch nicht recht. Die Bögen sind irgendwie komisch. Die Torbögen hier. Ich weiß gar nicht genau, wie man die benutzen soll. Ich glaube, so ist es schon irgendwie, ich weiß ja, es sieht komisch aus, oder? Es sieht irgendwie weird aus, dass es darüber dann so plötzlich aufhört. So, perfekt. Ich finde es schön. Jetzt ist es Kunst. Heizen wir nochmal ordentlich ein. Ach, es gibt zum Glück bei mir schon ein paar Sachen, die mich hypen könnten. Aber ich merke schon auch, dass ich bei weitem nicht mehr so hypefähig bin, wie noch vor einigen Jahren, weil ich einfach zu oft enttäuscht wurde. Die Videospielbranche hat mein Herz einmal zu oft gebrochen. Aber es gibt schon noch Ankündigungen, glaube ich, wo ich sagen würde, yes. Also, wenn man endlich jetzt mal was vom Breath of the Wild Nachfolger, vom neuen Zelda sehen würde, ein Datum, ordentliche Spielszenen, irgendwas, das wäre schon super cool. Oh, warte mal, ich muss noch das Portal wieder aufbauen, das wäre auch super cool. Was brauche ich da? Finewood, Dingsy, aber noch irgendein, ah ja, warte mal, die, die Zwergenaugen brauchen wir da noch. Das Portal, das Portal wird wieder aufgebaut. Ich sage das immer so komisch, weil es gibt so auf Netflix so eine Serie von so österreichischen Geisterjägern und die haben natürlich verschiedene Geisterjägergeräte in ihrem Repertoire und unter anderem das Portal. Deswegen sage ich immer das Portal. Ist dir irgendjemand, der uns etwas mitteilen möchte? Wie heißt das jetzt gleich nochmal? Bone Mass, oder? Ja, Bone Mass stimmt. Ich war schon wieder kurz am Oh-Oh sagen. Ich dachte schon, wir müssen zurücksegeln, um nachzusehen, wie das heißt hier. So, schön haben wir es hier, oder? So viel zu dir. In meinem Kopf sah die Burg, die wir hier bauen, so episch aus. Was für eine gigantische Burganlage, die sich hier über das ganze Gebiet erstreckt hätte. Jetzt ist es halt ein hässliches kleines Steinhaus, aber wartet nur. Irgendwann, passt auf, in zwei Monaten oder so, mache ich nochmal einen Stream, wo ich euch die Progression zeige. Und dann steht hier plötzlich kein Wald mehr, sondern nur noch ein Steinwald. Das ist das, finde, auch wenn ich null dahinter stehe. Könntest du dir vorstellen, in der Richtung was zu machen? Nee, will ich auch gar nicht. Auch wenn ich viele Verschwörungstheorien eben wirklich inhaltlich interessant finde, wie halt so Fantasy-Welten oder sowas, möchte ich so Verschwörungsideologien auch gar nicht irgendwie verbreiten oder den Bühne bieten. Deswegen möchte ich da auf dem Kanal nichts dazu machen. Auch wenn ich privat mir immer wieder gerne so Videos angucke über die neuesten Verschwörungsideen. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in Richtung Bonemass. Ich will sehen, es könnte sein, dass ich das Außenlager jetzt auf der falschen Seite dieses Berges hier gebaut habe und wir überhaupt nicht zu Bonemass so richtig gut hinkommen. Jetzt umkreise ich mal den Berg und guck mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Oh, Checked Alliance 3, ja. Ey, da wäre ich sowas von dabei. Wenn das alles Gute aus den Originalen, aus Checked Alliance 2 vor allem, wieder einfangen könnte und dann vielleicht sogar noch ein bisschen mit Konfortfunktionen modernisieren, dann wäre ich aber sowas von gehypt für Checked Alliance 3. Aber hallo. Das wäre Hammer. Ja genau, meine Liste war gar nicht fertig. Zelda, auf das Neue freue ich mich auf jeden Fall. Aber ein irgendwas Neues zu Resident Evil. Ich bin ja schon immer ein großer Resident Evil Fan gewesen, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt auch auf meinem Kanal. Und wenn die irgendwas mal wieder zu Resident Evil zeigen. Was ist denn mit diesen Resident Evil 8 DLCs? Ich würde mich schon wirklich von den kleinsten Resident Evil 8 DLCs hypen lassen. Mir hat der Teil gut gefallen. Resident Evil 8 wird ja so ein bisschen kontrovers diskutiert. Er hat viele enttäuscht. Ich fand den wirklich super, muss ich sagen. Wirklich richtig super. Ich muss mal noch abwarten. Das Spiel ist jetzt immer noch relativ neu. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass mir persönlich Resident Evil 8 gleich nach Resident Evil 4 so ziemlich schon. Ja, es gehört, glaube ich, zumindest zu meinen Top Resident Evils. Rein vom Spielspaß, den ich damit hatte. Ich kann ja Spiele immer so auf verschiedenen Ebenen bewerten. Und natürlich war das Setting und die Narrative und die Erzählung und die Ernsthaftigkeit in Resident Evil 7 zum Beispiel um Welten besser als Resident Evil 8. Aber trotzdem habe ich halt einfach mehr Spaß mit Resident Evil 8. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Es ist nicht unbedingt immer das objektiv bessere Spiel, das mir einfach mehr Spaß macht. Und wir haben eine Abomination. Die kann ich jetzt gerade gar nicht brauchen. Oh und achso ne der kommt nicht aus dem Wasser Na dann. Autsch. Autsch. Ich muss leider ein bisschen es schaffe ich nicht mehr. Ich muss ein bisschen Luft gewinnen. Ich muss mich ein bisschen regenerieren. Vielleicht noch schnell einen Happen essen. Es ist immer ein bisschen Glück bei so Abominations. Mit ein paar guten Treffern kann man die im Nahkampf mit so einem guten Eisenschwert schon besiegen. Aber die hat mich leider ein paar Mal blöd erwischt und dann ist es schlecht. Oh ist das da hinten eine Krypta etwa? Das wäre der Wahnsinn. Schaden. Ich mache dir halt mit meinem Pfeilen quasi keinen Schaden. Ich habe ja diese ganz schlechten Flint Pfeile gemacht. Die sind ein Stück besser als die Holz Pfeile aber echt zur super Low Technologie. Das macht halt nicht viel aus. Aber vielleicht gerade genug dass dann jetzt lade ich meine Ausdauer noch auf und wenn der gelbe Balken unten voll ist dann hauen wir die nochmal. Yes. Perfekt. Das ist cool weil aus der Rinde oder aus den Wurzeln oder Ästen von dem Ding kann man sich eine gute Rüstung machen. Die Roots die Wurzeln. Ich möchte zwar gleich auf die Eisen Rüstung gehen weil diese Root Rüstung ist eher auf dem Niveau von der Kupfer Rüstung aber hat halt so Boni. Da ist mir empfindlicher gegen Feuer aber dafür weniger empfindlich gegenüber anderen Schadensarten aber die überspringe ich gleich die skippe ich. Oh da hinten sind böse Spawner ich schaue mir mal das Haus an aber ganz komisch in den meisten Häusern in den anderen Gebieten gibt es eigentlich immer irgendwelche Schätze zu finden aber ich habe das Gefühl im Sumpf stehen hier die Dinge einfach nur zur Dekoration da habe ich noch nie irgendwelche Kisten oder irgendwas gefunden oder die sind nur so gut versteckt ich weiß es nicht ich habe jetzt auch keine Fackel dabei dass ich das mal ordentlich ausleuchten könnte aber ich seh nix so der Boss ist so ein bisschen nordöstlich ich versuche mal dass wir da vielleicht noch hinkommen bevor es dunkel wird weil nachts kommen dann die Geister die Wraths aus ihren Gräbern gekrochen hier im Sumpf mit denen werde ich zwar fertig aber es gab schon Nächte wenn dann plötzlich ein zwei Sterne Draugr ankommt und dann noch irgendwie ein Wrath und dann gräbt sich eine Abomination aus dem Boden dann ist Feierabend das macht keinen Spaß mehr also doch das sind total coole Momente aber ich will jetzt hier ungern sterben ich schau mal ob ich die Spawner kaputt taun kann das wäre cool wird unsere nächste Expedition ein bisschen leichter Elite Draugr kein Problem muss den Spawner zerlegen schnell okay jetzt ein bisschen Ausdauer tanken stirb damit ich aus dein eingeweiden leckere Wurst machen kann Dankeschön Oh Eisenpfeile nicht schlecht solche hatte ich noch gar nicht neue Pfeil Technologie hier aber nur eine Handvoll aber trotzdem nicht schlecht das Gute ist dass man die Bosse sowieso immer erst beschwören muss aktiv also es ist nicht so dass die Bosse einfach so jetzt hier plötzlich rum gurken aber das das dürfte der Spawnpunkt sein okay hier haben wir wahrscheinlich wieder einen Draugerspawner in dem Haus ganz schön zugewurzelt hier oh Elite Drauger darf ich nicht unterschätzen konnt euch lieber okay oder ist das Eisenschild schon Gold wert mit dem Brose Schild haben die trotz Blocken und trotz Kontern noch gehörig Schaden gemacht also Blocken war im Grunde komplett für den Arsch da hilft jetzt das Eisenschild schon ungemein okay hier können wir wohl den Boss beschwören was wir jetzt heute nicht mehr machen werden aber gut zu wissen ja da kommen wir von unserer Basis aus relativ gut hin würde ich sagen was ein bisschen schade ist ist dass ich jetzt noch gar keine Krypta hier gefunden habe ich hätte schon gern noch ein bisschen Eisen mit heimgenommen geh geh mal ungern durchs tiefe Wasser hier im Sumpf weil so ein Schwarmblut egel aber das ist ein das ist ein großer Sumpf hier da muss es doch die ein oder andere Krypta geben ah ne stimmt gar nicht schade grüne fackeln markieren immer eine Krypt noch eine Abomination ich glaube ich gehe heim ich glaube ich habe genug Schumpf für heute ich will nicht gegen noch eine Abomination kämpfen ich lauf in die falsche Richtung ok ich muss einen kleinen Bogen machen damit ich um die Abomination rum komme stecken wir mal unser Schwert weg sind wir ein bisschen flotter vielleicht unterwegs glaube ich fliehe einfach in den Schwarzwald oh ja genau das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm also ich hab es gerade vergessen aber auf Elden Ring freue ich mich auch schon ich bin da ehrlich gesagt nicht super gehypt muss ich sagen nicht so wie viele andere weil ich mich auch an den Souls spielen mittlerweile einfach satt gespielt habe da was ähnlich wie wir vorher geredet haben über diese Aufbau Survival Spiele wie Valheim hier dass ich vom ersten Dark Souls Demon Souls habe ich nicht mitbekommen leider aber vom ersten Dark Souls war ich total hin und weg das hat mich total mitgenommen total abgeholt das fand ich super cool oh eine Schwefelquelle oder sowas cool ähm und dann habe ich Demon Souls nachgeholt nachdem ich Dark Souls gespielt habe und fand das auch super dann kam Dark Souls 2 das fand ich auch noch ganz gut auch wenn das viele irgendwie scheiße finden aber ich fand es nicht total scheiße ich fand es nur halt und dann habe ich halt dann ging es los mit den ganzen Souls Likes die dann links und rechts überall aus dem Boden geschossen kamen und da habe ich noch viele mitgenommen und bei Dark Souls 3 habe ich persönlich dann schon gemerkt so so richtig Spaß macht es mir eigentlich nicht mehr ich bin eigentlich durch damit Bloodborne war dann nochmal so ein bisschen was anderes aber ja nee so Souls like machen mir nicht mehr so viel Spaß leider habe ich zu viele gespielt auch einfach und wer weiß vielleicht wird ja Elden Ring mein Valheim so das Spiel aus diesem Genre von dem ich dachte ich habe mich dran satt gespielt und dann plötzlich kommt so ein neuer Ableger der ein paar Sachen anders macht und dann macht es mir doch wieder sehr viel Spaß möglich aber ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen dafür ich würde nicht drauf wetten eine Krypta sehr schön ich schaue mal noch ein bisschen rein auch wenn mein Inventar echt super voll ist aber ein bisschen Eisen könnten wir vielleicht noch so eine Handvoll mitnehmen wenn wir schon hier sind ups ich habe mein Schild nicht ausgerüstet so jetzt die wollen es aber hier auch gleich mal wissen meine Güte so das ist nämlich so ziemlich nicht nicht wirklich nicht ganz aber zumindest der einzige Ort im Spiel wo man effektiv Eisen gewinnen kann in diesen alten versunkenen Krypten indem man diese Haufen hier abgräbt ich schau ich schau gerade in alle zugänglichen Gänge dass sich da nicht noch irgendwo Monster verstecken die mir dann nervend in den Rücken fallen okay so wartet ich muss mal kurz in den Chat schauen ich stelle mich kurz hier hin das nächste wird wohl Resident Evil 4 Remake sein ja ja da bin ich echt gespannt drauf ich bin skeptisch was das angeht weil Resident Evil 4 war einfach damals ein absolutes Hammerspiel das alles revolutioniert hat was Third Person Shooter angeht und das mich voll umgehauen hat und die ursprünglichen Entwickler von dem Resident Evil 4 Remake wollten ja im Grunde so ein 1 zu 1 Remake machen das Ganze ein bisschen schöner machen modernisieren aber halt quasi dem Originalspiel sehr treu bleiben und das hätte ich für eine gute Idee gehalten aber Capcom hat gesagt nein wie wir das auch bei Resident Evil 2 gemacht haben und das finde ich gefährlich es ist wenn die das hinkriegen ein total gutes Spiel draus zu machen bin ich mega happy überhaupt keine Frage das wäre Hammer aber ich bin skeptisch die treten da ein wahnsinnig großes Erbe an und meiner Meinung nach können die im Grunde nur was schlechteres abliefern als das Original und wenn die wie bei Resident einsparen oder weglassen dann bin ich raus dann bin ich anti dann sage ich nee scheiß Spiel ge weg ich bin aber gespannt ich hoffe so sehr dass die was gutes abliefern um Himmels willen es wäre Hammer aber ich aus gemedalt kurs auf den tentakel dank schön drei monate drei monats abo schon ich hätte eine fackel mitnehmen sollen es ist hier schon ein bisschen dunkel haben wir schon ein bisschen Eisen gefunden nein der Scrap Pile hatte nichts an Eisen ich muss mich kurz orientieren so jetzt weiß ich wieder wo ich bin das eine Sackgasse hier sieht so aus ne ja ich glaube schon gelbe mushrooms wachsen hier die sind eigentlich eine gute nahrungsquelle zumindest am anfang aber hier jetzt zu dem Zeitpunkt brauche ich eigentlich glaube ich ich habe noch genug zu hause vor allem ah ja vier Eisen na immerhin ruddeln wir mal noch ein bisschen rum bis unser Inventar voll ist bis wir nichts mehr tragen können und dann bringen wir mal die erste Ladung hier nach Hause auf auf sch sch das wäre halt die Hoffnung aber wie gesagt da hätte ich vielleicht eine Fackel mitnehmen sollen weil man sieht nicht wirklich viel hier na gut in die Richtung ist schon Ende zwei Sackgassen sonst nix na schön aber wir haben ja noch zwei Wege was war hier gleich nochmal auch eine Sackgasse ne ja genau ja dann gibt es sogar nur noch einen Weg schauen wir mal eventuell erstreckt sich der Weg noch ewig weit aber vielleicht ist auch ziemlich schnell Schluss hier auf jeden Fall hey Cheetah steht hier im Bogenschütze gleich ums Eck kann ich auch schauen wer länger durch hält aha verloren oh was ist mit dir oh ein Elite Drauger ei ei na kommt her jetzt kommt her jetzt komm du dann her los irgendjemand kommt jetzt her da ist halt auch ein Spawner ne ah ja da spawnen dauernd neue jetzt das ist eine etwas gefährliche Stelle hier okay Spawner ist schon mal kaputt das ist gut zum Glück kommt anscheinend der Elite Drauger hier nicht durch durch diesen Engpass das ist gut jetzt werde ich ihn mal stellen yeah easy so ich gehe mal wieder schnell alle offenen Wege ab ah ja das ist so ein Schild quasi das zeigt einem wo der nächste Boss ist das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht weil das wissen wir eh schon aber gut oh eine Kiste mit 14 Eisen das ist so eine Kiste von der ich geredet habe das ist sehr schön ich packe da mal die ganzen Trophäen rein die keiner braucht na die Elite nehme ich vielleicht wieder mit ja keine Ahnung passt schon Geräusch so da la gucken wir mal ob es in die Richtung weitergeht wir können eigentlich noch tragen ein bisschen was geht noch cool cool kommen wir immerhin mit 30 Eisen wahrscheinlich raus also muss man erst wieder verarbeiten und so das ist alles nicht so leicht müssen wir dann wieder heimsiegeln in unser Strandhaus aber gut kurz kurz Ausdauer tanken ich könnte einen Happen essen oh meine Blut Egel Suppe geht schon langsam zu Neige müssen wir mal schauen gute Nacht nach der Praxe ich lese es jetzt erst wahrscheinlich bist du schon weg trotzdem gute Nacht ja ja ich bin sehr gespannt Resident Evil 8 DLCs würde ich jetzt gerne mal sehen schon langsam und Resident Evil 4 Remake ist natürlich hat so viel Potenzial sowohl super scheiße zu werden oder enttäuschend zumindest ich glaube nicht dass es ein schlechtes Spiel wird aber vielleicht sehr enttäuschend für Resident Evil 4 Fans wie mich aber könnte auch der absolute Mörderhammer werden es ist alles möglich glaube ich oh noch eine Kiste sag bloß nein aber da sind Giftpfeile drin auch nicht schlecht ich glaube ich muss ein bisschen aussortieren Resi 4 genau Desert Dragon hat es ja fast Giftpfeile so so ich glaube ich lasse die Perlen hier braucht kein Mensch kann man auch beim zweiten Mal mitnehmen ah schade ich dachte schon da ist noch eine Kiste aber auch nur Giftpfeile ich meine nichts gegen Giftpfeile ist schon in Ordnung aber ja Eisenerz wäre mir lieber gewesen ja ich auch ey ich auch und genau das ist auch also Resident Evil 4 war unter anderem abgesehen davon dass es halt auch in vielerlei Hinsicht sehr revolutionär war und sehr viele clevere Ideen hatte im Game Design hatte es halt auch wirklich diesen genialen Motivations Gameplay mit dem Waffen Upgraden dass man wirklich über mehrere Spieldurchläufe hinweg über mehrere New Game Pluses seine Waffen immer weiter upgraden kann und sehr viel rumexperimentieren kann weil die dann eben auch so besondere Special Belohnungen noch zusätzlich haben und so weiter oh ich kann das Eisen nicht mehr aufheben jetzt sind wir voll äh das war einfach clever das hat mir einfach super Spaß gemacht und das war wirklich eine Motivation für mich das auch immer wieder durchzuspielen natürlich hat das Spiel an sich auch Spaß gemacht das ist natürlich im Zentrum erstmal sehr wichtig damit man es auch öfter spielen will aber ja genau und diesen wirklich guten Motivationsloop hat halt dann die Resident Evil Reihe schon mit dem fünften Teil so stark eingestampft so stark reduziert dass ich da schon irgendwie sehr enttäuscht war ich hab nicht verstanden warum die ausgerechnet dieses Gameplay Feature zurückschrauben und das ist dann mit Resident Evil 7 wenigstens so ein bisschen wieder zurückgekommen so angedeutet und dann im achten Teil ist das halt einfach wieder voll drin dieses Waffenupgraden und das allein macht mir einfach so viel Spaß dass es schon allein deswegen jetzt schon zu meinen Lieblings Resident Evils gehört der der achte Teil weil eben einfach dieser dieser Mechanismus von ich spiele das Spiel jetzt nochmal durch damit ich die Waffen weiter upgraden kann für mich immer noch genauso gut funktioniert wie damals beim vierten und jetzt habe ich mich verlaufen aber so viele Gänge gibt es nicht wir finden es schon raus ah hier cool gut in die Krypta können wir irgendwann wiederkommen da gibt es noch was zu holen jetzt ist es wahrscheinlich mitten in der Nacht sehr schön zu den Schwefelmonstern will ich auch nicht dann ich muss da lang oder ich muss an den Schwefelmonstern vorbei jup okay ich glaube die sind nicht so schlimm oh da hinten ist auch noch ein Superschleim ach ich weiß nicht ich mache einen Bogen um die Superschleim ich habe kein Beef mit dir lass uns einfach lass uns einfach hier in Ruhe durch die Sümpfe wandern jeder für sich oh Abomination nein ich will doch nur meine paar Eisen meine paar läppischen Eisen zurück in meine kleine Burg bringen lasst mich doch alle in Ruhe ja ja Draugr mit euch würde ich gerade noch fertig werden aber ich muss meine Ausdauer jetzt sparen damit ich den Berg hochkomme Great Dwarfs ihr kommt mir gerade recht könnt ihr die mal ein bisschen ablenken das funktioniert nämlich meistens tatsächlich sehr gut ja da kämpfen sie schon gegeneinander haha Great Dwarfs und Draugr mögen sich nicht es gibt anscheinend quasi so versteckte Fraktionen im Spiel anscheinend gibt es quasi Gegner die so dem Wald zugeordnet werden und Untote und ähm andere Bestienarten halt und die haben alle verschiedene Verhältnisse zueinander und Waldkreaturen vertragen sich nicht mit Untoten deswegen kämpfen die gegeneinander nicht dass die Zwerge eine Chance gegen die Draugr hätten aber ich finde das nett als so eine kleine unterschwellige versteckte Botschaft finde ich das eigentlich ganz cool im Grunde war das in Resident Evil 4 mit den Waffen dass man die so weiter ausbauen kann und weiter hochleveln kann im Grunde fast schon ein bisschen so rollenspielmäßig im Grunde eine Weiterentwicklung der alten der älteren der klassischen Resident Evil Spiele da war es halt immer noch so dass man quasi nicht nur im Verlauf des Spiels immer stärkere Waffen kriegt und stärkere Munitionsarten sondern dass man dann auch für das New Game Plus neue Waffen freischalten kann und das hat irgendwie Resident Evil 4 einfach konsequent weiterentwickelt finde ich nur dann leider hat eben die Resident Evil Reihe immer mehr aus den Augen verloren wie gesagt im fünften schon ein bisschen abgebaut und im sechsten war es dann irgendwie ganz schlimm das fand ich dann total dämlich dass man da verschiedene Fähigkeiten freischaltet aber immer nur vier Fähigkeiten in seine Waffen einbauen kann und so ne das hat für mich so gar nicht funktioniert aber gut Resident Evil 6 ist ein Thema für sich das war cool dann haben wir alles geschafft was ich heute schaffen wollte total cool wir haben das Eisen von hier nach da gebracht und verarbeitet wir haben uns einen Außenposten hier errichtet mit Portal sogar schon man könnte jetzt höchstens in den Zümpfen noch nach Krypten suchen und die ausräumen und dann noch mehr Eisen holen und das Eisen dann wieder heimfahren hier hoch zum Strandhaus und dann noch mehr Eisen dann könnte ich mir echt ne Eisenrüstung bauen das wär cool je nachdem wie viel wir finden würde ich mir echt ne Eisenrüstung bauen ich mein das war jetzt eh schon ein guter ein guter Haul im Grunde oder immerhin immerhin 37 nicht schlecht könnte man was damit anfangen vielleicht machen wir das aber jetzt muss ich mich ganz kurz auslocken man kann nämlich nicht pausieren in dem Spiel ich muss jetzt ganz dringend auf die Toilette ich bin aber sofort wieder da in einer Minute oder zwei Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Amen. 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 So, da bin ich wieder. Die Katzen brauchten noch ihr Abendessen. Die haben heute noch gar nicht ihr Abendessen bekommen. So, da la. Dann steige ich wieder ein ins Spiel. Ich glaube, heute kommt keiner mehr von den anderen beiden, aber ich mache mal trotzdem das Spiel wieder als Server auf. Für den Fall, dass die doch noch einsteigen wollen. Wie siehst du das, Dessert Railgun, als ebenso Resident Evil 4 Fan wie ich? Wäre es dir lieber gewesen, wenn die sich wirklich voll ans Original gehalten hätten und das einfach remastered im Grunde hätten? Also so eins zu eins, wie damals das erste Resident Evil 1 Remake zum Beispiel? Oder auch das sehr gute Days of the Colossus Remake? Oder findest du es gut, dass die alles noch mal aufreißen und das Spiel noch mal ganz neu machen? Quasi nur so ein bisschen based on Resident Evil 4, wie eben mit Resident Evil 2. Wie gesagt, ich sehe in dem, wie die das jetzt machen, durchaus Potenzial. Aber die Gefahr ist für mich größer als das Potenzial leider. Muss ich schon sagen. So. Jetzt gehen wir noch mal in die Krypta. Sammeln wir noch Eisen. Und wenn wir dann ganz viel Eisen haben, fahren wir vielleicht wirklich mit dem Boot noch mal zurück. Das Portal haben wir ja jetzt. Wir kommen ja jederzeit wieder hierher. Und dann bauen wir uns vielleicht noch eine coole Rüstung. Ah, verdammt. Wartet mal kurz. Kommando zurück. Ah, doch. Nee, 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 nee. Ich muss wenigstens meine Spitzhacke reparieren. Wenn schon nicht mein Schwert. Das geht schon noch. Aber damit wir das Eisen abbauen können, müssen wir kurz in unsere Hauptbasis zurück und Eisen reparieren. Äh, Spitzhacke reparieren. Die Spitzhacke. Spitzhacke. Äh, hier bitte ein Holz für dich Kiste. Geh in die Werkstatt. Ding, 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 ding. So ein bisschen war das gerade die Melodie, ne? Im Moment ist immer im Kopf. Bone Mass. Oh ja, 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 ja. Also von Hype kann man da gar nicht reden. Aber fällt mir gerade ein, weil ich Bone Mass sage. Auf Mass Effect 4. Also beziehungsweise vielleicht 5. Je nachdem, wie Andromeda reingerechnet wird. Aber auf das neue Mass Effect bin ich definitiv gespannt. Ich bin skeptisch. Ich bin nicht optimistisch. Ich bin keineswegs gehypt. Aber ich werde es genau beobachten. Und ich würde mir so wünschen, dass es gut wird. Wirklich. Ich würde mir so wünschen, dass es wieder wie die alte Trilogie wird. Die war ja auch nicht perfekt. Aber immerhin war die ein, ein cooles Erlebnis. Coole Geschichte. Coole Charaktere. Hat alles gepasst. Mit ihren Höhen und mit ihren Tiefen. Sowohl erzählerisch als auch spielerisch. Aber insgesamt ne, ne coole Geschichte. Und Andromeda war halt nix, finde ich. Für mich zumindest. Eine große Enttäuschung. Und, ja, keine Ahnung. Bin gespannt, ob Bioware da nochmal. Was cooles hinkriegt. Ich hoffe es. Wirklich. Das wäre Hammer. Aber mal schauen. Aber da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Geht's gerade absichtlich ein bisschen bogen. Weil ich will den Ausläufer vom Sumpf hier noch erkunden. Ob da vielleicht noch irgendwie ne Krypta noch extra stehen könnte. Man weiß es ja nicht. Oh, oh. Ich hab keine, keine Blutsuppe mehr. Ich hab mir noch mehr Essen mitnehmen sollen. Verdammt. Dann sollten wir jetzt die Expedition lieber kurz halten. Ehrlich gesagt. Dann gehen wir doch lieber zu der einen Krypta, die wir schon entdeckt haben. Weil wenn einem die Nahrungsmittel ausgehen, ist es sehr schlecht. Könnte halt jetzt sein, dass wir wieder in die Abomination laufen, die hier irgendwo ihr Unwesen treibt. Die verbuddeln sich immer im Boden. Kann man aus der Entfernung nicht erkennen. Ah, guck mal. Da ist tatsächlich ne Krypta, die auch noch ein bisschen näher an unserem Spawnpunkt dran ist. Na, perfekt. Dann gehen wir doch da rein. Ich hab meinen Schlüssel dabei, oder? Der Krypto-Schlüssel ist eingepackt. Na dann. Oh, da hinten ist ein Monster-Spawner. Na ja. Rein mit uns. Okay. Da sind gleich mal zwei Eingänge verschüttet. Könnte sein, dass das eine recht kleine Krypta wird. Oh, das ist ja mies. Durchs Wasser schwimmen wir dann gleich von einem Elite-Trauger. Aber der hat uns noch nicht gesehen. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Ich wollte mich anschleichen. Ich wollte cool sein. Aber schleichen war noch nie meine Stärke. Eher draufhauen. Oh. Ich hab mich schon drauf vorbereitet, Jackpot zu rufen. Freudig erregt. Aber nee. War eine Nietenkiste. So, hier geht's nicht weiter. Na gut. Dann hauen wir mal das hier weg. Oh. So. 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 Okay. Oh, da sehe ich schon was. Am anderen Ende. Und zwar einiges. Meine Güte. Verzeihung. Da ist ein Spawner, oder? Aber vielleicht ist es einer. Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich glaube, das ist ein Leichenhaufen. Aber ich kann irgendwie nicht durchschießen. Jetzt. Weil dann kann ich immer in den Leichenhaufen schon mal weg snipen. Dann spawnen nämlich keine 9, wenn ich mich durchgrabe. Das wäre gut. Ah, ich glaube, jetzt ist er kaputt. Und sieht so schlecht. Aber ja, ich glaube schon. Okay, gut. Solange kein Elite-Drauger mit Sternen spawnt, dann bin ich, glaube ich, aufgeschmissen. Ein Elite-Drauger mit einem Stern. Also ein Elite-Elite-Drauger, wenn man so will. Das wäre ein Problem. Aber alles andere kriege ich, glaube ich, hin. Na, komm. So, der Larm. Oh, 20 Eisenerz. Jawohl. Das ist eine Lootbox nach meinem... Nach meinem Wollen oder so. Habt ihr mitbekommen, dass jetzt tatsächlich irgendjemand quasi NFT-Lootboxen angekündigt hat? Das ist deswegen lustig, weil vor vier Jahren hat die Volver bei seiner E3-Pressekonferenz das noch als Satire gemacht. Die haben Crypto-Lootboxen angekündigt, weil sie sich gedacht haben, die nehmen einfach alles, was schlecht ist an Videospielen, am aktuellen Trend, und machen quasi eine totale absurde Eskalation draus. Und jetzt gibt es die bald wirklich. Crypto-Lootboxen. Wunderbar. Was will man mehr? Ubisoft sind ja auch die Besten, oder? Ubisoft sind gerade echt am Abgehen irgendwie mit ihren NFTs, äh, Crypto-Zeugs. Da hat jetzt ja der Verantwortliche für ihr Crypto-Programm gesagt, dass ja NFTs in Wirklichkeit total super sind. Nur leider sind Spieler halt einfach zu doof. Die verstehen nicht, warum die so gut sind. Das ist ja auch ein komplexes Thema, aber die checken das nur nicht. Wenn die wüssten, das ist eine tolle PR-Strategie, oder? Erst mal deine potenziellen Kunden als Trottel bezeichnen, weil du ihnen was verkaufen willst. Das funktioniert sehr gut. Ich habe da schon einen Tweet zu dem Thema abgesetzt. Ich sehe schon, wie Microsoft sich die Hände reibt bei der Aussage und sagt, na, da steht uns vielleicht bald das nächste Schnäppchen an. Das wir wegkaufen können. Also, echt, ey. Manchmal fragt man sich schon. Sachsen-Fuchs, danke schön fürs Abonnieren. 14. fortlaufenden Monat. Nice, danke schön. Ey, ich habe mich gerade verlaufen. Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir hierher gekommen sind? Bin ich durch irgendeinen Tunnel geschwommen, wahrscheinlich. Es sieht alles gleich aus und es ist super dunkel. Okay, von da sind wir gerade eben gekommen, oder? Okay, genau. Da muss ich den anderen Tunnel nehmen. Das ist eben, das wäre meine größte Befürchtung, Desert Trailgun. Ich habe es ja eh schon gesagt, aber das wäre mein Horror-Szenario, dass die dann irgendwie Resident Evil 4 quasi ganz neu aufsetzen, mit ganz vielen neuen Mechaniken und Ideen und vielleicht sogar ein paar coolen Ideen. Kann ja sein, dass die sogar Sachen gut machen, aber dann die Hälfte vom Original weglassen. Und dann hat man trotzdem das Gefühl, dass es so eine leere Hülle vom ursprünglichen Spiel ist. Das wäre für mich ganz schlimm. Das ist auch meine größte Befürchtung. Ja, aus dem Urlaub zurück. Also das klingt so komisch. Ich habe nie meine Wohnung verlassen. Ich glaube, das ist nicht mal übertrieben. Ich habe meine Wohnung wirklich kaum verlassen in dem ganzen Urlaub. Aber ich mache wieder Videos, quasi. Meine Güte, da hinten ist gleich der Nächste. Wie viele Monster-Spawner sind denn hier? Wir haben jetzt fast 30 Eisen. Lohnt es sich, dass ich noch in die andere Krypte rübergehe? Bin mir nicht sicher. Oh, wartet mal. Ich muss mal kurz auf der Karte. Oh, ich habe vergessen, die zu markieren. Das sollte ich schon machen, sonst kommt man durcheinander. Moment. Hier stand die oder steht die. Moment. Krypta. Zack. Und abgehakt. Okay, gut. Dann weiß ich nämlich, dass die erstens schon entdeckt und zweitens schon leer geplündert ist. Soll ich jetzt zurückgehen? Ich gehe zurück. Komm, gehen wir zurück. Wobei in der anderen Krypta ist vielleicht auch gar nicht mehr so viel. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir zurück. Bringen wir mal die 30 oder 28 oder wie viele sind Heim, die wir haben. Das ist eh schon cool. Da war schon wieder so ein komisches Vibrieren. Manchmal passiert es, wenn man auf unebenes Gelände sprintet. Dann gibt es quasi eine Kollision, die auch manchmal Schaden macht an dem Objekt. Manchmal aber auch, wenn ein Troll oder eine Abomination unterwegs ist. Deswegen werde ich immer nervös, wenn es vibriert. Na gut. Ja, wirf deine Steine auf mich. Ist schon gut. Willkommen nicht hoch. Ich habe keine Ausdauer. Ich muss kurz Ausdauer regenerieren. Zwerg, du bist ganz schön gemein. Da kann mir zwar keinen Schaden machen, aber ganz schön nerven kann er. Äh. Ach, geschafft. Jetzt komm her, Zwerg. Tschö. So, wie spät ist es denn jetzt? Ich guck mal schnell auf die Uhr. Es ist noch nicht mal neun. Da könnten wir es schaffen, dass wir bis zehn jetzt nochmal eine kleine Sumpfexpedition machen, um das restliche Eisen rauszuholen und dann mit dem Schiff noch ins Strandhaus zu fahren. Aber es soll sich schon lohnen, wenn ich jetzt nochmal extra zurückschippere. Hm, 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 hm. Mal schauen. Ich fürchte, ich brauche mehr Kisten. Habe ich noch Holz? Ja, gut. Dann machen wir halt einfach noch ne Kiste. Ah, Essen. Okay, ich geh schnell zurück ins Hauptquartier und hol mir noch ne Ladung Blutegel, Blutsuppe. Lecker, lecker. Nom, 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 nom. Ah ja, oder? Ne, passt schon. Nehmen wir. Nehmen wir noch ne Ladung Blutegel, Blutsuppe und noch ein bisschen Wurst. Bisschen Trauger-Darmwurst. So. Ja. Ja. Und dann gehen wir, ja, genau, so wie wir jetzt aufgestellt sind, nochmal Eisen holen. Noch ein letzter Eisen-Run. Mal gucken, wie viel in der einen Krypta, die wir noch nicht vollständig erforscht haben, noch zu holen ist. Dann haben wir mit ein bisschen Glück vielleicht sogar 90 Eisen zusammen oder vielleicht sogar mehr. Naja, schauen wir mal. Und damit könnte ich mir dann schon ein bisschen neue Rüstung machen. Wie vorher schon gesagt, lohnt es sich halt erst die Eisenrüstung anzuziehen, wenn die aufgewertet ist. Weil aktuell ist die niedrigleveligste Eisenrüstung gerade mal auf Augenhöhe mit meiner abgegradeten Kupferrüstung. Deswegen muss es jedes Eisenrüstungsteil, das ich jetzt herstelle, muss quasi gleich um eine Stufe abgegradet werden, damit es Sinn macht, überhaupt das anzuziehen. Was für ein Empfangskomitee hier. Da bleibt meiner Hauptfigur gleich die Ausdauer weg. Ich esse mal schnell einen Happen. Hey. Nicht beim Essen stören, das ist unhöflich. Hui, na dann. Ich sollte meine Ausdauer sparen. Na. Ich habe mir gedacht, ich bleibe mal so ein bisschen am Schwarzwaldrand und gehe mal nicht zu tief in die Sümpfe, damit wir nicht so sehr belästigt werden. Hat bis jetzt gut funktioniert. Gut. Ich hätte vielleicht noch schlafen sollen. Aber andererseits ist es vielleicht ganz gut, wenn es jetzt dunkel wird. Weil dann sind wir vielleicht die ganze Nacht in der Krypta und kommen gerade zum Sonnenaufgang wieder raus. Mal gucken. Der Planer aufgeht. Keine Ahnung. Aber jetzt erstmal rein mit uns. Ab ins Loch. Das heißt, ich spiele gerade Fallout 3. Aha. Warum nicht? Na wohl. Warte mal. Die nehmen wir mit. Ach ja. Ob wir noch ein neues Fallout erleben werden. Das ist die Frage. Wir haben ja vorher im Stream schon viel drüber spekuliert, ne? Wer weiß. Aber. Ich würde nicht drauf warten. Na komm. Hau doch den letzten Wubbeln noch weg. Danke. Da ist auch noch ein bisschen was. Eck. Und? Na immerhin zwei. Na das ist ehrlich gesagt nicht viel. Aber hier gibt es noch viele andere Scrap Piles. Wenn wir Glück haben, finden wir nochmal so eine Kiste, wo irgendwie gleich 20 drin sind. Dann wäre es super. Ich habe mal in einem Wiki nachgeguckt. Ich glaube, pro Scrap Pile, den ich da weghaue. Also nicht pro Pile, sondern pro Stückchen, das ich weghaue. Und jeder Scrap Pile besteht schon aus einigen Stückchen. Gibt es eine 30%ige Chance für ein Metallklumpen. Also da muss man schon viele Scrap Piles weghauen, damit man wirklich mit gut Metall heimpläumt. Da lohnt es sich schon mehr, wirklich nach Kisten ausschauen zu halten hier drin. Aber mein Gott, wenn es keine gibt, dann nehme ich halt das Scrap Pile Metall mit. Da bin ich nicht so. Ja, das wäre der Hammer, oder? Fallout 1 und 2 Remastered. Das wäre richtig, richtig cool. Das sehe ich eben immer in Exile. Sehe ich da so, da da jetzt alles bei Microsoft vereint ist. In Exile, die ja eh die Wasteland-Reihe macht, könnte so gut ein schönes Remaster von Fallout 1 und 2 machen. Die machen das ja immer noch, hauptberuflich. Die sind ja Profis auf dem Gebiet. So isometrische Top-Down-Rollenspiele, das ist ja deren täglich Brot. Wir könnten das perfekt. Und entweder Obsidian oder Bethesda selbst könnte ja auch dann First-Person-3D, also 3D sowieso, aber eben First-Person-Ableger oder Remakes vom 1. und 2. machen. Ist ja egal, fände ich beides cool. Microsoft hätte alles jetzt beisammen. Die hätte alles zusammengekauft. Die müssten jetzt nur was machen. Ist irgendwo noch ein bisschen Muddy Scrap Pile, aber hinter irgendwelchen eingestürzten Steinen, da komme ich nicht ran. Naja, was soll's. War's das dann? Sind wir hier schon durch jetzt? Muss man auch die anderen Wege abklappern, aber ich befürchte... Ach guck, hier geht's noch weiter. Ich meine, Fallout ist schon eine große Marke. Das ist auf jeden Fall klar. Aber man darf nicht vergessen, dass Microsoft sich halt jetzt auch einfach super viele Marken zusammengekauft hat. Die werden jetzt nicht alle ihre Studios abziehen, damit jetzt alle irgendwas mit Fallout oder Elder Scrolls machen. Also realistischerweise haben die halt einfach super viel Potenzial jetzt auch sich zusammengekauft. Super viel Marken. Da kann man einfach sehr viel unterschiedliche Sachen machen, was sich für so ein Gamepass-Angebot natürlich anbietet. Anstatt dass mal 100... Oh, zwei Eisen. Hab ich versehentlich zwei Eisen in die Kiste gepackt oder was? Oder konnte ich die nicht mehr mitnehmen? Ah, das kann sein, dass da meine Gewichtskapazität erreicht war und deswegen. Aber der Raum, in dem wir hier rein sind, ist eh langweilig. Oh, komm, nur 18 Eisen. Ah, das war jetzt ein bisschen schlechtere Ausbeute, als ich gehofft habe. Jetzt gehe ich nochmal an alle Gänge ab. Aber ich glaube tatsächlich, wir waren jetzt überall hier, oder? Da geht's nicht weiter. Das ist schon schade. Ich hätte wenigstens auf 20, 30 gehofft. Ich meine, 18 ist besser als nix, aber naja. Ne, das war's. Schade. Dann können wir die Krypte auch abhaken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Zumpf noch weiter erkunden soll. Zümpfe sind jetzt schon nicht unbedingt absolut ungefährlich für mich. Ich will jetzt auch nicht irgendwie mit dem Eisen in der Tasche grobe Fehler machen, aber... So ein bisschen in nördliche Richtung könnte man schon noch laufen. Ja, ja, theoretisch haben wir natürlich noch Zeit, das stimmt. Aber ich will, ich will nicht mehr warten. Ich will jetzt ein Fallout 5 Schrägstrich New Vegas 2 oder Remake oder von mir aus eben auch ein Fallout Tactics 2. Es ist mir ganz egal. Oh, oh, da kommt ein Schwefelmännchen. Und ein Zwei-Sterne-Elite-Drauger. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich sterbe. Ohne Witz. Zwei-Sterne-Elite-Drauger. Das ist jetzt die Apokalypse. Die sind schnell. Die sind schnell wie Schatten. Oder so. Haben eine irre Reichweite. Und der bringt mich jetzt auf einen Schlag um. Ich habe gerade den ersten Schlag von meinem Schild geblockt. Und guckt euch meine Lebensenergie an. Ich gehe wieder in die Krypta. Ha, 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 ha. Dammit. Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, ich warte kurz. Ich glaube, der geht wirklich wieder dann. Okay. Aber der bleibt jetzt da. Das ist nicht so, dass der sich auflöst. Der ist jetzt gespawnt. Der bleibt jetzt an der Stelle, wo er gespawnt ist. Das heißt, ab jetzt wird hier den Bereich erkunden extrem gefährlich. Zwei-Sterne-Elite-Drauger. Dem bin ich nicht gewachsen. Vergiss es. Naja. Dann laufen wir mal ganz schnell heim. Und machen uns aus dem Eisen, das wir gefunden haben, eine tolle neue Rüstung. Mal gucken. Vielleicht geht es dann besser. Am meisten Sinn macht es wahrscheinlich, wenn ich mir einfach nur ein Rüstungsteil mache. So ein Eisenpullover. Und den dann maximal upgrade, so gut es geht. Ich halte noch ein paar Rübensamen mit. Oh, ja. Ja, würde mir total reichen. Also wirklich, wenn jetzt eben zum Beispiel Obsidian auf der Fallout 4 Engine mit den Fallout 4 Assets, die eh schon da sind, in Fallout New Vegas 2. Also wenn ich Fallout New Vegas 2 sage, immer unter Anführungsstrichen. Ich meine nicht wirklich einen direkten Fallout New Vegas 2 Nachfolger, sondern einen Obsidian Fallout. Naja. Aber wenn die das mit den Assets und der Engine und der allen Zutaten von Fallout 4 machen, hätte ich da überhaupt kein Problem damit. Bitte. Sollen die machen. Passt für mich. Her damit. Ich nehm's. I'll buy it a high price. Ne, wirklich. Ich find das super. Ich hab da überhaupt, also, ich find die Fallout 4 Engine noch voll in Ordnung. Ähm, die ist natürlich jetzt nicht die allerschönste, nicht total up-to-date, aber, mein Gott, damit kann man noch, ich, also, damit kann man noch viel machen. Zumindest dank Mods. Enemies nearby, immer noch. Ne, das ist für mich noch vollkommen ausreichend. Obsidian macht ja schon was Gutes damit. Da mach ich mir keine Sorgen. Ah, du bist das also. Wegen dir kann ich nicht schlafen. Diese Videospiellogik, ne, dass man nicht schlafen kann, wenn Feinde in der Nähe sind. Seitdem hab ich immer Angst, wenn ich nachts nicht einschlafen kann, dass Feinde von mir in der Nähe sein könnten. Wer weiß. Ah. Okay. Nein, immer noch Enemies nearby. Ich, ich, ich schlafe jetzt einfach. Oh, ach so. Ich darf mit Eisenerz nicht schnell reisen. Geht's einfach zurück in meine Hauptbasis und schlaf da. Dauernd diese Enemies sind hierbei. Dann schlafen wir halt hier in den gemütlichen Wiesen. Bist du auf Elex 2 gehypt? Äh. Gehypt ist echt übertrieben. Gehypt bin ich gar nicht, aber ich freu mich drauf. Mir hat Elex echt Spaß gemacht. Das hatte so seine Ecken und Kanten, auf jeden Fall. Aber es war definitiv ein Spiel mit einer sehr eigenen Struktur und Identität und irgendwas Besonderes. Das mochte ich ganz gerne. Hat viele Sachen mutigerweise sehr anders und neu gemacht. Und fand ich gut. Finde ich immer gut, wenn sich Spiele was trauen. Hat doch Spaß gemacht. Und da bin ich, ja, da, da finde ich gut. Aber von Hype würde ich jetzt wirklich nicht reden. Aber schon schön, dass das kommt. Spiele ich gern sofort. Dam, 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 dam. Ja, was weiß ich. Rein damit. Na dann. Dann packe ich jetzt mein Eisen zusammen. Ich nehme mal noch ein bisschen Holz mit Vorsichtshalber, damit ich unten, wo unser Schiff parkt, eine Werkbank bauen kann, um das Schiff eventuell zu reparieren. Dann packen wir da unser ganzes Eisen ein und fahren zurück in unser Strandhaus. Ah, ich habe es befürchtet. Ich habe viel zu viel Eisen, um das auf einmal. Dann muss ich zweimal gehen. Mindestens. Ah nein, vielleicht sogar öfter. Ah, Mist. Da muss ich öfter als zweimal gehen. Aber ich glaube, das Boot ist eigentlich gar nicht so weit weg, ne. Ich habe nur ewig gebraucht, um den Platz hier zu finden mit den Trollkämpfen und allem. Ich glaube, das parkt irgendwie eh gleich da unten. Irgendwo. Ich hoffe. Ich hoffe, das gibt es noch. Ich würde mich noch erinnern, wo ich an Land gegangen bin. Es sieht auch alles gleich aus hier. Ich glaube, das war... Oh Gott. Wildschweine, Eideggs. Es sind lauter Gegner, die mir, glaube ich, gar keinen Schaden mehr machen können. Ey Mann, wo parkt mein Boot? Zumindest die Teile vom Boot sollten noch im Wasser liegen, auch wenn es irgendwer kaputt gemacht hätte. Aber das war doch... War das noch weiter südlich, dass ich an Land gegangen bin? Ich hätte es eher anders eingeschätzt. Ja, Wildschweine, come on. Was wollt ihr denn? Ich will doch nur zu meinem Boot. Hm. Also schon langsam, wenn das Boot jetzt nicht bald da hinten mal parkt, wird es unheimlich. Dann ist das Boot verschwunden. Ich glaube, ich könnte mir im Grunde zur Not die Zutaten für ein neues Boot aus der Basis holen. Auch wenn Kupfernägel halt schon wertvoll sind. Aber das gibt es nicht mehr, weil hier decke ich jetzt neues Gebiet auf. Da war ich noch nicht. Ja, ja. Da war man noch jung und naiv. Hey, mein Boot ist weg. Das ist jetzt echt gemein. Vor allem, die Teile sind nicht mehr im Wasser. Was ist denn passiert mit dem Boot? Es ist einfach aufs Meer hinaus gedriftet. Ich weiß nicht, ob das passieren könnte, theoretisch. Dass das jetzt einfach irgendwo auf dem Ozean rumtreibt. Ja, ja. Mir geht es auch so. Mich würde schon ein neues Fallout jetzt auch skeptisch machen. Da müsste man erstmal gucken, ob das überhaupt nochmal gut wird. Ich meine Fallout 76 würde ich jetzt nicht unbedingt als den Messwert nehmen. Weil wir wollten die halt mit der Engine von Fallout 4 unbedingt ein Online-Spiel machen. Und da hatten die halt offensichtlich ein paar technische Probleme und Limitationen. Und ich glaube, das haben die sich auch ein bisschen anders vorgestellt. Und dann gab es um das Spiel herum auch noch so viel Shitstorm. Und die PR hat da auch so viel verkackt einfach. Da ist einfach ganz, ganz viel schief gelaufen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als den Maßstab setzen. Aber ich kann schon verstehen, warum das auch das Vertrauen in Bethesda ein bisschen erschüttert hat. Aber ich finde auch schon die Tendenzen, die die Fallout-Spiele so genommen haben. Und auch die Elder Scrolls-Spiele. Auch ein bisschen bedenklich. Jetzt nicht unbedingt super schlimm gefährlich. Aber, oh da ist ein Troll. Wo ist mein Haus? Ich finde, der steht direkt neben meinem Haus. Okay, dann muss ich den hauen. Mir hat Fallout 4 voll Spaß gemacht. Aber es war halt einfach ein viel schlechteres Rollenspiel. Als im Grunde alles, was Bethesda davor so an Rollenspielen gemacht hat. Ich fand das Bausystem und viele andere Mechaniken, das Loot-System, die Loot-Mechanik, fand ich super genial in Fallout 4. Viel besser als in allen vorherigen Spielen. Aber rein was das Rollenspiel angeht, war es einfach halt nicht mehr so gut. Und wenn die Tendenz weitergeht und es sich mehr weg vom Rollenspiel hin zum Actionspiel entwickelt, dann wäre das meiner Meinung nach für mich zumindest eine sehr traurige Entwicklung. Na gut, holen wir uns die Zutaten für ein Boot. Ich glaube, im Strandhaus liegt noch ein bisschen Kupfer. Und ja, das Bauen war in Fallout 4 super. Aber vor allem, das darf man halt nicht unterschätzen, haben die halt Fallout 4 so konstruiert, und das war halt eine echt clevere Entscheidung, dass jeder Loot-Gegenstand, den man in der Welt mitnehmen kann, jede Glühbirne, jede Schreibmaschine durch das Bausystem und durch das Crafting-System plötzlich super wertvoll war. Die haben es halt quasi mit so einem relativ einfachen Game-Design-Kniff geschafft, dass die ganzen Objekte, die man ja theoretisch schon in Fallout 3 und in den alten Elder Scrolls-Spielen einpacken konnte, dass die plötzlich Schätze waren. Alles war plötzlich wertvoller Loot. Alles. Und das ist gut. Das ist ziemlich gut gewesen. Ähm, Boot. Ich muss kurz gucken, was wir für ein Boot brauchen. Aber dass mein Boot einfach verschwindet. Ich finde es echt, ich bin, da komme ich nicht drüber hinweg. Boot. Wir brauchen 80 Bronze-Nägel. Okay, 80 Bronze-Nägel ist das die wichtigste Hauptzutat. Hier haben wir noch 40. 4 Bronze-Barn. Gucken wir mal. Das könnte sogar passen, dass ich hier noch 80 zusammenkriege. Das Spiel macht es einem nicht leicht. Ah, super, super easy. Kein Problem. Na dann, packen wir den Rest auch noch ein. Das war die wichtigste Hauptzutat. Alles andere kriegen wir hin. Also, 80 Kupfer-Nägel. Check. Ups. 30 Fine Wood. 10 Deerhide. 30 Fine Wood. Ups. 10 Deerhide. Ja, mein letzter Fine Wood-Stapel. So, und wie viel Baumharz brauchen wir genau? Weil dann nehme ich kein Gramm zu viel mit. Sondern nur, was wir wirklich brauchen. Damit ich auch gleich ein bisschen Eisen wenigstens mitnehmen kann. Okay, dann haben wir alles, oder? Jetzt könnten wir das Boot bauen. Genau. Ach so, und 10 Holz für eine Werkbank. Stimmt. Sonst geht's nicht. Okay. Ventilatoren waren die Goldbarren. Ja, ja, genau. Oder eben auch Schreibmaschinen oder so. Das ist schon, das ist cool. Also, das war wirklich sehr, sehr clever. Okay. Packen wir uns noch so viel Eisen ein, wie geht. Was wahrscheinlich leider gar nicht so viel ist. Ah ja, ein bisschen was geht da noch. Ja, komm. Jeder, jeder, jeder. Ah, perfekt. Gut. Jedes Eisenklümpchen deutet potenziell eine, ein Fußweg weniger. Jetzt ist einfach mein Boot verschwunden. Das beschäftigt mich. Ihr merkt schon. Weil wenn einfach so mein Boot verschwinden kann, kann theoretisch alles verschwinden. Deswegen ist das für mich so furchteinflößend. Wer weiß, was als nächstes einfach wegspawnt. Oder so. Das ist ja der Hammer. Hm. Na ja. Ah, genau. Ich muss erst eine Werkbank bauen. Ja, Dwarf. Jetzt komm her. Oder wie? Jetzt will er nicht mehr. Arsch. Na gut. Ich komm nicht an Land. Dammit. Jetzt nicht ertrinken. Ah. Das gleiche Problem hat der Zwerg da wahrscheinlich. Wenn ich jetzt gehe, haut der wahrscheinlich mein Boot kaputt. So, Dalla. Dann holen wir das restliche Eisen noch. Ach ja. Oh, ich musste noch eine Markierung machen. Für unser Haus. Dass ich das auch wieder finde. Ich meine, Teleporter steht drin. Über den finde ich es schon. Aber trotzdem. Ähm, schauen wir mal. Ach, das kriegen wir nicht alles getragen. Bei weitem nicht. Okay, aber den Rest schaffen wir dann auf einmal. Dann, na los. Dann laufen wir jetzt schon zweimal. Dergleich erledigt. Jetzt weiß ich ja, wo wir parken. Immerhin. Ja, das ist für mich auch so der große Hauptkritikpunkt beim, also wenn es nur ums eigentliche Spiel geht bei Fallout 76. Da gibt es viele Mechaniken, die mir nicht gefallen, aber das halt einfach eben aufgrund von dem Bauen, das unwichtiger geworden ist wie in Fallout 4. Die haben ja jetzt dank, dank, ähm, wie heißen sie, Unterschlüpfe, haben die ja theoretisch viel Baupotenzial geschaffen. Aber das Bauen ist halt einfach viel rudimentärer, viel mehr im Hintergrund. Man hat halt doch dann weniger Bauplätze im Grunde, weniger Orte, an denen man bauen kann. Und, ja, und es gibt halt auch, es ist halt auch alles an diesen Shop gekoppelt. Das macht es für mich auch noch irgendwie unattraktiver, das Bauen. Und dadurch gerät halt quasi dieses ganze Looten auch in den Hintergrund. Und noch dazu eben der stark begrenzte Lagerplatz, den man im Fallout 76 hat. Und das alles führt eben dazu, dass die genau das, was mir halt an Fallout 4 besonders gefallen hat, in Fallout 76 so weit zurückgeschraubt haben, dass es mir eben nicht mehr gefällt. Im Gegenteil, ich denke mir die ganze Zeit nur, ah, es war in Fallout 4 alles viel besser. Und deswegen finde ich es noch viel schlimmer. Und deswegen werde ich auch nicht mehr warm mit dem Spiel. Trotzdem bin ich ein bisschen gespannt auf das neue Add-on, das irgendwann mal kommt, wenn wir dann The Pit, The Pit quasi in der Vergangenheit besuchen dürfen. Aber halt auch lore-technisch ist Fallout 76 schwierig, deswegen erwarte ich mir da auch nicht zu viel. Aber cool wäre es, wenn die das hinkriegen, dass die dann eine coole Prequel zu The Pit aus Fallout 3 schreiben. Ich fände es ja total super, ich hätte ja Bock drauf. Aber gucken wir mal. Früher war alles besser. Naja, das würde ich auch nicht sagen. Aber manchmal halt eben einfach wirklich. Kommt immer drauf an. Ich meine, bei Fallout bin ich zwar zum Beispiel ein totaler Fan von den beiden Retro-Fallouts oder Tactics mochte ich auch, das zähle ich da noch dazu. Aber trotzdem muss ich sagen, New Vegas war schon das beste Fallout ever. Auch wenn das quasi nicht das älteste ist. Also da war früher nicht ganz alles, alles besser. Da war so in der Halbzeit der Fallout 3 alles besser. Und Fallout 2 war auch deutlich besser als Fallout 1. Das hat viel gelernt vom ersten Teil, von den Schwächen vom ersten Teil. Und dann einen richtig perfekten zweiten Teil geliefert. Was heißt perfekt, das Kampfsystem in Fallout 1 und 2 war schon immer recht simpel eigentlich. Eher die Charakterprogression war es, die da motivierend war und cool war. Und die auch das Kampfsystem eben stark beeinflusst hat unter anderem. Aber wenn man jetzt das Kampfsystem vom Fallout schon mit dem alten XCOM oder Check the Alliance 2 vergleicht oder so, da kann das bei weitem nicht mithalten. Ja, ja, ich weiß schon, dass das nur ein Scherz war, aber das ist tatsächlich... Ja, ich... Ich laber ja nur. Wir haben natürlich wieder voll Gegenwind, wie immer. Hier, mein Charakter paddelt hier mit diesem Ruder. Das ist der Impulsantrieb. Da wir Gegenwind haben, ist das gerade das Schnellste, was wir machen können. Ich bin gerade verwirrt. Warum ist denn da vor uns Festland? Das sollte kein Festland sein, oder? Wo, was, was ist hier los? Oder ist das viel weiter entfernt, als es aussieht, vielleicht? Oh, wir haben ein, ein leichtes, ein leichtes Seitenlüftchen. Damit sind wir, glaube ich, vielleicht minimal schneller als mit dem Paddel. Ach, Wind, du könntest jetzt echt ein bisschen hinter uns drehen vielleicht, weil ich muss jetzt gleich eine Kurve machen und dann haben wir wieder genau, genau wieder Gegenwind. Und wir müssen leider an einem kleinen Streifen Planes vorbei, was ein sehr gefährliches, hochleveliges Gebiet ist für uns. Da gibt's fliegende Gegner, die sehr nervig und sehr gefährlich sind. Da würde ich gern mit voller Siegelpower durchsausen am liebsten. Na ja, ich esse mal nochmal ein bisschen was. Das hilft vielleicht, falls wir wirklich angegriffen werden, dass ich wenigstens ein, zwei Schläge einstecken kann. Und dann hoffen wir. Okay, es ist 21.26 Uhr. Wir haben noch gut eine halbe Stunde, bevor ich für heute Schluss machen will. Mit ein bisschen Glück können wir, wenn alles klappt. Echt noch eine neue Rüstung bauen. Das würde mich super freuen, hey. Yeah, ich glaube, es macht wirklich am meisten Sinn, wenn ich alles Eisen jetzt in eine Rüstung stecke und die upgrade. Ich habe das schon öfter versucht, dass man so zickzack gegen den Wind fährt. Aber es funktioniert ehrlich gesagt nicht gut bis jetzt in dem Spiel. Vielleicht machen die dann noch was mit Patches. Aber bis jetzt geht es nicht wirklich. Eher schlecht. Dafür ist irgendwie der tote Winkel vom Wind zu groß. Es funktioniert nicht wirklich. Beziehungsweise behält man seine Geschwindigkeit nicht lang genug. Aber es gibt noch eine größere Bootstufe, die ich jetzt bloß noch nicht benutze für meine kleine Expedition. Weil das ist sehr wertvoll. Ich will nicht, dass das kaputt geht. Vielleicht würde es ja mit dem funktionieren. Das weiß ich nicht. Okay, ich orientiere mich jetzt mal vorsichtig an dem Lager, an dem Ufer. Ich glaube, da ist ein Goblin-Lager. Da will ich nicht zu nahe vorbeituckern. Vor allem mit unserer Geschwindigkeit. Aber jetzt hier an der Küste entlang haben wir zumindest ein bisschen Seitenwind. Das ist gut. Kommen wir ein bisschen vorwärts. Passt. Oh, da gäbe es bestimmt tollen Loot. Aber ich traue mich nicht hin. Noch nicht. Noch nicht. Ich glaube, von der natürlichen Progression vom Spiel her, wird es jetzt dann, wenn wir in den Sümpfen fertig sind und da den Boss besiegt haben, erstmal... Oh, Moskito, Moskito, Moskito. Machen wir einen großen Bogen rum. Nein, er hat uns gesehen. Okay. Ähm. Schnell. Den müssen wir abwehren. Okay. Okay. Come on. Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist wahrscheinlich irgendwo... Irgendwo hinterm Siegel oder so. Sind wir ihn losgeworden? Ich glaube schon. Okay. Okay. Immerhin. Ich weiß nicht, wo der jetzt hin ist. Hat sich aufgelöst, ne? Ist er vielleicht doch irgendwie gestorben. Keine Ahnung. Oh, so ein Death Kito ist super gefährlich. Aber... Vor der Dummheit haben wir jetzt hier den Ozean auch gleich noch überquert. Sehr schön. Da ist wieder unser Riesenschildkrötenfreund. Ah, so ein Death Kito. Wie schlimm hat er unser Boot eigentlich kaputt gemacht? Ach geht. Das hätte noch ein paar Treffer eingesteckt. Trau dem Bode mal zu wenig zu. Das kann schon was. Es gibt so ein Floß. Das ist quasi die erste Wasserüberquerungstechnologie. Und das ist echt furchtbar. Meine Güte. Das hält nix aus. Das ist super lahmarschig. Und es ist... Hässlich ist es auch noch. Na gut. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hab mich gefreut. Jetzt sind wir noch an der Küste entlang. Nach dem Sumpfeck hier kommt noch mal ein kurzes Gebiet Plains. Da müssen wir noch mal aufpassen. Dann sind wir im mehr oder weniger einigermaßen sicheren Hafen. Und können noch mal eine ordentliche Ladung Eisen produzieren. Wie viele Gegner immer auf diesen kleinen Inseln spawnen. Das ist schon lustig. Als ob es quasi für einen gewissen Bereich im Sumpf so eine Mindestanzahl von Gegnern gäbe, die spawnen. Und auf Inseln wird alles komprimiert, weil es ansonsten keine Landfläche gibt. Dann wird alles, was eigentlich in so und so viel Entfernung spawnen würde, auf einen Punkt fokussiert. So wirkt es zumindest. Ja, aber wir haben keinen günstigen Wind- und Blutegel am Hintern. Ich werbe mal ein bisschen weg von der Küste und Richtung Wind. Damit wir die Egel abhängen wenigstens. Dürfte schon passen, glaube ich. Jetzt befürchte ich, müssen wir die letzten Meter noch mal mit Impulsantrieb paddeln. Impuls-Paddel-Power. Und dann bitte ich, müssen wir die Egel abhängen. Mir ist kalt. Ja, das glaube ich. Nachts auf so einem kleinen Boot übers Meer fahren ist wahrscheinlich... Ich glaube, auf dem Meer ist es sowieso immer eiskalt. Aber dann auch noch nachts in so einem kleinen Boot mit einer Kupferrüstung bekleidet. Das glaube ich, dass das kalt ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was kalt für einen Statuseffekt ist. Was der macht, ich glaube, wet, jetzt sind wir nämlich auch noch nass, weil es regnet, blockiert, glaube ich, irgendwie die Ausdauer-Regeneration, wenn mich nicht alles täuscht. So wirkt es zumindest. Der Wind dreht. Der Wind dreht. Immerhin. Ich bin Endspurt noch mal ein bisschen Turbo. Da hinten sehen wir schon schiemenhaft unser Strandhaus. Na komm, da rammen wir uns durch. Ach, wir werden irgendwie hier gerade von ein paar Great Wulfs belagert. Könnt ihr bitte von meinem Boot weggehen? So, tragen wir das Zeug mal schwer beladen in unsere Basis. Da müssen wir ein paar Pausen einlegen, aber ich glaube, das ist trotzdem noch schneller. Wahrscheinlich. Als wenn wir... Ah, guck mal, ich hab nen Stachel. Ich hab den tatsächlich irgendwie getötet, den Death Kito. Cool. Also wenn wir mehrfach gehen. Ist das... Ach so, da oben ist noch ein 30er Stapel. Ich hab mich grad gewundert. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab mich dann doch gewundert, wenn's... nicht mal oder gerade mal 50 gewesen wären. So, dann heizen wir den Ofen an und dann mit ein bisschen Glück können wir noch schlafen. Dann können wir die Zeit wieder ein bisschen vorspulen. So, Kohle ist noch drin. So, dann schnell ins Bettchen. Ah, jetzt greift da hinten einer mein Boot an. Ah, es ist egal. Es ist egal. Diese Great Wulfs. Die sind heute ganz schön auf Ärger aus. Ah, jetzt bräuchte ich normales Holz, damit ich Feuer anmachen kann, weil man kann nicht schlafen. Ah, hier ist normales Holz, gut. Man kann nicht schlafen, wenn kein Feuer in der Nähe brennt. Und irgendwie komm ich nicht ans Feuer ran, was mich wundert, weil ich hab das sicher schon angeheizt öfter, mehrmals. Ich glaub, das war grad mein Boot. So, gute Nacht. Interessiert mich alles nicht, was die Zwerge da draußen mit meinem Boot anstellen. Ah, es steht noch. Na dann. Ich hab's mir schon gedacht, das war nämlich ein Zwergen-Schamane, der da neben dem Boot stand. Und ich war mir gar nicht sicher, ob die überhaupt mit ihrem, mit dem Giftangriff mein Boot beschädigen können. Wäre fast komisch, ne? So, ich glaub, wir haben zwar eigentlich genug Kohle für die Eisenbahnen, aber bevor ich jetzt hier rumstehe und blödschau, gehen wir trotzdem ein bisschen Holz fällen. Schauen wir mal. Können wir ein bisschen Kohle, braucht man immer. Kohle kann man immer brauchen. Ich muss nur gucken, weil diese, diese hohen Fichten hier, die droppen vor allem dieses, äh, Hartholz. Weiß nicht genau, wie's heißt. Wahrscheinlich wirklich Hardwood oder so. Und ich hätt lieber gern diese kleinen Nadelbäume. Die da. Die droppen nämlich das Holz, das wir gerne hätten. Aber hier wachsen irgendwie fast nur überall diese großen Fichten. Ja. Was sind das hier eigentlich? Ach, das sind Fichten. Na, dann brauchen wir Fichten. Dann weiß ich nicht, was das andere für Bäume sind. Dann weiß ich nicht, was das andere für Bäume ist. Ich aktiviere mal meine Holzfäller-Superkraft, wenn ich die schon hab. Ähm. Hardwood schmeiß ich mal raus. Nehmen nur das, dass wir auch in Kohle umwandeln können mit. Na gut, sind wir eh schon wieder voll. Dann zurück. Oh mein, das ist jedoch nichtaschen. Oh. Kommen wir gerade rechtzeitig. Der Kohleofen wäre fast leer gewesen als die Kohle. Aber hier stehen ja noch zwei Stapel. Die können wir noch verheizen. Oh ja, oh ja. Wir kriegen da schon ein bisschen was zusammen. Das passt schon. Dauert nur ein bisschen. Genießen wir den Sonnenaufgang. Ist das ein Sonnenaufgang? Ich weiß es immer nicht. Ist das schon wieder so ein Untergang? Irgendwie geht die Sonne auf jeden Fall irgendwo hin oder so. Das auf jeden Fall. Da schauen wir mal, ob wir das Eisen in die Kiste kriegen. Mit unserer Ausdauer. Ich finde es ja nett, dass man über Laden wenigstens ein bisschen gehen kann. So, das ist das Eisen. Wartet mal, das räume ich jetzt gleich um. Das kommt hier rein. Das gehört den anderen beiden nochmal. Mein Server-Gast mit Spielern ab und zu. Ja, dann mache ich hier das neue Eisen rein. What? Was war das? What? Er hat einfach mein Boot kaputt gemacht. Oh Mann, ey. Diese Zwerge. Was ist denn mit dir? Was bist du eigentlich? Ein Level 1 Great Wolf. Kannst du ja vielleicht nicht mein Boot versenken. Hallo? Ah, da liegen die Nägel. Ich spawne das vielleicht mal ein bisschen weiter im Wasser. Na, so viel. Na, vielleicht hilft's. Aber wenn ich hier schon so viele Zwerge getötet habe, dann nehme ich hier Holz mit. Jetzt verbrennen wir die Zwerge. Die Zwergenüberreste. Und es ist zwar nur rein dekorativ, aber das Harz stecke ich mal in meine Fackeln. Dadurch, dass jetzt das Boot vorher verschwunden ist, traue ich mich jetzt fast nicht mehr, die Erze am Boden liegen zu lassen. Die sind noch nie verschwunden, da hat es noch nie Probleme gegeben. Aber trotzdem bin ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Habe ich Angst. So, mal gucken. Die Öfen sind alle voll. Schauen wir mal, ob wir schon wieder ins Bett gehen dürfen und das Ganze turbo boosten. Wahrscheinlich noch nicht. Ich bin immer viel zu früh dran mit ins Bett gehen. You can't sleep at this time. Haben wir noch Harz zufällig hier irgendwo drin? Raum Harz. Ja, eins. Naja, das ist ein bisschen wenig. Dann kann ich wenigstens hier drin auch mal noch ein bisschen Licht machen. So, wie spät ist es? Ja, wir haben noch Zeit. Alles gut, das schaffen wir. Ja, weil die neue Rüstung hätte ich jetzt heute bis 10 gerne noch fertig gehabt. Aber das kriegen wir hin. Ich könnte mal in unsere Müllkisten vielleicht noch ein bisschen Zeugs lagern. Ah, da ist noch ein bisschen Kohle drin. Das ist ja gut. Das ist ja gut. So, jetzt will ich aber ins Bett. Wahrscheinlich geht es immer noch nicht. Ich muss echt mal einen Indikator finden, der mir anzeigt, wann man wirklich ins Bett gehen darf. Es ist irgendwie schon so bei der Abenddämmerung. Ungefähr bei diesen Lichtverhältnissen. Aber irgendwie muss das doch... Ach, die Sonne ist noch so hoch oben. Warum ist es denn dann schon so abendrot? Ja, vielleicht muss ich mir mal merken, wo die Sonne steht, wenn man schlafen darf. Weil gerade, wenn ich hier so an den Schmiedeöfen arbeite, ist das immer ein Riesenthema. Wann darf ich endlich skippen? Und halt gleich mal so 10 Eisenbahnen vorspulen. Wenn man super schnell ist, kann man manchmal mehr als 25 reinkriegen. Aber nur so ganz selten. Manchmal kriegt man dann eben 11 von 10 da rein. Oder hier 21 von 20. Das ist immer schön. Das sind die Highlights beim Craften. Okay. Ich versuch's nochmal. Nein, immer noch nicht. Ich will doch nur schlafen. Halt, stopp. Ich wollte jetzt eh mal nochmal gucken. 30, glaube ich, ne? 30, das ist schon echt teuer. 30. Ne, 20. Okay, okay, 20. Haben wir hier noch Hirschlieder? Das wär gut. Hey, alles ihr. Danke fürs Followen. Freut mich. Dankeschön. Äh, Hirsch. Ich hab's befürchtet, ne? Ich hab das Hirschlieder, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie versehentlich irgendwo hin mitgenommen. Ah, nee, hier drin. Ah, ihr vergesst es. Alles gut. Hab nix gesagt. Passt. Ich nehm's nur schon mal raus. Hä? Wie wandert denn die Sonne hier bitte? Oder geht die da hinten irgendwo? Ich kenn mich nicht mehr aus. Aber jetzt darf ich schlafen. Ja, es ist, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, finde ich. Aber gut. Hauptsache, jetzt ist Bettchenzeit. Okay, perfekt. Dann dürfte jetzt ein gewaltiger Batzen Eisen fertig geworden sein. Ich fülle jetzt nochmal die ganzen Öfen auf. Aber im Grunde, glaube ich, können wir jetzt wahrscheinlich schon einen Rüstungsgegenstand machen. Und ich will mich ja erstmal auf den spezialisieren und hochleveln. Glaub nämlich dadurch, dass ich eine voll hochgelevelte Kupferrüstung habe, ist das die beste Strategie, um meine Verteidigung zu verbessern. So, genau, da packen wir eins rein. Auch. Wir haben, oh, wir können noch einiges machen. Das ist cool. Aber ich glaube echt, wir haben schon genug für ein Rüstungsteil. Ja, dann schleppen wir uns mal hier zum Tisch. Okay, ich glaube, ich mache mir jetzt als erstes den Eisenpullover. Los geht's. Zack. Und zum Upgraden braucht man nur fünf Eisen. Das ist relativ günstig. Wenn ich das mit meinem Schwert vergleiche, nicht schlecht. Na dann, her damit. Jawohl. Moment. Ach nee, mit 15 wird's noch eine Stufe höher gehen. Aber immerhin haben wir die jetzt schon auf Stufe 3. Das ist ziemlich gut. Weil unsere alte hat 14 Amor, die hat 18 Amor. Das klingt nicht nach viel. Macht aber unter Umständen ganz schön was aus. Und wir sind jetzt auch noch voll shiny. Cool. Dann habe ich jetzt eine alte, sehr gute Kupfer. Oh, das war meine Hose. Moment, was? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. So rum gehört's. Okay. Jetzt passt's. Cool. Und wenn wir die jetzt nochmal upgraden, kommen wir auf Amor 20. Das ist cool. Ja, ja. Nicht schlecht. Und dann das Ganze halt, es verschlingt schon Eisen ohne Ende, ne? Und dann kann man das Ganze nochmal für den Helm und die Hosen machen. Aber dann ist man dafür halt ein wandelnder Eisenpanzer. Haben wir schon wieder kein Holz mehr. Der verbrennt auch Holz, dieser Ofen, wie sonst noch was. Oder verschlingt. Ich glaube, ich gehe schnell noch ein bisschen Holz fällen. Jo, mach's gut, Untergrähe. Bis bald. Ich mache jetzt heute eh auch nicht mehr lange. Ich wollte jetzt noch die neue Rüstung. Aber die 10 Minuten bis 10 machen wir jetzt auch noch voll. Und ich hau noch schnell ein paar Bäume für den Kohleofen. Und dann schaue ich mal. Hoffentlich kann ich die Rüstung noch voll upgraden. Dann habe ich wenigstens schon mal ein voll hochgestuftes Eisenteil. Ich gehe jetzt gefährlich nah an die Plains. Könnte sein, dass uns da jetzt das ein oder andere sehr mächtige Monster über dem Weg läuft. Wie zum Beispiel so ein steinwerfender Zwerg. Aber mit ein, zwei von den Monstern aus den Plains werde ich sogar fertig. Solange es kein Lox ist. Loxe sind krass. Aber alles andere schaffe ich, glaube ich. Und selbst wenn, sind wir nicht weit vom Spawn entfernt. Da ist es halb so schlimm. Aber hier gibt es halt noch die guten Bäume. Die ich gern hätte fürs Holz. Die vor allem das Holz droppen. Oder nur das Holz droppen, das ich gerade brauche für den Kohleofen. Möchte ich mir schnell die Taschen vollstopfen. Au! Meine Güte. Der Baumstamm. Mir hat gerade ganz schön auf den Kopf geknallt. Na ja, gut. Den Stamm kriegen wir nicht. Äh, den Stumpf. Besser gesagt. Wurscht. Ich könnte eigentlich das Lager hier abreißen. Da steckt eine Menge Holz drin. Aber brauchen wir jetzt nicht. Aber grundsätzlich eine gute Idee. Oh oh. Da haben wir einen, einen... Ich kann mir nicht merken, wie die heißen. Ein Goblin. Halt. Ein Fuldin. Hat der mich nicht gesehen? Doch, jetzt kommt er. Aber eins schaffe ich, glaube ich. Aber die sind viel stärker, als sie aussehen. Aber jetzt ist er viel toter, als er aussieht. Eigentlich ist er genauso tot, wie er aussieht. Warum ist da ein Skelett? Ist da irgendwas drin? Ach, da sind ein paar Great Wurfs eingesperrt. Ich habe das nämlich ursprünglich gebaut, weil ich einen Lox zähmen wollte. Das sind so riesige, büffelartige Echsen, die hier in den Steppen wohnen. Die kann man zähmen. Aber der hat halt, nachdem ich ihn tatsächlich da reingelockt habe, mit dem Zaun so, mit dem Falisaden hier so kurz im Prozess gemacht. Der ist da durchgerannt wie durch Butter. Das war dem so scheißegal. Der war zu keinem Zeitpunkt eingesperrt. Naja, dem Versuch war es wert. So, der Ladern. Ja, für dich habe ich auch noch ein Schwert. Dann gehen wir mal zurück zum Schmiedeofen. Der ist wahrscheinlich eh schon wieder durch mit einer coole Ladung. Guck, es ist hier immer Abenddämmerung, oder? Wisst ihr, was so richtig, richtig cool wäre? Ja, denke ich mir gerade. Weil hier oben ist das Spawnpunkt. Und hier ist das Ende der Welt. Könnte es sein, dass das Sonnenverlauf tatsächlich anders ist, je nachdem, wo man sich auf dieser Welt hier befindet. Und dass deswegen hier am Strandhaus hier dauernd irgendwie so ein komisches Abend droht ist und die Sonne immer da so ist. Weil wir so weit südlich sind. Aber dann müsste die Sonne eigentlich eher in der Richtung sein, wenn die gerade über den Spawner läuft. Hm, vielleicht ist es auch nicht so. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Du kannst in der Folge. Wer weiß. Das ist neig. Passt das. Okay, 15, 15 Eisen bräuchte ich. Warum bin ich denn immer noch überladen? Habe ich nicht gerade, doch, habe ich so viel Holz. Ja, ich habe so viel Holz. Aber das ist kein Problem. Das können wir hier schnell zwischenlagern. Und, was haben wir, Kohle, 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 Kohle können wir auch zwischenlagern. Dann können wir hoffentlich die Barren noch mitnehmen. 15, perfekt, bringen wir die Rüstung, die Eisenrüstung mal aufs maximale Level. Ich denke, ich weiß gar nicht, vielleicht geht es hier sogar noch weiter. Schauen wir mal. Ja, das ist das maximale Level. Cool, 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 cool. Moment, ist die jetzt 22? Nein, die ist jetzt 20. Warum wird mir dann angezeigt, dass die auf der nächsten Stufe 22 kriegen würde, wenn es keine nächste Stufe gibt? Naja, ist halt noch eine Beta. Ist wahrscheinlich so ein mathematisches Darstellungsproblem. So von wegen, die würde, wenn möglich, noch so gut werden, aber wird sie halt nicht. Aber das ist cool. Das heißt, unsere Rüstung hat sich jetzt insgesamt durch die ganze Geschichte um sechs erhöht. Hä? Das war gerade das Geräusch, von was das kaputt geht. Oh, irgendwas greift unser Superboot an. Ein Goblin-Zwerg-Dingens. Hörst du bitte auf damit? Ich kann das schneller reparieren, als du das kaputt machst. Gib auf. Der ist hier irgendwie reingeschwommen, glaube ich. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Ja, schwimm nur wieder weg jetzt. Ohne Witz. Ich glaube, der ist einmal rumgeschwommen, um jetzt hier unser Boot zu hauen. Kleiner Trattel. Dein Loot liegt irgendwo da unten in der See. Aber ist egal. So, perfekt. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt noch? Oh ja, theoretisch wären da noch ungefähr 30 drin, oder? Wie viel sind da jetzt im Ofen? Fünf. Ja, genau. Da sind sogar noch über 30 theoretisch da. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man noch coole Sachen machen. Vielleicht schauen wir, dass wir nochmal schlafen können. Ups, das wollte ich nicht, aber ist egal. Die Sonne steht schon wieder da so komisch drüben. Ich sollte mir so einen Punkt markieren. Hier, wenn ich auf den Steinen stehe. Und die Sonne ist über dem Baum. Vielleicht kann ich dann schlafen. Vielleicht kann ich mir so irgendwie hinbiegen. Schauen wir mal, ob ich jetzt ins Bettchen kann. Wahrscheinlich noch nicht. Ich bin immer, immer viel zu früh dran. Oha! Ich kann tatsächlich schon schlafen. Cool. Guck gleich die Zwerge an. Wie sie schon wieder hier meinen Zaun belagern, die Trottel. Ja, ja. Lauft nur. Flieht, ihr Narren. Okay. Die letzten Eisenbahnen werden gebacken. Theoretisch 15, 8 und 10. Ja, genau. Das müsste stimmen. Also, theoretisch könnte ich, glaube ich, sogar noch eine passende Hose mit zwei Upgrades machen. Oder, oder aber das Schwert nochmal upgraden. Das ist halt so teuer. Wie viel Schaden macht das denn jetzt? Ja, im Endeffekt auch nur wieder ein relativ kleiner Schritt. Aber andererseits ist halt jeder Schadenspunkt gut. Ich könnte auch mein Schild nochmal upgraden, aber da sehe ich eigentlich jetzt keinen Nutzen drin. Das ist zwar noch Stufe 1 des Schilds, aber das ist perfekt eigentlich. Also, bis jetzt habe ich mich das noch nicht im Stich gelassen. Ich glaube, da mache ich mir lieber eine Hose noch. Der Kosten-Nutzen-Faktor bei einer abgegradeten Hose erscheint mir besser als bei einem abgegradeten Schwert. Denke ich. Mindest. Da muss ich aber jetzt noch schnell, oder für eine Hose brauche ich wahrscheinlich auch zwei Hirschleder. Das muss ich jetzt nochmal kurz in unser Hauptlager. Ja, das mache ich jetzt noch, bevor wir für heute Schluss machen. Machen wir uns noch Hosen. Mir geht es ehrlich gesagt hauptsächlich darum, dass ich ein einheitliches Set habe. Weil die Kupferhosen passen jetzt optisch so gar nicht zu meiner Eisenrüstung. Das geht ästhetisch gar nicht klar. Deswegen brauche ich jetzt noch passende Hosen. Den Helm kann ich tolerieren. Der Eisenhelm hat nur eine leicht andere Färbung. Das passt schon. Also, zwei Hirschleder bitte. Einmal zwei Hirschleder. Zack. Oh, falscher Teleporter. Oh, falscher Teleporter. Ich habe die falsche Abzweigung irgendwo genommen anscheinend. Ich wollte gar nicht zu unserem Steinhaus, sondern zu unserem Strandhaus. Genau. Okay, sechs Eisen sind noch im Ofen. Alles andere ist jetzt schon verbraucht, verbacken. Also, das, was ich jetzt habe, plus sechs quasi. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Hier sind noch fünf drin. Was? Wie kommen denn die da rein? Dann ist es das, was ich jetzt habe, plus zehn. Und ich habe jetzt 23. Aha, okay. Dann mache ich mir jetzt die Hosen. Die sind jetzt aktuell genauso gut wie meine super hochgelevelten Kupferhosen. Genau. Aber wenn ich die jetzt dann noch upgrade, mit gerade mal fünf Eisen, das kriegen wir easy zusammen, dann sind die ein bisschen besser. Und das restliche Eisen packe ich dann in die Gemeinschaftskiste, glaube ich, noch. Eins brauche ich noch. Okay, gut. Passt schon. Ja, los geht's. Hosen verbessern, anziehen und wie ein Panzer fühlen. Nein, das ist der Plan jetzt. Sehr gut. Tada! Eisenhosen. Die sehen gar nicht so aus, als wären die aus Heisen. Heisen? Eisen. Warum sollte man auch Hosen aus Eisen tragen? Das macht egal keinen Sinn. Das sind ziemlich pushige Stoffhosen. Aber cool. Passt, passt, passt. Nice, nice. Dann haben die anderen beiden, wenn sie wiederkommen, auch noch sehr viel Eisen. Und ich habe ein gutes Schwert und sehr viel Rüstung. Was will man mehr? Außer noch mehr Schwerter oder noch mehr Rüstung. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein. Es war mir eine Freude, wirklich. Schön, dass nach meinem Urlaub jetzt auch wieder so viele dabei waren. Und danke für die vielen Bits, danke für die vielen Abos. Super cool von euch. Und ich hoffe dann, sehen wir uns nächsten Dienstag um wahrscheinlich 17 Uhr wieder. Oder 18 Uhr. Mal schauen. Macht's gut, bis dann. Gute Nacht und ciao. Aber das ist ein Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017